Der amerikanische Yeti von Janet und Colin Bord Auf den Spuren des geheimnisvollen Bigfoot Aus dem Englischen von Michael Uymer Im Gegensatz zum Yeti, dem Schneemenschen, des Himalaya, wurde der Bigfoot oder Sasquatch Nordamerikas erst in den 60er Jahren weltweit bekannt. Gesichtet wird dieses große, behaarte und menschenähnliche Wesen jedoch schon mindestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts und die Anzahl der Sichtungen liegt bei Weitem über der ähnlichen Kreatur im Himalaya. Da man anfangs der Meinung war, der Bigfoot lebe nur in den Bergwäldern im Nordwesten der USA und im südwestlichen Kanada, konzentrierte man sich bei der Suche vor allem auf diese Gebiete. Genauere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ähnliche Geschöpfe in den ganzen USA gesehen wurden. Ein Schwerpunkt liegt zum Beispiel im Südosten des Landes, im von den oben genannten Regionen weit entfernten Florida. Die einzigen Staaten des US-amerikanischen Festlandes, für die uns gegenwärtig keine Berichte über Sichtungen vorliegen, sind Delaware, Rhode Island und South Carolina. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dort keine Bigfoots gesehen wurden. Andere Forscher kennen eventuell Sichtungen oder sie haben Fußspuren gefunden. Unsere Fallsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Viele in Lokalzeitungen publizierte Berichte sind wahrscheinlich nie in die Hände von Bigfoot-Forschern gelangt, besonders wenn sie aus den Jahren vor 1960 stammen. Und nicht jeder, der einen Bigfoot gesehen hat, erzählt auch davon. Aus Furcht, sich lächerlich zu machen, behalten viele Menschen ihre Beobachtungen für sich. Wir sind jedoch überzeugt, dass die von uns ausgewählten Fälle ein repräsentatives Bild über die Aktivitäten des Bigfoot in den USA und Kanada in den letzten 150 Jahren vermitteln. In vielen der Schilderungen ist einfach von riesigen Fußspuren im Erdreich, Sand, Schlamm oder Schnee die Rede. Sofern sie von erfahrenen Forschern nicht als Schwindel entlarvt wurden, gibt es für derartige Spuren nur eine einzige vernünftige Erklärung. Sie müssen von einem Bigfoot stammen. Häufig wird ein Bigfoot in dem jeweiligen Gebiet auch gesehen und manchmal dabei beobachtet, wie er die Abdrücke hinterlässt. Bei diesem Beispiel wollen wir es aber in diesem Buch belassen. Es wurden bereits so viele Fußspuren gefunden, dass wir uns dazu entschlossen haben, nur auf solche Berichte einzugehen, in denen eine wirkliche Sichtung beschrieben wird. Zahllose Angaben über gefundene Fußspuren enthalten die in der Bibliografie aufgeführten Bücher. Die Fälle sind nicht nach geografischen Gesichtspunkten geordnet, sondern chronologisch aufgeführt, da eine derartige Auflistung unseres Wissens bisher noch nicht versucht wurde und möglicherweise bestimmte Muster offenbart, die Forschern dabei helfen könnten, zu ermitteln, um welche Art von Geschöpf es sich handelt. Eine gute geografische Übersicht hat bereits John Green in seinem Buch Sasquatch – The Apes Among Us vorgelegt. Durch die chronologische Auflistung konnten Berichte, in denen kein Jahr angegeben wird, nicht aufgeführt werden. Einige Fälle mit aufschlussreichen Details blieben dadurch zwar unberücksichtigt, lassen sich aber in anderen Büchern nachlesen. Da das Hauptanliegen dieses Buchs darin besteht, eine Übersicht über die Bigfoot-Sichtungen von 1800 bis heute zu geben und wir weit über 1000 Fälle archiviert haben, ist es nicht möglich, auf alle detailliert einzugehen. Es werden deshalb nur die interessantesten ausführlich beschrieben. Zahllose weitere Sichtungen finden sich in den in der Bibliografie genannten Büchern. Wenngleich wir einige der durch die Sichtungen aufgeworfenen Fragen zu Bigfoot durchaus anschneiden, ist dieses Buch nicht als umfassende Diskussion darüber gedacht, was oder wer Bigfoot sein könnte oder auch nicht sein könnte. Hinsichtlich dieser Aspekte verweisen wir den interessierten Leser erneut auf die in der Bibliografie genannten Publikationen. Der wilde Mann in den Wäldern, das 19. Jahrhundert. Hunderte US-amerikanischer und kanadischer Staatsbürger, die offenbar geistig völlig normal sind, haben bereits Geschöpfe gesehen, die es in beiden Ländern nicht gibt, ja überhaupt nicht geben kann. Gewöhnlich berichten sie über ein großes und schweres menschenähnliches Wesen mit langen Armen, das vollständig beharrt ist und aufrecht auf den Hinterbeinen steht. Nach Ansicht der meisten Wissenschaftler eine Unmöglichkeit. Leiden also hunderte oder sogar tausende von Nordamerikanern unter einer bestimmten Art von Halluzinationen? Und das seit mehr als 150 Jahren? Oder geben landesweit 2,10 bis 2,70 große Menschen dem unwiderstehlichen Verlangen nach, sich Fellkostüme anzuziehen und Leute zu erschrecken? Falls dies der Fall ist, muss es sich um wirklich Verrückte handeln, die zudem noch auf mysteriöse Weise gegen Gewehrkugeln gefeit sind. Jäger haben zwar häufig auf den Bigfoot, wie dieses Wesen genannt wird, geschossen. Die Kugeln schienen jedoch keinerlei Wirkung zu hinterlassen, selbst wenn aus optimaler Entfernung gefeuert wurde. Wenn man berücksichtigt, dass Berichte aus dem 19. Jahrhundert über wilde Menschen unterschiedlich interpretiert werden können, lässt sich feststellen, dass sich das Verhalten des Bigfoot während der 150 Jahre für die Aufzeichnungen bestehen nicht wesentlich geändert hat. Dies lässt den Schluss zu, dass dieses Geschöpf, wer oder was immer es auch sein mag, bereits seit langer Zeit existiert. Ist es der erste menschliche Bewohner Nordamerikas, ein Überlebender aus prähistorischer Zeit, dessen Lebensraum vom unersättlichen, weißen Mann zunehmend eingeengt wird? Oder handelt es sich um einen bisher unbekannten Riesenaffen? Beide Theorien haben ihre Anhänger. Genau wie die These, dass der Bigfoot lediglich ein Phantom ist, eine Art Geist. Im weiteren Verlauf des Buches deuten einige Hinweise auf die eine, andere auf eine andere Theorie hin. Das Rätsel um den Bigfoot bleibt ungelöst und um seine Geschichte ranken sich Widersprüche, Verwirrungen und Konflikte. Unsere Suche nach dem Bigfoot beginnt im Staat New York im Jahr 1818. Der folgende Bericht aus dem Exeter Watchman vom 22. September 1818 ist der älteste bis jetzt entdeckte nordamerikanische Zeitungsartikel über eine Bigfoot-Sichtung. Sein Inhalt lässt insofern aufhorchen, als es sich auch um die Schilderung einer Sichtung aus den 90er Jahren dieses Jahrhunderts handeln könnte. Säcke-Zarborg, New York, 6. September. Ein Wunder. Am 30. des letzten Monats hat ein Mann, dessen Glaubwürdigkeit außer Zweifel steht, in der Nähe von Ellisburg ein Tier gesehen, das Ähnlichkeit mit dem wilden Mann der Wälder aufweist. Nach Angaben des Gentlemans sei das Geschöpf nicht weit von ihm entfernt aus dem Wald aufgetaucht, habe ihn kurz angeschaut und dann die Flucht ergriffen. Dabei habe er es gut beobachten können. Beim Laufen habe es sich vorgebeugt und es sei beharrt gewesen. Der Fuß sei hinten schmal gewesen, habe sich dann aber zu den Zähnen hin verbreitert. Obwohl danach hunderte von Personen die Verfolgung aufgenommen haben, blieb das Wesen spurlos verschwunden. Da die Geschichte wiederholt und überzeugend vorgetragen wurde, scheint sie der Wahrheit zu entsprechen. Ohne die Aufrichtigkeit des Zeugen in Zweifel ziehen zu wollen, halten wir es aber doch für angebracht, darauf hinzuweisen, dass ein derart unwahrscheinliches Zusammentreffen von mindestens zwei weiteren Augenzeugen bestätigt werden sollte, um es wirklich glaubhaft zu machen. 20 Jahre später, in den späten 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, tauchten Berichte über ein wildes Kind auf, das in der Nähe des Fish Lake in Indiana beobachtet wurde. Den Schilderungen nach war es etwa 1,20 Meter groß und wies eine kastanienbraune Behaarung auf. Häufig wurde es in den Sandhügeln in der Nähe des Sees oder beim Schwimmen gesehen. Da es sehr flink war, schlugen alle Versuche fehl, es zu fangen. Es stieß grässliche Schreie und wimmernde Laute aus. Ebenfalls in den 30er Jahren wurden weiter im Osten, in Pennsylvania, mindestens zweimal behaarte Kreaturen von der Größe eines Kindes gesichtet, wie der folgende Bericht beschreibt. Geheimnisvolles Tier gesichtet. Kommt es aus dem Reich der Fabel? Beträchtliches Aufsehen erregte vor etwa einem Jahr ein mysteriöses Tier, das angeblich im südwestlichen Teil von Bridgewater gesehen wurde. Obwohl der betreffende Augenzeuge immer wieder beteuerte, das Wesen auch wirklich gesehen und sich zu Tode erschrocken zu haben, wurde die Geschichte doch eher ins Reich der Fabel verwiesen. Sie schien nicht auf Tatsachen zu beruhen. Wie uns mitgeteilt wurde, habe das Wesen das Aussehen eines sieben- oder achtjährigen Kindes, sei aber schlanker und vollständig beharrt gewesen. Der Zeuge begegnete dem Geschöpf, als er gerade Bären pflückte. Es ging aufrecht auf ihn zu und pfiff dabei wie ein Mensch. Nach dem ersten Schrecken versuchte er angeblich, sich dem Wesen zu nähern. Es ergriff aber, weiterhin pfeifend, derart schnell die Flucht, dass er es nicht einzuholen vermochte. Seinen Angaben zufolge rannte es wie der Teufel, eine Bezeichnung, die er für das Geschöpf immer wieder verwendete. Etwa zwei Wochen später wurde dasselbe oder ein ähnliches Tier von einem 16-jährigen Jungen in Township Silver Lake gesehen. Die Geschichte wurde uns in Abwesenheit des Jungen zuerst vom Vater erzählt. Danach erstattete der Junge Selbstbericht. Er war zum Arbeiten in ein abgelegenes Gebiet in der Nähe der Grenze zu New York geschickt worden und hatte ein Gewehr mitgenommen. Sein Vater hatte ihm eingeschärft, auf alles zu schießen, was ihm verdächtig erschien, außer auf Menschen und Vieh. Nachdem er eine Weile gearbeitet hatte, hörte er, wie sich ihm jemand freundlich pfeifend näherte. Sein kleiner Bruder, wie er annahm. Der Unbekannte kam bis auf wenige Meter heran und blieb dann stehen. Das Wesen, das er dann sah, besaß nach Aussage des Jungen zwar das Aussehen eines Menschen, wies aber am ganzen Körper eine schwarze Behaarung auf. Es war etwa so groß wie sein siebenjähriger Bruder. Obwohl es dem Jungen einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte, griff er sein in der Nähe abgelegtes Gewehr und schoss auf die Kreatur. Er zitterte aber derart, dass er nicht traf. Gerade als sein Gewehr losging, sprang das geheimnisvolle Geschöpf hinter einen Baum und lief dann davon, pfeifend, wie es gekommen war. Nach Angaben des Vaters kam der Junge vollkommen verängstigt nach Hause und brach am Nachmittag, als er an das merkwürdige Tier dachte, noch einige Male in Tränen aus. Abgesehen von ihrer kleinen Statur, ähneln diese wilden Jungen auf frappierende Weise den riesigen Bigfoots, die heute gesichtet werden. Waren es vielleicht junge Bigfoots oder eine kleinere Unterart? Der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Arkansas gesichtete wilde Mensch war jedenfalls riesig. Mit diesem Wesen, das in den Counties St. Francis, Green und Poinsett bereits seit mindestens 1834 bekannt war, hatten zwei Jäger im Jahr 1851 eine unheimliche Begegnung. Sie sahen eine Viehherde, die anscheinend verfolgt wurde. Und als sie genauer hinschauten, stellten sie fest, dass es sich bei den Verfolgern um ein Tier handelte, das starke Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Es war riesig. Sein Körper vollständig behaart und lange Locken fielen vom Kopf bis auf die Schultern. Nachdem dieser wilde Mensch einen kurzen Blick auf sie geworfen hatte, drehte er sich um und rannte mit hoher Geschwindigkeit davon. Er machte dabei Sätze von drei bis vier Metern. Seine Fußspuren maßen knapp 36 Zentimeter. Die Erklärung, die man damals für dieses unheimliche Wesen hatte, war so weit hergeholt wie einige der heutigen Theorien. Man hielt es für einen Überlebenden der Erdbebenkatastrophe von 1811, die die Gegend damals verwüstet hatte. Gemeinsam ist diesen frühen Berichten, dass das beschriebene Wesen als wilder Mensch oder wilder Junge bezeichnet wird. Womit man andeuten wollte, dass man es für einen Menschen hielt, der im Wald aufgewachsen war und deshalb eine dichte Körperbehaarung entwickelt hatte. Im selben Jahrzehnt wurden Bigfoots auch von Goldsuchern im Gebiet des Mountchester in Kalifornien gesichtet. Nachdem er einen Artikel über den Bigfoot gelesen hatte, erinnerte John Weeks im Jahr 1959 an diese Begebenheit. Mein Großvater suchte in der Region, die als die Heimat des Schneemenschen gilt, in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Gold. Als er wieder nach Osten zurückkehrte, erzählte er von haarigen Riesen, die er im Gebiet des Mountchester gesehen hatte. Diese Monster hätten lange Arme, aber kurze Beine gehabt. Eines von ihnen habe einen sechs Meter langen Abschnitt einer Wasserrinne genommen, ihn gegen einen Baum geschleudert und dabei in tausend Stücke zerschmettert. Als uns Großvater diese Geschichten erzählte, haben wir ihm kein Wort geglaubt. Aber nachdem ich jetzt ihren Artikel gelesen hatte, stellte sich heraus, dass er wahrscheinlich doch kein so großer Lügner war, wie wir damals in jungen Jahren angenommen hatten. Die Angewohnheit des Bigfoot, Ausrüstungsgegenstände und Habseligkeiten sämtlicherweise zu zerstören, die in sein Territorium eindringen, fast so, als ob er ihre Gegenwart ablehnte und sie verjagen wollte, taucht auch in späteren Berichten immer wieder auf. In seinem Buch, Wilderness Hunter, etwa Jäger der Wildnis, gibt Fyodor Roosevelt in Einzelheiten eine Geschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts über im Wald lebende Riesen wieder, die ihm ein Jäger namens Bauman erzählt hatte. Die beschriebenen Ereignisse zeigen, dass der Bigfoot, sofern er tatsächlich der Übeltäter war, Menschen gegenüber manchmal gewalttätig werden kann. Da aber Bauman niemals klar und deutlich einen Bigfoot sah, werden wir auf den Fall nur kurz eingehen. Bauman und ein befreundeter Trapper befanden sich in den Bergen nahe der Whistam River an der Grenze von Idaho zu Montana. Während ihrer Abwesenheit hatte jemand einen Anbau ihrer Hütte zerstört und ihre Habseligkeiten untersucht. Fußspuren ließen erkennen, dass es sich bei dem Eindringling um einen Zweibeiner gehandelt hatte. In der folgenden Nacht wachte Bauman auf, bemerkte einen strengen Geruch und sah einen großen dunklen Schatten, auf den er schoss. Als die Männer am nächsten Abend zurückkehrten, fanden sie ihren Anbau erneut zerstört, sodass sie am nächsten Morgen beschlossen, das Gebiet zu verlassen. Sie begannen, ihre Fallen einzusammeln und trennten sich dann. Bauman holte die letzten drei Fallen, während sein Kamerad zur Hütte zurückkehrte. Als Bauman einige Stunden später ebenfalls zurückkam, war es merkwürdig ruhig. Sein Freund lag mit gebrochenem Genick tot am Boden. An seinem Hals fanden sich die Eindrücke von vier Fangzehen. Aus den Fußabdrücken der unbekannten Kreatur, die sich tief in der weichen Erde abzeichneten, ließ sich deutlich ablesen, wie sich das Drama abgespielt hatte. Wenn man der folgenden Geschichte Glauben schenken darf, wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Arkansas ein Wesen, dessen Beschreibung stark mit derjenigen heute gesichteter Bigfoots übereinstimmt, sogar eingefangen. In den Archiven findet sich kein einziger offiziell bestätigter und anerkannter Fang eines Bigfoot, wenn gleich uns sechs Fälle, alle vor 1920, bekannt sind, in denen Bigfoot-artige Wesen verschiedener Größe angeblich gefangen wurden. Falls an diesen Fällen wirklich etwas Wahres ist, erscheint es merkwürdig, dass es angesichts des immensen Interesses, das dem Bigfoot heutzutage entgegengebracht wird, und der großen Anzahl von Jägern, die sein Territorium in der Hoffnung durchstreifen, als Erste, einen Bigfoot tot oder lebendig zu erwischen, gerade heute anscheinend nicht mehr möglich ist, einen Bigfoot zu fangen. Seine offensichtliche Fähigkeit, seinen Hächern zu entwischen, weist entweder darauf hin, dass die alten Geschichten über angebliche Fänge falsch sind, oder dass das, was gefangen wurde, nicht der Bigfoot war, den wir heute kennen. Vielleicht ist der Bigfoot Menschen gegenüber aber auch einfach nur vorsichtiger und scheuer geworden. Dieser Annahme widersprechen jedoch den vielen Beispiele, in denen ein Bigfoot neugierig in ein Waldlager spaziert. Er könnte theoretisch mit der entsprechenden Ausrüstung und dem notwendigen Wissen durchaus gefangen werden. In solchen Fällen scheint der Bigfoot zu spüren, dass er von den Menschen nichts zu befürchten hat. Trotzdem bleibt folgende Frage offen. Weshalb können ihm Gewehrkugeln anscheinend nichts anhaben? Diese Frage stellt sich im Laufe dieses Buches immer wieder, da in vielen von uns aufgeführten Fällen zwar auf ihn geschossen wird, er aber offensichtlich unverletzt bleibt. Kehren wir aber zum Thema Einfangen zurück. Otto Ernest Weyburn schildert in seinem 1941 erschienenen Buch Osa Country den Fang eines Bigfoot im letzten Jahrhundert. Weyburn erzählt von einem Riesen aus den Bergen, der häufig in den Ushita Mountains in Arkansas gesichtet wurde. Der etwa 2,10 Meter große wilde Mensch war im ganzen Körper dicht behaart und lebte in Höhlen im Saline River. Obwohl er anscheinend nie jemandem ein Leid zugefügt hatte, fürchtete sich jeder vor ihm. Schließlich entschloss man sich, ihn einzufangen und hatte, wenn man dem Bericht Weyburns Glauben schenken darf, tatsächlich Erfolg. Man fing ihn in seiner Höhle mit dem Lasso ein und brachte ihn ins Gefängnis von Benden. Dort wurden ihm Kleider angezogen, die er jedoch vor seiner Flucht aus dem kleinen Holzgebäude zerriss. Danach wurde er erneut eingefangen, aber an dieser Stelle endet die Erzählung plötzlich. Etwa zur selben Zeit in den späten 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, jedoch weiter nordwestlich in Kansas, sahen viele Bewohner des Arcadia Valley im County Crawford einen wilden Menschen, Gorilla oder was auch immer. Die nun folgende Beschreibung ließe sich ohne weiteres auch für viele der heutigen Sichtungen verwenden. Man darf nicht vergessen, dass dieser Bericht aus dem Jahr 1869 stammt, aus einer Zeit also, in der der Bigfoot noch unbekannt war. Es ist also unwahrscheinlich, dass Mr. Twimbles Beschreibung von anderen Sichtungsberichten beeinflusst ist. Einige Male näherte er sich den Blockhütten der Siedler, sehr zum Schrecken der Frauen und Kinder. Sie fürchteten sich besonders dann, wenn die Männer zum Arbeiten auf den Feldern waren. Einmal kam er zum Haus eines unserer älteren Mitbürger, wurde aber von einem der Männer mit einem Knüppel verjagt. Er ähnelt so sehr einem Menschen, dass die Männer nicht auf ihn schießen wollen. Dieses Tier oder dieser wilde Mensch lässt sich nur schwer beschreiben. Er hat einen gebeugten Gang, sehr lange Arme mit riesigen Händen oder Klauen und ein beharrtes Gesicht. Menschen, die ihm direkt begegnet sind, sprechen außerdem von einem furchterregenden Gesichtsausdruck. Normalerweise geht er auf den Hinterbein, manchmal aber auch auf allen Vieren. Das Tier oder was immer es auch sein mag, ist genauso feige wie hässlich und es ist fast unmöglich, nahe genug heranzukommen, um es genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Siedler, die nicht wissen, wie sie dieses Wesen nennen sollen, haben es Old Chef getauft. Seit seinem Erscheinen wurden oft die Zäune umgerissen, sodass das Vieh in unsere Getreidefelder gelangen konnte. Old Chef scheint nur das zu machen, was er will. Es ist anscheinend leichter für ihn, den Zaun einfach niederzureißen, als über ihn hinweg zu klettern. Bei den Siedlern hat er sich damit natürlich nicht gerade beliebt gemacht. Sie sind geteilter Meinung, ob es sich um einen Menschen handelt oder nicht. Wahrscheinlich wird sich das Wesen letztlich als Gorilla oder großer Orang-Utan herausstellen, der aus einer Tierschau im Osten entwichen ist. Einmal machten sich über 60 Mann auf die Jagd nach ihm, aber er konnte entkommen und tauchte danach einige Tage nicht mehr auf. Wahrscheinlich hatte er Angst bekommen. Aber gerade als die Siedler meinten, diesen ungebetenen Gast endgültig los zu sein, tauchte er doch wieder auf und war genauso wild wie zuvor. Falls dieser Bericht in die Hände eines Schaustellers gelangt, der eines seiner Tiere vermisst, weiß er, wo er es finden kann. Im Moment versetzt es jedenfalls sämtliche Frauen und Kinder in diesem Tal in Angst und Schrecken. Es kann nicht eingefangen werden und niemand möchte auf es schießen. Während sich die Bewohner von Arcadia Valley mit Old Chef auseinandersetzen mussten, hatte ein Jäger in Kalifornien in einer Begegnung mit einem Bigfoot, der ein sehr ungewöhnliches, kaum jemals beobachtetes Verhalten zeigte. Der Jäger aus Grayson in Kalifornien schrieb einen langen Brief in den N.T. Josh Letcher, aus dem wir jetzt Teile zitieren. Letzten Herbst 1869 jagte ich in den Bergen etwa 30 Kilometer südlich von hier in der Nähe des O.S. Timber Creek und schlug für fünf oder sechs Tage an einem bestimmten Ort mein Lager auf, so wie ich es während der Jagdsaison in den letzten 15 Jahren immer getan hatte. Als ich nach dem Jagen zurückkehrte, bemerkte ich mehrmals, dass während meiner Abwesenheit die Asche und die verkohlten Holzstücke der Feuerstelle verstreut wurden, waren. Einem alten Jäger wie mir fallen solche Dinge sofort auf und er will ihnen auf den Grund gehen. Wenn gleich Decken, Fallen und die von mir angelegten kleinen Vorratslager unversehrt wären, interessierte mich doch brennend, wer der unbekannte Besucher war. Schließlich konnten sich die Asche und die halb verbrannten Zweige nicht selbst in der Gegend verteilen. Fußspuren waren auf dem harten, mit Blättern bedeckten Untergrund in unmittelbarer Nähe der Hütte nicht zurückgeblieben. Ich suchte deshalb einen größeren Kreis um mein Lager ab, und fand etwa 300 Meter entfernt im feuchten Sand tatsächlich die Fußspur eines Menschen. So vermutete ich jedenfalls, denn der Abdruck war riesig und lich einem nackten Fuß. Neugierig geworden, beschloss ich, mich auf die Lauer zu legen und den barfüßigen Besucher näher in Augenschein zu nehmen. So verbarg ich mich etwa 20 Meter vom Feuer entfernt im Unterholz, wartete und beobachtete die Umgebung. Mehr als zwei Stunden saß ich dort und fragte mich, ob der Besucher noch einmal auftauchen würde, ob er sich überhaupt würde vorstellen können, welches Jagdfieber er an mir ausgelöst hatte und was in aller Welt ihn dazu bewogen hatte, hier ohne Schuhe durch die Gegend zu schleichen. Das Feuer lag zu meiner Rechten und die Stelle, an der ich die Spur entdeckt hatte, befand sich links von mir, versteckt hinter Büschen. Meine Aufmerksamkeit war besonders hierher gerichtet, da ich annahm, dass der Besucher aus dieser Richtung kommen würde. Außerdem ließ er sich, wenn man auf dieser Seite schaute, leichter sitzen. Plötzlich hörte ich einen gellenden Pfiff, wie ein Jungen häufig auf zwei Fingern produzieren, und drehte mich schnell um. Großer Gott, entfuhr es mir, denn mein mysteriöser Besucher war endlich erschienen. Er stand aufrecht neben dem Feuer und schaute sich arg wenig um. Er hatte zwar die Umrisse eines Menschen, trotzdem konnte es sich unmöglich um ein menschliches Wesen handeln. Selten hatte mich etwas in so fassungsloses Erstaunen versetzt. Das Wesen, was immer es gewesen sein mag, war voller 1,50 Meter groß, besaß unverhältnismäßig breite Schultern und hatte überaus lange Arme. Die Beine waren sehr kurz, der Körper dagegen war lang. Der Kopf war im Vergleich zum restlichen Körper klein und schien direkt auf den Schultern zu sitzen. Der Kreatur war vollständig mit dunkelbraunen und zimtfarbenen Haaren bedeckt, die an einigen Stellen ziemlich lang waren. Auf dem Kopf bildete sich ein Schopf und wuchs fast bis zu den Augen hinunter, wie bei einem Schuschonen. Während ich schaute, warf er seinen Kopf zurück und schließ einen weiteren Pfiff aus. Danach hielt er inne und nahm einen Stock aus dem Feuer. Er schwang ihn umher, bis das Feuer an seinem Ende erlosch. Danach wiederholte er das Ganze. Ich war wie erstarrt und konnte nur zuschauen. Eine Viertelstunde saß ich so und beobachtete ihn, wie er Pfiff und das Holz und die Asche verstreute. Ich hätte ihm leicht eine Kugel in den Kopf jagen können, aber weshalb sollte ich ihn töten? Nachdem er sich mit meinem Feuer genug amüsiert hatte, machte er sich wieder auf den Weg, kehrte dann aber noch einmal zurück. Ein weiteres Geschöpf, zweifelsfrei eine Frau oder ein Weibchen, gesellte sich zu ihm. Beide drehten sich um, gingen etwa 20 Meter Entfernung an mir vorbei und verschwanden im Unterholz. Ich hatte sie optimal beobachten können, denn sie hatten meine Gegenwart nicht bemerkt. Der einzige Grund ihres Besuches schien zu sein, mit den lodernden Zweigen zu spielen. Die Geschichte habe ich seitdem viele Male erzählt und häufig nur ungläubiges Lächeln geerntet. Einer der Zuhörer hatte die geheimnisvollen Wesen jedoch ebenfalls gesehen und mehrere andere waren inzwischen hier und im Pacheco-Pass auf ihre Spuren gestoßen. Ein anderer wilder Mann, der in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts im Norden Nevadas gesehen und verfolgt wurde, zeigte ebenfalls ein auffälliges Verhalten. Er hatte einen Knüppel bei sich. In unserem Archiv finden sich nur drei weitere derartige Beispiele, alles relativ frühe Sichtungen. Dover, New Jersey 1894, Jesterfield, Idaho 1902, sowie ein Bericht von der kanadischen Labrador-Halbinsel, etwa aus dem Jahr 1913. In allen diesen Fällen trug das Geschöpf einen Stock oder Knüppel bei sich. Ein solches Verhalten lässt zwar eher auf menschliche Intelligenz als auf bloßen tierischen Instinkt schließen, auffallend ist allerdings die geringe Anzahl derartiger Berichte. Große Aufregung löste der wilde Mann aus Nevada aus. Eine große, gut ausgerüstete und bewaffnete Jagdgesellschaft hatte die Verfolgung des Wesens aufgenommen und in einer Nacht war es klar und deutlich zu sehen. Man vermutete, es mit einem Weißen zu tun zu haben, dem aber nun ein dichter Pelz aus feinen, langen Haaren gewachsen war. In der rechten Hand trug er einen Knüppel, in der linken ein Kaninchen. Als der Mond herauskam und er die Gesellschaft bemerkte, raste er am Lager vorbei, brüllte dabei wie ein Löwe, schwang seinen riesigen Knüppel und attackierte wie wahnsinnig die Pferde. Die scharfen Bluthunde, die die Gesellschaft mit sich führte, weigerten sich, das Wesen zu verfolgen und anzugreifen. Hastig wurde deshalb ein Schutzwall aus Baumstämmen errichtet. Aber anstatt anzugreifen, begnügte sich das Geschöpf damit, schreckliche Schreie auszustoßen. Am nächsten Morgen war es verschwunden. Aus den Fußspuren ließ sich jedoch erkennen, dass es riesig gewesen sein muss. Mehr ist nicht bekannt. Die Jagdgesellschaft hätte gleich beim ersten Anblick auf das Wesen schießen können. Dies geschah jedoch nicht. Man beachte, dass die scharfen Bluthunde nicht dazu zu bringen waren, die Verfolgung aufzunehmen. Diese Reaktion von Tieren, speziell von Hunden, gegenüber dem Bigfoot, ist nicht ungewöhnlich und wird im weiteren Verlauf noch in einigen anderen Fällen zu beobachten sein. Es gibt aber auch Berichte, in denen Hunde einen Bigfoot angegriffen haben, nur um dann wüst beiseite geschleudert oder sogar in Stücke gerissen zu werden. Wenn schon mit feuerspielende und knüppelschwingende Bigfoots kaum glaubhaft erscheinen, was ist dann erst von den zugegebenermaßen sehr seltenen Berichten zu halten, in denen Menschen von Bigfoots entführt und in ihr Lager geschleppt werden? Auf den klassischen Entführungsfall des Albert Ostmann aus dem Jahr 1924 werden wir in Kapitel 3 noch näher eingehen. Aber bereits 50 Jahre früher hatte eine Indianerin behauptet, sie sei von einem Bigfoot entführt worden und habe ein Jahr lang mit ihm leben müssen. Zum Zeitpunkt ihrer Entführung war sie 17 Jahre alt und lebte in British Columbia. Der Bigfoot zwang sie, den Harrison River zu durchschwimmen und trug sie dann zu einem Felsunterschlupf, wo er mit seinen Eltern lebte. Er hielt sie ein Jahr lang gefangen, brachte sie dann aber wieder nach Hause, weil sie ihm ihren Angaben zufolge zu lästig wurde. Ihre Erlebnisse wurden von einigen Berichterstattern übertrieben. Sie selbst erzählte einem Bigfoot-Forscher, der sie gut kannte, dass sie von dem Bigfoot freundlich behandelt worden sei. Im Februar 1876 wurde in der Nähe von Warner's Ranch in Kalifornien ein Bigfoot gesichtet, der den Schilderungen zufolge ziemlich feine Gesichtszüge besaß. Diese Beschreibung irritiert etwas, da sein Gesicht normalerweise mit dem eines Affen verglichen wird. Ansonsten handelt es sich jedoch um die typische Darstellung eines Bigfoot. Vor etwa zehn Tagen waren Mr. Turner, Helm und ich in den ungefähr 15 Kilometer östlich von Warner's Ranch liegenden Bergen unterwegs, um einen Quarzgang zu erkunden, der einige Zeit zuvor entdeckt worden war. Durch den starken Wind wurde der Abstand zwischen uns beiden immer größer, bis wir schließlich knapp einen Kilometer voneinander entfernt waren. Plötzlich hörte Helm, der beim Gehen auf den Boden schaute, einen Pfiff. Als er aufschaute, sah er etwas auf einem Felsblock sitzen, etwa 15 bis 20 Schritte entfernt. In der Annahme, es handelte sich um ein Tier, legte er sofort mit dem Gewehr auf das Geschöpf an. Als es aufstand, erkannte mein Gefährte jedoch, dass er einen Menschen vor sich haben musste, der aber vollständig behaart war. Die rauen, schwarzen Haare waren zwei bis drei Zentimeter lang und glichen dem Fell eines Bären. Der Bart und die Kopfhaare dieses Menschen waren lang und dicht. Er war von mittlerer Größe und besaß ziemlich feine Gesichtszüge. Nicht die eines Indianers, sondern eher die eines weißen Amerikaners oder Spaniers. Nachdem sie sich einige Augenblicke einfach nur angeschaut hatten, sprach Helm das geheimnisvolle Wesen an. Zuerst auf Englisch, dann auf Spanisch und schließlich in der Sprache der Indianer. Er hielt keine Antwort. Dann ging die Kreatur auf Helm zu und da sich dieser über ihre Absichten nicht im Klaren war, richtete er erneut das Gewehr auf sie, um sie auf Distanz zu halten. Das menschenähnliche Wesen hielt sofort inne, als ob es wusste, dass Gefahr drohte. Helm rief mir etwas zu, der Wind jedoch blies so stark, dass ich ihn nicht hören konnte. Schließlich drehte sich das Geschöpf um und verschwand auf einen Hügel. Als Helm mich endlich erreichte, war von dem wilden Menschen weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Spuren der Kreatur hatten wir in diesem Teil der Berge bereits häufiger gefunden, sie aber immer für die eines Indianers gehalten. Ich selbst habe den geheimnisvollen Bergbewohner zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, aber Mr. Helm ist als absolut glaubwürdiger Mann bekannt. Ich habe deshalb nicht den geringsten Zweifel, dass sein Bericht der Wahrheit entspricht. Schon von jeher erzählte man sich, dass in den Green Mountains von Vermont ein geheimnisvolles Tier umgeht, das einem Menschen ähnlich sieht. Die alten Geschichten erhielten im Oktober 1879 neue Nahrung, als zwei junge Männer, die sich in den Bergen südlich von Williamstown auf der Jagd befanden, einen wilden Menschen sahen. Sie beschrieben ihn als etwa 1,50 Meter groß, in Aussehen und Bewegungsablauf einem Menschen ähnlich, aber vollständig mit leuchtend rotem Haar bedeckt. Außerdem seien ihnen der lange, zottige Bart und die wild reinblickenden Augen aufgefallen. Sie bemerkten die Kreatur, als sie hinter einer felsigen Klippe hervorsprang und auf den nahe gelegenen Wald zurannte. Da sie sie aber irrtümlich für einen Bären oder ein anderes Wildtier hielten, schossen sie auf das Wesen und verwundeten es offenbar auch. Denn laut brüllend vor Schmerz und Wut drehte er sich um und rannte auf seine Angreifer zu, die so schnell wie möglich die Flucht ergreifen mussten. Dabei verloren sie Gewehre und Munition, die sie anschließend nicht mehr zu holen wagten, aus Angst, dem mysteriösen Geschöpf noch einmal in die Arme zu laufen. Wahrscheinlich wird ihnen beim Lesen bereits aufgefallen sein, dass die Bigfoot-Sichtungen aus dem letzten Jahrhundert zum großen Teil auf Jäger und Prospektoren zurückgehen, auf Menschen also, die aus geschäftlichen und beruflichen Gründen in einsame und selten besuchte Regionen vordrangen. Heute gibt es derartige Fälle zwar auch noch, aber die allmähliche Besiedlung dieser Gebiete hat dazu geführt, dass der Bigfoot mehr und mehr von gewöhnlichen Bürgern quasi im eigenen Garten gesichtet wird. Im weiteren Verlauf des Buches wird sich diese Tendenz immer deutlicher zeigen. In den wurde in British Columbia angeblich ein junger Bigfoot eingefangen. Die Geschichte von Jaco wird von einer Reihe von Forschern mittlerweile für einen Schwindel gehalten. Dieser Verdacht konnte allerdings bis jetzt noch nicht bewiesen werden. Berichten zufolge hatte im Juni oder Juli 1884 ein Eisenbahnarbeiter etwa 30 Kilometer von Yale in der Nähe der Gleise ein unbekanntes Wesen eingefangen. Es soll knapp 1,45 groß, etwa 57 Kilogramm schwer und vollständig mit langen schwarzen Haaren bedeckt gewesen sein. Der Werther soll das Geschöpf mit Beeren und Milch gefüttert haben. Angeblich sei geplant gewesen, es nach London zu transportieren und dort auszustellen. Weshalb jedoch London? Weshalb nicht New York oder eine andere noch näher gelegene Großstadt? Danach hörte man jedenfalls nichts mehr von Jaco. Man vermutete, es sei auf der Reise gestorben. Ein Jahr nach dem angeblichen Fang von Jaco sichteten Jäger im Kaskadengebirge in der Nähe von Libanon in Oregon einen Bigfoot, der gerade ein Stück wild verzerrte. Den Zeitungsartikel über diese Sichtung geben wir vollständig wieder, da er sehr deutlich die zur damaligen Zeit vorherrschende Tendenz widerspiegelt, den Bigfoot als einen ehemals normalen Menschen anzusehen, der verwildert war. Für Journalisten und Reporter schien dies die einzige logische Erklärung für ein ansonsten unlösbar erscheinendes Geheimnis zu sein. Unglücklicherweise ist sie jedoch auch nicht akzeptabler als all die anderen Theorien, die in den letzten 100 Jahren aufgestellt wurden, um die rätselhaften Bigfoot-Sichtungen zu erklären. Der wilde Mann in den Bergen Viel Aufsehen erregte vor kurzem in der Umgebung von Libanon in Oregon die Entdeckung eines wilden Menschen in den Bergen über der Stadt. Bei ihm soll es sich um den seit langem verschwundenen John McHentry handeln. Der aus Libanen stammende McHentry verschwand vor vier Jahren in den Bergen östlich von Albany auf mysteriöse Weise auf einem Jagdausflug, den er zusammen mit einem Gefährten unternommen hatte. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. Vor einigen Tagen jedoch sahen mehrere Personen, die sich in menschenleeren Umgebung von Borg Peter, eines Berges in den Cascade Mountains auf der Jagd befanden, einen Mann, der Ähnlichkeit mit dem lange verschwundenen McHentry aufwies. Allerdings trug er keine Kleidung mehr, war behaart wie ein Tier und zudem vollkommen verwildert. Als man auf ihn stieß, verzerrte gerade ein ruhes Stück Wild, so dass sich war in der gleichen Gegend bereits von zwei Jahren gesehen worden. Viele glauben, dass der unglückliche McHentry in der Wildnis wahnsinnig geworden ist und in den Bergen irgendwie Mittel und Wege gefunden hat, um zu überleben. So könnte er zum Beispiel Unterschlupfen einer Höhle gefunden haben. Eine Gruppe von Männern wurde zusammengestellt, um ihn überzeugen versucht, dass er in Wirklichkeit John McHentry heißt, ist schon fantastisch. Unsere nächste Geschichte stammt aus Michigan und ist gleichzeitig eine Warnung an alle Möchtegern Bigfoot-Jäger, die Kreatur nicht mit Hunden anzugreifen. Der kurze Zeitungsbericht datiert den Vorfall auf Oktober 1891. George W. Forst und W. W. Vivian, beides angesehene Bürger, haben angegeben, in der Nähe des Titibaba-Sea-River im County Gladwin einen wilden Mann gesehen zu haben. Er sei nackt, behaart und von riesiger Größe gewesen, ihren Angaben zufolge mindestens zwei Meter zehn. Seine Arme hätten bis zu den Knien gereicht und seine Hände seien doppelt so groß gewesen wie die eines Menschen. Vivian hetzte seine Bulldogge auf das Wesen, das den Hund jedoch mit einem mächtigen Schlag seiner gigantischen Hand tötete. Seine Sprünge maßen nicht weniger als sechs bis sieben Meter. Im Jahr 1894 wurde ein wilder Mann in New Jersey gesichtet. Obwohl er nicht behaart gewesen zu sein scheint, gleicht seinem folgenden Zeitungsartikel beschriebenes Verhalten durchaus den Verhaltensmustern, die in späteren Berichten auch behaarte Bigfoots zeigen. Dover, New Jersey, 8. Januar 1894 treibt ein wilder Mann sein Unwesen und während die Jäger, die ihm bereits seit einigen Tagen nachstellen, die Kälte trotz ihrer schweren Mäntel stärker zu spüren bekommen haben, als ihn lieb ist, scheint der Gegenstand ihrer Suche mit dem Frost bestens zurecht zu kommen, obwohl er der grimmigen Winterkälte nichts weiter entgegenzusetzen hat, als ein enormes Paar Backenbärte. Wenn gleich die Angelegenheiten der Region für beträchtliches Aufsehen gesorgt hat, wird die tatsächliche Existenz des wilden Mannes von nicht wenigen bezweifelt. Dass es ihn aber wirklich gibt und dass sein Zustand eigentlich den schnellen Kältetod zur Folge haben müsste, wird von drei Mädchen namens Bertha Hestig, Lissy Gaskett und Katie Griffin verlegen bestätigt. Als sie den wilden Mann am Samstagnachmittag für einen kurzen Augenblick sahen, schrien sie so lang und anhaltend auf, dass die Arbeit in der Spinnerei und fast in der gesamten Stadt zum Stillstand kam. Nicht so der wilde Mann. Er stieß als Antwort ebenfalls einen Schreckensschrei aus und verschwand in den Wäldern. Er hatte keine Schuhe nicht an, sagte Bertha an ihrer naiven Art, als sie die Geschichte heute erzählte. Und ein bisschen Seife hätte ihm auch nicht geschadet. Dass der wilde Mensch tatsächlich existiert, bezeugen jedoch nicht nur die drei Mädchen. Noch viele andere behaupten, ihn ebenfalls gesehen zu haben, geben aber unterschiedliche Beschreibungen ab. Mike und Bill Dienst Geschichte ist dagegen schlüssig und glaubhaft. Die beiden Holzfäller sind die ersten, die den wilden Menschen gesehen haben. Als sie letzten Freitag in der Nähe der Indian Falls Lichtung eines der einsamsten Winkel des Berges Holz schlugen, begannen ihre Hunde am Fuß eines großen Felsens pützig wie wild zu bellen. Da ist ein Bär oder irgendein anderes Biest, rief Bill, griff seine Axt fester und rannte zu den Hunden hinüber. Mike folgte ihm auf dem Fuß. Als sie die Stelle erreicht hatten, sprang ein wild aussehende Gestalt hinter dem Felsen hervor. Mike war etwa mittleren Alters, fast 1,80m groß und wog etwa 80kg. Sein Gesicht wurde fast gänzlich von einem dunklen, ungekämmten Bart verhüllt. Er startte die Holzfäller einen Moment lang feindselig an, sprang dann auf die Felsen und begann vor sich hin zu sprechen. Als die beiden Männer näher kamen, sauste er wieder von den Felsen herunter und begann die Lichtung auf und ab zu rennen. Dabei stieß er von Zeit zu Zeit wilde Schreie aus. Mit seinen Armen machte er die ganze Zeit über rudernde Bewegungen. Als die Dienst versuchten ihn zu fangen, griff er sich einen Ast und schwang ihn über dem Kopf. Einer der Hunde sprang ihn an, erhielt jedoch einen Schlag, der ihn beinahe tötete. Danach ergriffen die Holzfäller die Flucht und riefen vom Geschäft außen der Stadt an, um Hilfe zu holen. Nach ihrem Anruf wurde sofort ein Suchtrupp zusammengestellt, der sich unter Leitung von City Marshal James Hagen sowie des Polizisten Twetnick zu der betreffenden Stelle aufmachte. Die Kreatur war jedoch im dichten Unterholz verschwunden. Allerdings fand man einen Abdruck eines nackten Fußes. Die Gruppe trennte sich und setzte die Suche bis späten die Nacht fort. Auch danach brachen jeden Tag Suchtrupps auf. Am Samstag durchstreiften 50 Männer jeden Winkel der Berge, jedoch ohne Erfolg. Auch am Sonntag wurden die Wälder von zahllosen Gruppen den ganzen Tag lang durchsucht. Am Samstag Abend tauchte der wilde Mann dann bei den Wassels auf, knapp einen Kilometer von der Stelle entfernt, an der am Freitag die das Haus zu gelangen. Als dies jedoch misslang, suchte er das Grundstück ab, wahrscheinlich nach etwas Essbarem. Die Familie hatte große Angst. Der furchterregende Gast verschwand schließlich auf genauso mysteriöse Weise, wie er gekommen war. William Mullen kam am Sonntagmorgen gerade von einem Spaziergang zurück, als der wilde Mann plötzlich vor ihm auf der Straße auftauchte. Beide hielten inne und starrten einander an. Dann stieß die unheimliche Gestalt einen Schrei aus und rannte in den Wald in Richtung der Dickersen Main. Ein Mitglied des Suchtrupps, der die Berge am Samstag durchkämmt hatte, berichtete, dass man auf zahllose Fußspuren gestoßen sei. Zudem habe man einen jungen Baum mit Fraßspuren gefunden, die anscheinend von einem Menschen stammten. Am Samstagnachmittag schließlich wurde die Kreatur von den drei Mädchen gesehen, die in der Dover Silk Mill am Fuß der Dover Mountains arbeiteten. Sie standen an ihren Webstühlen und schauten aus dem Fenster. Da teilten sich plötzlich die Büsche und im nächsten Moment tauchte die Gestalt vor ihnen auf. Alarmiert durch ihre Schreie rannten auch die anderen Arbeiter an die Fenster. Nach Angaben der Mädchen wies der Körper des Mannes zahllose Schramm und Kratzer zu einer noch intensiveren Suche aufbrechen. Selbst beim Irrenhaus von Morris Plains erkundigte man sich, ob einer der Insassen ausgebrochen sei. Dort wurde jedoch niemand vermisst. Der wilde Mann von Dover wurde also im Januar 1894 ohne Erfolg gejagt. Nur vier Monate später, im Mai 1894, wurde ein klassischer Bigfoot-Bericht aus dem ländlichen Kentucky gemeldet. Monatelang waren in der Umgebung von Hämmer und anderes Essbares gestohlen worden. Dann wurde zum ersten Mal ein menschenähnliches Wesen gesehen, nach Angaben des Zeugen Joseph Ewald mit langen weißen Kopf und Gesichtshahn, die so grob waren wie die Mähne eines Pferdes. Auch seine Beine seien vollständig behaart gewesen und als einziges Kleidungsstück habe es um den Unterleib ein Stück Schaffell getragen, das bis zu den Knien gereicht habe. Augen und Mund hätten dementsprechend die Augen offen. Eines Morgens sahen F. Boston und seine Söhne wie das Wesen in ihre Scheune rannte. Sie beschrieben es als knapp zwei Meter groß mit klauenartigen Füßen. Die Hände erinnerten an die Pfoten einer Katze. Kurze Zeit später kam es mit drei Küken aus der Scheune gerannt. Tom Boston schoss zwar auf den ungebetenen Gast, dieser konnte jedoch entkommen und flüchtete in so weiter. Ein klarer Beweis dafür, dass die Höhle bewohnt war. Sie hatten dementsprechend Angst, sie zu betreten. Als sie es dann doch wagten und ein kurzes Stück hineinging, wurden sie von einem unheimlichen Schrei dermaßen erschreckt, dass sie sich schnell zurückzogen. Alle Bemühungen, das Wesen zu fangen, schlugen viel. Selbst der Versuch, es in seiner Höhle auszuräuchern, blieb auch verwundert worden zu sein. Aber wie immer fehlte danach jede Spur von ihm. Der Begegnung fand Ende April statt, als zwei Farmer ein behaartes Tier von der Größe eines Menschen beobachteten, das auf den Hinterbeinen lief. Als es sie kommen sah, flüchtete es aufrecht ins dichte Unterholz, um sich dort auf die Hände fallen zu lassen und mit kaninchenartigen Sprüngen zu insgesamt nur sehr selten. Ebenfalls Ende April 1897 wurde ein weiterer wilder Mann in den Wäldern in der Nähe von Stood in Ohio gesehen. Nachdem er einen Jungen angegriffen hatte, machten sich 30 bewaffnete Männer auf die Jagd nach ihm. Jedoch offenbar ohne Erfolg, denn es legt kein Bericht über einen Fang vor. Nach Angaben eines Zeugen sei er sehr groß und fast nackt gewesen und habe laufen können wie ein Hirsch. Ein anderer Zeuge sagte aus, er habe zerlumpte Hosen getragen. Wenn gleich diese letzte Aussage darauf schließen lässt, dass es sich tatsächlich eher um einen wilden Menschen als um einen echten Bigfoot gehandelt hat, so liegen uns doch Einzelheiten von sechs anderen Sichtungen vor, bei denen ein augenscheinlicher Bigfoot ebenfalls Kleidungsstücke trug. Abgesehen von der Sichtung von Deep Queek aus dem Jahr 1894 stammen alle diese Schilderungen aus relativ neuer Zeit. In den entsprechenden Kapiteln werden wir noch genauer auf sie eingehen. Die angeblichen Kleidungsstücke sind ein weiteres Rätsel, mit dem sich die Bigfoot-Forschung auseinandersetzen muss. Am 26. Mai 1897 wurde in Ohio in der Nähe von Rome ein weiterer wilder Mann gesehen, der als Gorilla ähnlich beschrieben vor bei Stood gesichtet wurde. Zwei Männer, die gerade Holz schlugen, berichteten über ein etwa 1,80 Meter großes Wesen mit langen, lockigen Haaren, das von ihnen bis in ein felsiges Gebiet in der Nähe des Ohio River verfolgt wurde. Dort verloren sie dann seine Spur. Unser letzter Bericht aus den vergangenen Jahrhundert zeigt den Bigfoot in einem besseren Licht als gewöhnlich und lässt darauf schließen, dass er auch eine liebenswürdige und menschenfreundliche Seite haben könnte. Die Schilderung stammt von einem Indianer, der in einer Berghütte in der Nähe von Two Lake in Kalifornien lebte. An einem Sommerabend im Jahr 1897 bemerkte er vor sich auf dem Pfad etwas, das er zuerst für einen großen Busch hielt. Als er jedoch einen strengen Muschelsgeruch wahrnahm, Es gab einen Laut von sich und machte eine Bewegung. Als Gäse der Freundschaft legte der Indianer daraufhin die Fische, die er bei sich trug, vor sich auf den Boden. Die Kreatur nahm die Fische und verspannt mit einem langen, tiefen Ruf in den Bäumen. Einige Wochen später hörte der Indianer frühmorgens ein Geräusch vor seiner Hütte. Als er hinausging, fand er noch andere Geschenke, wie zum Beispiel Wildfrüchte, Beeren und Feuerholz. Derselbe Indianer hatte einige Jahre später noch eine weitere wichtige Begnung mit einem Bigfoot. Da sie jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts stattfand, wird sie erst im nächsten Kapitel beschrieben. Bigfoot nimmt Gestalt an. 1900 bis 1920. Im Vergleich zur großen Anzahl heute publizierter Berichte liegen aus den ersten vier Jahrzehnten dieses Jahrhunderts nur relativ wenige Bigfoot-Meldungen vor. Dies bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass die Kreatur damals weniger häufig gesichtet wurde. Die im frühen 20. Jahrhundert abgegebenen Beschreibungen des Bigfoot und seiner Verhaltensweisen weisen große Parallelen zu heutigen Schilderungen auf. Dass aus diesen Jahrzehnten weniger Berichte vorliegen, liegt wohl hauptsächlich daran, dass die Sichtungen häufig in sehr entlegenen Gebieten erfolgten und die Menschen in den meisten Fällen einfach nicht wussten, wem sie ihre Beobachtungen mitteilen sollten. Sie behielten sie deshalb wahrscheinlich einfach für sich. Sichtungsberichte aus diesen Jahren werden heute jedoch nur dann bekannt, wenn sie ihren Weg in die örtlichen Zeitungen gefunden haben, die Versichtungen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert fast die einzigen Quellen darstellen. Erschwerend kommt hinzu, dass damals, wenn überhaupt, nur sehr eine frühe Sichtung, über die damals auch in der Zeitung berichtet wurde, fand im Jahr 1900 in der Nähe von Myrtle Point in Oregon statt. Aufgrund ihrer Fortbewegungsweise wurde die gesichtete Kreatur als Kängurumensch bezeichnet und überraschenderweise als sehr gut aussehend beschrieben. Das Bergbaugebiet Sixes im County Curry kann sich damit rühmen, in den letzten 30 Jahren Heimat eines Kängurumenschen gewesen zu sein. Als die Bergarbeiter William Page und Johnny McCulloch vor kurzem auf die Jagd ging, beobachtete McCulloch den fremdartigen Tiermenschen an einem Fluss beim Trinken. Als Page auf das Wesen aufmerksam wurde, erschrak dieses und flüchtete mit katzenhafter Gewandtheit, die schon immer eines seiner charakteristischsten Merkmale war. Mit ein paar Sprüngen war es außer Sicht. Allein das Auftauchen dieses Tieres reicht schon aus, um die zerklüfteten Bergregionen Angst und Schrecken zu versetzen. Schilderungen zufolge hat es das Äußere eines sehr gut aussehenden Menschen, ist 2,70 Meter groß und besitzt eine flache Stirn. Haare hängen ihm bis in die Augen und auch sein übriger Körper ist durch ein dichtes Haarkleid geschützt. Seine Arme reichen bis fast auf den Boden und durch Ausmessen seiner Fußspuren weiß man, dass seine Füße knapp 46 Zentimeter lang sind. Die Spuren zeigen zudem 5 gut ausgeprägte Zähne. Paige und McCulloch würden nur zu gern wissen, ob sie ein unbekanntes Tier, einen wilden Menschen oder gar den Teufel selbst gesehen haben. Ebenfalls im Jahr 1900 stürzte sich viele Kilometer weiter nördlich in Alaska eine Gruppe beharrter Kreaturen auf einen Goldsucher, der auf einen Baum geklettert war, um sich zu orientieren. Er schildert sie wie folgt Es waren wirklich schreckliche Wesen. Es müssen wirklich Teufel gewesen sein, denn es waren weder Menschen noch Affen. Sie hatten aber Ähnlichkeit mit beiden. Sie waren vollkommen geschlechtslos und am ganzen Körper mit langen struppigen Haaren bedeckt, außer dort, wo schorf und nässende Wunden zu sehen waren. Der Goldsucher rannte, die Bigfoots östlich von Thomas Bay, in der zur selben Zeit auch von anderen Zeugen behaarte Wesen gesehen wurden. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts hatte der Indianer, dessen ersten Kontakt mit einem Bigfoot wie am Ende des letzten Kapitels beschrieben haben, eine erneute Begegnung mit dem von ihm Matta Kagmi genannten Wesen. Goldsucher hatten ihn mittlerweile als Führer angestellt. Als er am Fuße des Mont Shasta in Kalifornien allein die Gegend aus kundschaftete, wurde er von einer Schlange gebissen. Er konnte sie zwar noch töten, fiel dann jedoch in Ohnmacht. Als er wieder aufwachte, sah er sich von drei 2,40 bis 3 Meter großen Bigfoots umringt, die seine Wunde versorgt hatten und ihn einen Pfad hinunter trugen. Nach den sie ihn in einem Baum gelegt hatten, konnte er von dort aus die Gold Suche alarmieren. Im Jahr 1901 beobachtete der Holzfachmann Mike King einen Bigfoot beim Waschen von Wurzeln. King befand sich auf Vancouver Island in British Columbia im Gebiet von Campbell River und war allein, dass er seine indianischen Träger vor dem im Wald lebenden Affen Menschen fürchteten. Seinen Angaben zufolge sah er ein menschenähnliches Wesen, dessen einem Wassertümpel Wurzeln wusch und sie dann in zwei sauberen Stapeln aufschichtete. Als es bemerkte, dass es beobachtet wurde, rannte es mit einem Schrei davon, stoppte dann aber und schaute zurück. King gab folgende Beschreibung. Es war vollständig mit einem rötlich-braunen Haarkleid bedeckt. Seine Arme waren auffallend lang und kamen sowohl beim Klettern als auch beim Laufen durch das Unterholz sehr geschickt zum Einsatz. Er stellte außerdem fest, dass es menschenähnliche Fußabdrücke hinterließ, die Zähne jedoch extrem lang und überaus weit gespreizt waren. Anfang 1902 wurde in Idaho ein Bigfoot gesichtet, der einen Holzknüppel schwang. Sein Wilkesboro Chronicle beschriebenes Verhalten war ebenfalls ungewöhnlich. Die Einwohner der in einem entlegenen Teil des Banach County in Idaho gelegenen Kleinstadt Chesterfield werden momentan durch ein menschenähnliches Monster in große Aufregung versetzt, das in der Umgebung aufgetaucht ist. Es ist behaart und etwa 2,40 Meter groß. Zum ersten Mal wurde es am 14. Januar gesehen, als es unter einer Gruppe junger Leute auftauchte, die auf dem Fluss nahe John Goof's Ranch Schlittschuh liefen. Es zeigte sich sehr aggressiv, schwang einen Knüppel und ging unter lauten Schreien auf die Läufer los, die es aber bis zu ihren Kutschen schafften und sich in Sicherheit bringen konnten. Nach Ausmessen der Fußabdrücke stellte man fest, dass die Füße der Kreatur etwa 55 Zentimeter lang und ca. 18 Zentimeter breit sind. Auffallend ist, dass sich nur vier Zehen abgezeichnet haben. Viehzüchter berichten, dass sie seine Spuren in den Bergen gesehen haben. Dass sich die Menschen der Umgebung nicht sicher fühlen, solange die Kreatur frei herumläuft, hat man 50 Männer auf ihre Fährte gesetzt, um sie zu fangen. Das ungewöhnliche Schwingen eines Knüppels und die Tatsache, dass der Bigfoot anscheinend nur vier Zehen besaß, sollten nicht zu falschen Schlüssen führen. Wenn gleich selten, wurde derart angriffslustiges Verhalten auch bei einigen anderen Begegnungen festgestellt. Auch das Fehlen von Zehen ist kein Einzelfall. Die menschenähnlichen Wesen in der Umgebung von Myrtle Point in Oregon waren um die Jahrhundertwende sehr aktiv, wie auch der folgende Zeitungsartikel aus dem Jahr 1904 zeigt. Immer wieder drangen aus dem Bergbaugebiet Sixers im Coos County in Oregon nahe Myrtle Point in den letzten zehn Jahren aufsehenerregende Geschichten über einen wilden Menschen oder ein unheimliches und schreckliches Monster an die Öffentlichkeit. Das Wesen geht aufrecht und wurde mittlerweile von einer Das erneute Auftauchen des wilden Mannes der Sixers hat bei einigen Bergarbeitern Unruhe und Furcht ausgelöst. Einem Bericht zufolge wurde die Kreatur seit dem zehnten des letzten Monats dreimal gesehen, das erste Mal am Thompson Flat. Ward und ein junger Mann namens Burleson saßen des Nachts am Feuer ihrer Hütte, als sie etwas um die Hütte schleichen hörten. Sie dachten zuerst es sei ein Mensch, aber als es an die Ecke der Hütte kam, begann es sie kräftig zu schütteln und machte die ganze Zeit über jenen fürchterlichen Lärm, der wagemutige Bergarbeiter schon so oft vor dem haarigen Menschen gewarnt und sie zur sofortigen Flucht veranlasst hatte. Ward ging zur Tür und konnte von dort aus deutlich sehen, wie das Monster wieder verschwand. Er schickte der Kreatur eine Kugel nach, die jedoch und wird beim Erzählen wieder von Aufregung gepackt. Etwa um 5 Uhr morgens rüttelte der wilde Mensch derart heftig an der Tür, dass Ward und einer der herrissen Jungen aus dem Schlaf hoch schreckten. Sie nahmen ihre Gewehre, um den eindringenden Gebühren zu empfangen. Als Ward auf das Wesen feuerte, schleuderte es als Antwort einen fast 2 Kilogramm schweren Stein in den wilden Mann tatsächlich gibt. Sie haben ihn gesehen und wissen somit wovon sie reden. Ihren Angaben nach hat er das Aussehen eines Gorillas und ist mit keinem anderen Lebewesen zu vergleichen. Nicht nur wegen seiner Fähigkeit mit Urgewalt Steine und Felsbrocken sehr genau ins Ziel zu bringen, sondern auch weil er etwa 2 10 groß und vollständig behaart ist. Kurz Er sieht aus wie der Teufel persönlich. Die Tatsache, dass die Kreaturen an den Hütten der Bergarbeiter rüttelten, könnte darauf hindeuten, dass sie durch die Anwesenheit des Menschen verärgert waren. Sie wollten ihm wahrscheinlich bedeuten, er solle verschwinden und möglichst nicht mehr wiederkommen. Drei Jahre später, im März 1907, verbreitete ein 1,50 Meter großer, langhaariger Affe, der des Nachts am Strand nach Muscheln grub und dabei ein schreckliches Geheul ausstieß, unter den in einer kleinen Siedlung nahe Bishops Cove auf Vancouver Island in British Columbia lebenden Indianern derartig Angst und Schrecken, dass sie Zuflucht auf dem nahe am Ufer vorbeifachenden Dampfer Capilano suchten. Durch die große öffentliche Aufmerksamkeit, die Bigfoot-Sichtungen in letzter Zeit zuteilworten, melden sich jetzt auch Zeugen zu Wort, die den Bigfoot bereits vor längerer Zeit begegnet sind. Dadurch kommen einige ungewöhnliche und für die Forscher sehr interessante Geschichten ans Licht, wie zum Beispiel die einer Frau aus Oregon, die 1976 an das Magazin Agassi schrieb und schilderte, wie sie im Jahr 1910 als Zehnjährige in den Wäldern nahe ihres Elternhauses bei Mirror Lake in Wisconsin eine Begegnung mit einer großen haarigen Kreatur hatte. Das Wesen sei aufrecht gegangen, habe die Augen eines Menschen gehabt und sei ihr auf dem Weg nach Hause lange Zeit gefolgt, ohne sie jedoch anzugreifen oder zu erschrecken. Ihr Vater habe es als gutmütigen Bären abgetan, sei aber nicht hinaus gegangen, um es selbst in Augenschein zu nehmen. Am nächsten Tag habe sie die Fußspuren der Kreatur im Schnee gefunden. Sie seien doppelt so groß gewesen wie die ihres Vaters. Aber wieder habe sich niemand außer ihr für sie interessiert. Eine weitere frühe Sichtung schilderte Mrs. Kelly Lund in einem Brief, den sie 1969 an den Forscher John Green schrieb. Die geschilderten Vorfälle ereigneten sich auf einer Ranch in der Nähe von Oakville im Westen des Bundesstaates Washington. Der Frühling des Jahres 1933 war nass und wir lagen am Fluss. Alle bewirtschafteten das untenliegende Land und bauten ihre Häuser auf den Anhöhen. Die Ball Schlogging Company hatte das Gebiet zwischen 1915 und 1923 zwar gerodet, 1933 standen auf vielen Hügeln jedoch bereits wieder Bäume. Zu jener Zeit besuchte ich die High School in Oakville und war am Wochenende, an dem sich der Vorfall ereignete, mit mehreren anderen Mädchen in der Stadt zum Tanzen gewesen. Immer wenn ich spät nach Hause kam, ging ich durch die Hintertür ins Haus. Die Schreie von Kojoten und Pumas waren mir von klein auf vertraut. Gerade als ich die Tür aufschloss, ertönte jedoch von einem der Hügel ein Laut, den ich nie zuvor gehört hatte. Ich bekam ein wenig Angst und weckte meine Mutter auf, damit sie sich dieses mir vollkommen rätselhafte Geräusch auch anhörte. Ich bemerkte auch, wie von einem anderen Hügel aus einer Antwort gegeben wurde. Mutter stand auf und reagierte so merkwürdig, dass sie fast nicht wieder erkannte. Das ist wieder dieser schreckliche Affe, murmelte sie vor sich hin. Als ich sie um eine Erklärung bat, vertröstete sie mich. Ich werde es dem Morgen erklären. Lass uns reingehen, wir sind hier draußen nicht sicher. Am nächsten Tag erzählte mir meine Mutter folgende Geschichte. Nachdem mein Großvater gestorben war, teilte meine Großmutter die alte Wensch unter den Kindern auf. Meine Mutter erhielt etwa 40 Morgen Land, auf dem dann unser Haus stand. Der Wald reichte damals fast bis an die Rückwand des Hauses heran. Im Herbst 1912 war mein Vater nach Aberdeen gefahren, um dort Kartoffeln zu verkaufen, die er auf den zehn bereits geruderten Morgen gezogen hatte. Da er auch über Nacht wegbleiben musste, war meine Mutter in dem kleinen Haus ganz allein. Das Haus besaß vorne eine Veranda und ein großes Erker Fenster. Meine Mutter schlief nicht sehr gut diese Nacht, dass sie das Alleinsein nicht gewohnt war. Etwa um 1 Uhr nachts hörte sie auf der Veranda plötzlich ein schreckliches stampfendes Geräusch. Sie stand auf, um nachzuschauen. Zuerst dachte sie, die Silhouette, die sie draußen im hellen Mondlicht erkennen konnte, sei die eines Bären. Das Tier stand jedoch auf den Hinterbeinen und war so groß, dass es sich hinunter beugen musste, um ins Fenster zu schauen. Meine Mutter meinte, es sei über 1,80m groß gewesen und habe im Mondlicht ganz und gar nicht wie ein Bär ausgesehen. Nach ein paar Minuten sprang es dann von der Veranda und ging das Haus herum. Meine Mutter lief in die Küche, um es besser beobachten zu können. Sie stellte fest, dass das Wesen einem Affen ähnelte. Am meisten Angst hatten ihr die Laute gemacht, die es bei seinen Gang um das Haus von sich gegeben hatte. Sobald es Tag geworden war, ging sie zu meiner Großmutter hinüber und erzählte ihr, was sie gesehen hatte. Ihre Brüder lachten sie aus und meinten, sie habe einfach einen Albtraum gehabt. Als mein Vater zurückkehrte, glaubte er ihr ebenfalls nicht. Da sie fürchtete, sich voll ins Lächerlich zu machen, beschloss sie, den Vorfall nie wieder zu erwähnen. Dies war 15 Kilometer von der Stadt Gallipolis entfernt. Das Ereignis ist eine Art Vorbote späterer Begegnungen, an denen anscheinend UFOs beteiligt waren. Die Augenzeugen Mr. J. M. und seine Mutter pflückten gerade Bären auf ihrer Farm, als sie eine merkwürdige dunkle Wolke erblickten, die zuerst über ihnen schwebte und ihnen dann auf ihrem Weg durch den Wald folgte. M. erzählt, was als nächstes geschah. Meine Mutter ging ziemlich schnell und war bald etwa 10 bis 15 Meter vor mir. Wir erblickten das Monster, als es nur wenig rechts von uns stand. Es ging quasi parallel zu mir. In diesem Augenblick stand es jedoch hinter einer kleinen Botenwelle, sodass ich es nur von den Knien an aufwärts sehen konnte. An die Arme kann ich mich nicht erinnern. Es hatte einen klobigen Kopf, der direkt auf den Schultern zu sitzen schien und immens breite Schultern, die doppelt so breit waren wie die eines Menschen. Außerdem war es dunkel gefärbt. Als ich meine Mutter zu mir umdrehte, schrie sie Los, weg! Das Monster bewegte sich ein wenig nach links, stoppte dann, drehte sich um und schien mich anzustarren. Es gab ein Laut von sich, das sich wie ein Knurren oder Bellen anhörte. Nachdem sie ein Stück weit gelaufen waren und wieder Ausschau hielten, waren Kreatur und Wolke verschwunden. Eine andere entlegende Region, in der in früheren Zeiten häufig Begegnungen mit Bigfoots stattfanden, die starke Parallelen zu heutigen Sichtungen aufweisen, ist das Gebiet um Trevorsbein nahe der Goose Bay in Labrador. Die Ereignisse von 1913 wurden erst Jahre geöffentlicht und obwohl er die Geschichten, die er hörte, als er in den 30er Jahren in Trevorsbein lebte, für Geistergeschichten zu halten scheint, deutet die Beschreibung in seinem Buch darauf hin, dass ein sehr reales Wesen gesehen wurde, ein Bigfoot. Geistergeschichten sind in diesem Landstrich mit seinen primitiven engsten und verstreut liegenden Häusern allgegenwärtig. Eine der unheimlichsten ist die über den Gorilla von Trevorsbein. Vor etwa 20 Jahren spielte ein kleines Mädchen an einem Herbstnachmittag gerade auf einer offenen, mit Gras bewachsenen Lichtung, als er ein riesiges, behaartes Wesen mit lang herunterhängenden Armen aus dem Wald kommen sah. Wenn es aufrecht stand, war es etwa 2, 10 groß. Manchmal ließ es sich jedoch auf allen Vieren nieder. Auf seinem Kopf war eine weiße Mähne zu erkennen. Nach als die Kreatur sie herüberwinkte, rannte das Mädchen schreiend ins Haus. Die Spuren des Besuchers fanden sich überall, im Schlamm, im Sand und später auch im Schnee. Man maßte die Abdrücke aus und erstellte Papierschablonen von ihnen, die auch heute noch existieren. Der merkwürdige Fußabdruck ist etwa 30 Zentimeter lang, am Hacken schmal und gabelt sich vorne in zwei breite In einigen Fällen jedoch waren die Spuren auch nicht tiefer eingedrückt als die eines Menschen. Man legte Bärenfallen aus, denen das Wesen aber sorgsam aus dem Weg ging. Es riss die Burken von den Bäumen und grub riesige verrottete Baumstämme aus, offensichtlich auf der Suche nach Larven und Würmern. Es wurden Jagden auf das Wesen organisiert und die Holzfäller, die sich damals gerade am Mud Lake befanden, kamen mit ihren Gewehren und lagen die ganze Nacht an den Wegen auf der Lauer, jedoch ohne Erfolg. Etwa ein Dutzend Personen haben mir gesagt, sie hätten sein Trittsiegel mit eigenen Augen gesehen und könnten sie keinem ihnen bekannten Lebewesen zuordnen. Eines Nachmittags sah ein Mädchen die Kreatur, als sie gerade das Fenster blickte. Als das Kind aufschrie, griff sich die alte Mrs. Michelin ein Gewehr und rannte zur Tür. Sie sah gerade noch einen Teil ihres Kopfes zwischen den dichten Weiden verschwinden, feuerte in Richtung der sich bewegenden Bücher und war auch der Meinung, den mysteriösen Gast getroffen zu haben. Sie berichtete, das Wesen habe eine Art weiße Krause oder einen weißen Kamm auf dem Kopf gehabt. In der Nacht verbarrikadierte die Familie die Tür mit einem schweren Birkenstamm und schlief in den oberen Räumen Gewehre und Äxte immer griffbereit. Auch die Hunde witterten das Geschöpf, denn die Familie hörte sie bei seinem Herannahren Knurren und Bellen. Häufig muss es sie in den Fluss getrieben haben, denn des Morgens waren sie oft tropfnass. Eines Nachts, als die Tiere das Wesen gestellt hatten, schlug es mit einem Stock oder einem Knüppel nach ihnen, der das Haus in einer Ecke mit einer solchen Wucht traf, dass die Balken zitterten. Die männlichen Familienmitglieder trugen immer Gewehre bei sich, bekamen jedoch nie die Gelegenheit auf das Wesen zu schießen. Zwei Winter trieb es in der Gegend sein Unwesen. Man beachte, dass der Gorilla angeblich einen Knüppel geschwungen hat, genau wie der elf Jahre zuvor gesicherte Bigfoot in Idaho. Die weiße Mähne oder Krause, die es auf seinem Kopf hatte, ist zwar ungewöhnlich, aber kein Einzelfall. Ein Bigfoot, der 1923 und 1946 in der Nähe von Cobalt, Ontario gesehen wurde, besaß Angaben zufolge ebenfalls eine helle Mähne, die ihm den Namen Yellow Top oder Gelbkopf einbrachte. in Pennsylvania ein grauer Bigfoot gesehen, der ebenfalls einen weißen Haarschopf aufwies. Die beschriebene Fußspur ist in der Tat merkwürdig. Wenn gleich der größte Teil des Bigfoots zugeschriebenen Spuren fünf Zehen aufweist, lassen sich bei einigen nur vier und bei einer überraschend großen Zahl sogar nur drei Zehen erkennen. Eine Spur mit zwei Zehen findet sich in unserem Archiv jedoch selten. Ein weiterer besuchte, um die Geschichte näher zu untersuchen. In seinem Buch Wildlife Sketches Near and Far beschreibt er zwei der Kreaturen. Insofern unterscheidet sich sein Bericht zwar von der Darstellung Merricks, in vielen anderen Aspekten sind sie jedoch ähnlich. Um 1913 erhielt die kleine Siedlung Trevor's Pine um Lake Melville Besuch von zwei unheimlichen Tieren, die die Hunde zum Wahnsinn trieben und die Menschen in Angst und Schrecken versetzten. Sie hinterließen Tiefe, etwa 30 Zentimeter lange Spuren, die auf großes Körpergewicht schließen lassen. Mit großer Kraft gruben sie verrottete Baumstämme aus dem Boden und rissen sie auseinander, offenbar auf der Suche nach Kerbtieren. Manchmal standen sie aufrecht auf den Hinterbeinen und sahen dann aus wie riesige behaarte Menschen, etwa zwei Meter zehn groß. Sicherlich war es diese Beschreibung, die Merrick dazu veranlasste, vom Gorilla von Trevor's Pine zu sprechen. Häufig liefen sie jedoch auf allen Vieren. Sie taten sich an einigen See und Knochen gütlich, die für die Hunde zu groß gewesen waren. Und was für ein Husky zu groß ist, ist wirklich groß. Wenn die Wesen nachts in die Siedlung kamen, nahmen zahllose Hunde die Verfolgung auf, von denen viele aber niemals Tiere, die von den Bewohnern als Mann und Frau bezeichnet wurden, weil eines größer als das andere war, blieben trotz vieler Versuche sie zu fangen oder zu verjagen in der Umgebung der Siedlung. Eines Tages war Mrs. Michelin mit ihrer kleinen Tochter allein zu Haus. Das Kind spielte draußen in den Büschen und kam plötzlich schreiend ins Haus gerannt. Es kommt mir nach, Mutti, es kommt mir nach. Mrs. Michelin langte nach dem geladenen Schrotgewehr, das immer griffbereit lag, wenn ihr Mann nicht zu Hause war und lief zur Hintertür hinaus. Alles, was ich sehen konnte, war der Busch, der sich bewegte und der Schatten eines riesigen, etwa zwei Meter großen Tieres, das in den Erlen stand. Es schien eine Art weiße Krause oder Mähne kam nicht mehr zurück und als die Männer aus der Segelmühle zurückkamen, fanden sie an der Stelle, wo das Tier gestanden hatte, Blutspritzer. Als die Segelmühle schloss, hielten die Männer verstärkt nach dem Wesen Ausschau, fanden es sie doch nie. Seitdem gab es immer wieder Begegnungen mit ähnlichen Tieren und von Zeit zu Zeit fand man Spuren, zuletzt um 1940. Ich fragte Mrs. Michelin gerade heraus, ob sie nicht auch einen Bären gesehen haben könnte. Sie aber antwortete, es war kein Bär, Mr. White. Mit den Fallen meines Mannes habe ich zwölf Bären getötet und ich kenne ihre Spuren sehr genau. Ich habe genug von diesen Dingen gesehen, um sicher zu sein. Ich habe auf es geschossen und gehört, dass die Kugel getroffen hat. Eine Nase und ein scharfes Kinn, beides Merkmale, die für einen Bigfoot eigentlich nicht typisch sind. Der Zeuge war zum damaligen Zeitpunkt acht Jahre alt und lebte in Churchville, Maryland. Er suchte hinter dem Haus nach seiner Mütze und hatte, da es Abend war, eine Laterne bei sich, als er die Kreatur auf einem Stamm sitzen sah. Seine von ihm hochgehaltene Laterne befand sich in einer Höhe mit den Augen des Bigfoot und obwohl das Wesen ihn hätte angreifen können, begnügte es sich damit ihn anzuschauen. Etwa um 1915 herum sah Quam King, ein junger Mann, der sich gerade auf dem Heimweg von einer Tanzveranstaltung zu seinem Haus in der Nähe der Stadt Wann in Oklahoma befand, ein 1,50 bis 1,80 großes, menschenähnliches Wesen, das am Tor zu seinem Haus stand. Es hatte einen breiten Brustkorb, laut King etwa 1,20 m und stand dort mit ausgestreckten Armen. Er wartete nicht erst ab, was der Bigfoot vorhatte. Albert M. Fletcher war eine von mehreren Personen, die 1917 in der Umgebung eines Holzfäller Camps einen Bigfoot sahen. 1969 schrieb er einen Bericht über den Vorfall, der damals zwar schon über 50 Jahre zurück lag, an den er sich aber trotzdem noch gut zu erinnern schien. Im Herbst 1917 arbeitete ich als 17-Jähriger in einem Holzfäller Camp am Cowlitz River im Staate Washington. Eines mundhellen Abends ging ich auf eine Schneise, die zum Abtransport des Holzes geschlagen worden war, zu einer Tanzveranstaltung, als ich plötzlich das ungute Gefühl hatte, dass ich mir etwas folgte. Obwohl ich ständig über die Schulter schaute, konnte ich nichts entdecken. Als der Weg eine Biegung machte, duckte ich mich hinter einen Baum und wartete. Gleich darauf zeigte sich eine etwa zwei Meter große, menschenähnliche Kreatur, die auf den Hinterbein ging. Sie war dunkel behaart, hatte ein bärtiges Gesicht, einen breiten Brustkorb und trug, soweit ich erkennen konnte, keinerlei Kleider. Als ich einen Schreckensschrei ausstieß, drehte sich das Wesen hastig um und verschwand, immer noch auf den Hinterbein laufend im Wald. Als ich meinen Kollegen davon erzählte, erntete ich von einigen zwar Gelächter, andere bestätigten jedoch, dass auch sie dieses Geschöpf bereits gesehen hätten. Keiner hatte eine Erklärung und der Kreatur wurde auch nie ein Name gegeben, aber alle stimmten überein, dass es ein großes affenähnliches Wesen war, das Ähnlichkeit mit einem riesigen Menschen hatte. Angriffe und Entführungen 1921 bis 1940 Im Jahr 1924 fanden zwei für die Bigfoot-Forschung sehr wichtige Ereignisse statt. Ein Angriff auf eine Hütte im Kaskadengebirge im Staat Washington und die Entführung des Albert Ostmann in British Columbia. Zuvor hat es 1923 in Ontario gelegentlich Sichtungen des Yellow Top durch Gold zurückgegeben, wie sich aus dem North Bay Nugget entnehmen lässt. Cobalt 27. Juli 1923 Mr. J.R. McAuley und Mr. Lorne Wilson behaupten, während ihrer Arbeit in ihren Claims, nördlich und östlich der in der Nähe von Cobalt gelegenen Wettlaufermine den Urzeitmenschen gesehen zu haben. In 17 Jahren wurde damit im Bezirk zum zweiten Mal jene behaarte affenähnliche Kreatur gesehen, der man aufgrund ihrer hellen Mähne den Spitznamen Yellow Top gegeben hat. Die zwei Goldsucher sagten aus, sie hätten gerade Gesteinsproben entnommen, als sie eine Gestalt abblickten, die zuerst wie ein Bär ausgesehen habe, der gerade Blaubeeren fresse. Wilson sagte, er habe das Geschöpft mit einem Stein beworfen. Daraufhin richtete er sich auf, knurrte uns an und rannte davon. Es sah vollkommen anders aus als die Bären, die ich bis jetzt gesehen habe. Es hatte einen gelblichen Kopf, während der restliche Körper vollständig mit schwarzen Fellhaaren bedeckt war, wie bei einem Bären. Zum ersten Mal wurde diese Kreatur im September 1906 von einer Gruppe von Arbeitern gesichtet, die den Stützrahmen für die Violet Mine östlich von Kobalt bauten. Seitdem war sie jedoch nicht mehr aufgetaucht. Genau ein Jahr später, im Juli 1924, sahen sich Fredbeck und seine Washington gleich mit mehreren Bigfoots konfrontiert. Der Canyon wurde später als Ape Canyon, als Affenschlucht bekannt. Die Geschichte wird im Portland Oregonian geschildert. Marion Smith, sein Sohn Roy Smith, Fred Beck, Gabe Lefeffer und John Patterson berichteten heute in Kelso von einer unheimlichen Begebenheit, die im Kaskadengebirge widerfahren ist. Sie hatten dort diese Woche eine Begegnung mit den mysteriösen Bergteufeln oder von ihnen erschießen und wurden daraufhin während der Nacht von den übrigen Wesen mit Steinen bombardiert. Die Männer erkundeten ein Claim am Muddy, einem Nebenlauf des Levis River, etwa 13 Kilometer von Spirit Lake und etwas mehr als 70 Kilometer von Castle Rock. Sie gaben an, viel der riesigen Tiere gesehen zu haben. Die Wesen hätten etwa 200 Kilogramm gewogen und seien aufrecht gegangen. Smith und seine Kollegen erklärten außerdem in den letzten sechs Jahren bereits einige Male die Spuren der Tiere entdeckt zu haben. Indianer erzählen zwar bereits seit 60 Jahren von den Bergteufeln, niemand hatte die Tiere jedoch bis jetzt zu Gesicht bekommen. Nach eigenen Angaben traf Smith auf eine der Kreaturen und schoss einige Revolverkugeln auf sie ab. Am Donnerstag hat Fretbeck eines der Wesen angeblich sogar erschossen. Es sei danach in die Schlucht hinabgestürzt. In der darauffolgenden Nacht hätten die Tiere dann die Hütte, in der die Männer Halt gemacht hatten, mit einem Stein Hagel bombardiert. Viele der Brocken seien sehr groß gewesen und hätten aus den Holzwänden der Hütte Stücke herausgerissen. Roger Patterson, der Mann der 1967 in Kalifornien einen Bigfoot filmen konnte, interviewte Fred Beck 1966 und erfuhr dabei nähere Interviews ist in John Green's Sasquatch The Apes Among Us enthalten. Obwohl das Gespräch mit Beck erst 42 Jahre nach den oben beschriebenen Ereignissen stattfand, waren der Schrecken und die Aufregung der damaligen Begegnung immer noch deutlich spürbar. Die Geschehnisse waren Beck offenbar sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Zur Attacke auf die Hütte berichtet der Folgendes. Ich sage Ihnen, fast die ganze Nacht haben sie das Haus angegriffen und versucht hineinzukommen. Wir schossen die ganze Zeit. Als sie sich auf dem Dach befanden, schossen wir durch die Decke. Zwar konnten wir sie nicht sehen, hören aber umso mehr. Mein Gott, die machten vielleicht einen Lärm. Als ob Pferde dort oben herumrennen würden. Interessant ist, dass Marion Smith einen Bigfoot zwar dreimal in den Kopf geschossen und zudem noch zweimal seinen Körper getroffen haben will, das Wesen aber trotzdem weitergelaufen sei. Fred Beck lieferte im besagten Interview außerdem eine Beschreibung der Kreaturen. Nun, sie waren groß, ich schätze sie auf zwei Meter fünf vielleicht sogar noch größer. Sie sahen aus wie Menschen, also mit schmalen Hüften, aber breiten Schultern und einem starken Brustkorb. Und sie hatten, wie heißt es doch gleich, einen Stirnnacken. Ohren und Gesichter der Wesen seien behaart gewesen und außerdem hätten sie eine Art Stupsnase, eine tja, irgendwie flache Nase gehabt. Ihre Arme seien lang und stark gewesen und sie hätten etwa 250 bis 350 Kilogramm gewogen. Nachdem die Männer auf die Kreaturen geschossen hatten, überraschte es nicht sonderlich, dass sie von ihnen im Elbcanyon nicht gerade freundlich behandelt und in ihrer Hütte angegriffen wurden. Der Bigfoot, der Orbert Ostman entführte, verletzte ihn zwar nicht, sorgte jedoch für ein Erlebnis, das Ostman nie vergessen konnte. Da er angesichts der unglaublichen Vorfalls verständlicherweise fürchtete, sich lächerlich zu machen, gab er Einzelheiten erst 1957 Preis, zu einer Zeit, als der Bigfoot vermehrt Gegenstand von Berichten und Artikeln wurde. Er schrieb einen Bericht über die Ereignisse, so wie er sich noch an sie erinnert. Ostman arbeitete 1924 auf Baustellen und brauchte etwas Urlaub. Er entschloss sich deshalb in British Columbia in der Gegend des Tauber Inlet nach Gold zu suchen. Er schlug in den Bergen sein Lager auf und begann die Suche nach dem Edelmetall. Als er bemerkte, dass seine Habseligkeiten immer wieder durchstöbert wurden, beschloss er, die folgende Nacht wach und angezogen im Schlafsack zu verbringen und das Gewehr griffbereit zu halten und den eindringenden Gebühren zu empfangen. Trotz aller guten Vorsätze schlief er jedoch ein und erwachte erst, als ihn etwas vom Boden aufhob. Mein erster Gedanke war, dass es sich um eine Rutschpartie auf Schnee handeln musste. Aber in der Umgebung meines Lagers gab es keinen Schnee. Dann glaubte ich, auf einem Pferderücken geworfen zu werden, spürte aber auf jeden Fall, dass sich das mysteriöse Unbekannte, was immer es war, gehend fortbewegte. Ich versuchte herauszufinden, um was für ein Tier sich handeln könnte. Gleichzeitig tastete ich nach meinem Messer, um mich loszuschneiden. Da ich mich aber in einer fast sitzenden Position befand, war es unter mir begraben, sodass ich es nicht erreichen konnte. Mein Gewehr allerdings war vor mir. Ich hielt es festgepackt und hatte nicht die Absicht, es loszulassen. Ab und zu spürte ich, wie die Büchsen in meinem Rucksack auf meinem Rücken drückten. Nach etwa einer Stunde merkte ich, dass wir einen steilen Berg hinaufstiegen. Mit jedem Schritt ging es höher hinauf. Mein unheimlicher Träger atmete schwer und gab manchmal ein leichtes Husten von sich. Nun wusste ich, dass es einer jener riesigen, in den Bergen lebenden Sasquatches sein musste, von denen mir die Indianer erzählt hatten. Meine Lage war äußerst unbequem, denn ich konnte mich nicht bewegen. Ich befand mich halten waren, hatte ich keine Möglichkeit, mich in eine andere Position zu bewegen. Im Schlafsack war es sehr heiß. Glücklicherweise aber hatte der Borsche den Schlafsack beim Aufnehmen nicht ganz schließen können. Oben war er deshalb einen Spalt breit offen geblieben, was mein Glück war, denn sonst wäre ich erstickt. Nun ging es wieder bergab. Manchmal spürte ich, wie ich den Boden berührte und einmal zog er mich auch ganz hinter sich her und ich spürte, dass er sich unter mir befand. Dann schien er endlich festen Boden erreicht zu haben und verfiel nun für längere Zeiten eine gleichmäßige Gangart. Mittlerweile hatte ich Krämpfe in den Beinen und es schmerzte fürchterlich. Ich hoffte inständig, dass er sein Ziel bald erreicht haben würde. Diese Art des Transports würde ich nicht viel länger aushalten. Nun ging es erneut einen Berg hinauf, was mir aber nicht sonderlich zu schaffen machte. Ich versuchte, die bisher zurückgelegte Entfernung und die eingeschlagene Richtung abzuschätzen. Soweit ich beurteilen konnte, waren wir mittlerweile etwa drei Stunden unterwegs. Wann wir genau aufgebrochen waren, wusste ich nicht, da ich geschlafen hatte, als er mich aufnahm. Endlich hielt er an und ließ mich zu Boden gleiten. Dann ließ er meinen Rucksack fallen und ich hörte die Büchsen klappern. Danach hörte ich ein Plaudern, eine Art Gespräch, das ich aber nicht verstand. Der Boden war so abschüssig, dass ich ein Stück weit bergab rollte, als er mich fallen ließ. Ich steckte meinen Kopf aus dem Schlafsack und bekam endlich ein wenig Luft. Ich versuchte meine Beine auszustrecken und aus dem Schlafsack herauszukriechen, aber meine Beine waren vollkommen taub. Da es dunkel war, konnte Albert Ostmann seine Entführer nicht sofort erkennen. Auch an Flucht war vorerst nicht zu denken. Als es ein mädig heller wurde, konnte er vier behaarte Kreaturen ausmachen, zwei große und zwei kleine. Anscheinend handelte es sich um Vater und Mutter mit zwei Kindern, einem Jungen und Mädchen. Kompass, etwas zu essen, Gewehrpatronen, einige Streichhölzer und ein Messer und suchte sich dann eine Stelle zum Lagern. Das Familienoberhaupt saß an der Öffnung des Tals, in dem sie sich befanden und es von hohen Bergen umgeben war. Als Ostmann ein oder zwei Tage später zu fliehen versuchte, versperrte er ihm den Weg. Ostmann musste also überleben, bis freundete sich mit dem jungen männlichen Bigfoot an und studierte das Familienleben der Wesen. Sie schliefen unter einem überhängten Felsen auf trockenem Moos und moosgefüllten Decken. Den Tag verbrachten sie mit Nahrungssuche. Sie sammelten Gras, Zweige, Schoten, Nüsse und Wurzeln. Niemals sah er sie Fleisch fressen. Ostmann hatte viel Zeit und die Bigfoots genau zu beobachten. Der junge Bursche war zwischen 11 und 18 Jahre alt, mehr als 2 Meter groß und wog etwa 130 Kilogramm. Sein Brustkorb war etwa 1,30 bis 1,40 breit, seine Hüfte ca. 90 bis 95 Zentimeter. Er hatte einen breiten Kiefer und eine schmale Stirn, die sich zum einige Zentimeter höher liegenden Hinterkopf hin hochwölbte. Die Wesen besaßen eine etwa 15 Zentimeter lange Kopfbehaarung, während die restliche Körperbehaarung eher kurz und an manchen Stellen sehr dick war. Die Stirnhaare der Weibchen waren leicht nach oben gedreht und als eine Art Pony frisiert. Das Alter des Muttertiers liegt heute irgendwo zwischen 40 und 70 Jahren. Sie war weit mehr als 2 Meter groß und wog schätzungsweise um die 250 Kilogramm. Sie hatte sehr breite oder Büstenhalter oder ein Korsett hätte ihrem Aussehen und ihrer Figur sichtlich gut getan. Die Eckzähne des alten Männchen waren zwar länger als die übrigen Zähne, aber nicht zu lang, um als Fangen oder Stoßzähne bezeichnet zu werden. Der Alte muss fast 2,50 groß gewesen sein. Er besaß einen immens breiten Brustkorb, einen großen Buckel und kräftige Schultern. Sein Bizeps war extrem stark ausgebildet und verjüngte sich in Richtung des Ellenbogens. Seine Unterarme waren zwar länger als die eines Menschen, jedoch trotzdem gut proportioniert. Die Hände waren breit, mit langen und breiten Handflächen, die außerdem geformt waren wie Schöpfkellen. Die Finger waren im Verhältnis zur übrigen Hand relativ kurz und seine Fingernägel erinnerten an Meißel. Die einzigen nicht der Augenlider. Ihre Ohren hatte ich nie gesehen, sie waren vollständig von Haaren bedeckt. Hätte das alte Menschen eine Krawatte tragen wollen, so hätte sie mindestens 75 Zentimeter lang sein müssen. Ich habe keine Ahnung, welche Schuhgröße die Familie benötigen würde. Einmal, als sich der junge Bursche niedersetzte, konnte ich einen Blick auf seine Füße werfen. Die Sohlen schienen gepolstert zu sein, wie die Pfoten eines Hundes. Der große Zeh war länger als die übrigen Zehen und sehr stark ausgebildet. Beim Bergsteigen reichte ihm bereits dieser große Zeh um Halt zu finden. Allgemein waren die Wesen sehr agil und lebhaft. Ostman kam schließlich auf die Idee, zur Flucht seinen Schnupftabak Vorrat einzusetzen. Sein Plan bestand darin, das Interesse des Alten zu wecken und ihm so viel Schnupftabak zu verabreichen, dass ihm übel wurde. Seine Geduld wurde schließlich belohnt. Eines Tages griff sich das Männchen eine ganze Schachtel und schlang den Inhalt auf einmal hinunter. Bald darauf wurde ihm schlecht und er suchte das Wasser auf, um zu trinken. Ostman nutzte die Gelegenheit, raffte seine Habseligkeiten zusammen und flüchtete durch die Talöffnung. Er feuerte sein Gewehr ab, um den Rest der Familie auf Distanz zu halten und lief den Hang hinunter. Ich befand mich in einem Canyon und kam gut voran. Ich muss fünf Kilometer an Weltrekordzeit zurückgelegt haben. Niemand folgte ihm und er fand schließlich zurück in die Zivilisation. Ostman ist zwar mittlerweile tot, der erfahrene Bigfoot-Forscher John Green kannte ihn jedoch über zwölf Jahre und sah Zoologen und Experten für Primaten konnten ihm keinen Schwindel nachweisen. Wir müssen also davon ausgehen, dass seine Geschichte, so fantastisch sie auch klingen mag, tatsächlich war ist. Im Jahr 1924 gab es noch eine dritte Bigfoot-Sichtung und zwar in der Nähe von Flagstaff in Arizona. Dabei beobachteten zwei Frauen einen Bigfoot, wie er im Garten ihre Ranch Rüben herausriss. Die über zwei Meter große und hellbeharte Kreatur verschmähte auch Mais nicht. Sie machte sich mit ihrer Beute davon und sprang auf ihrem Weg zurück in den Wald über einen Zaun. 1926 zeigte ein Bigfoot wieder einmal seine Abneigung gegenüber Hunden, eine Eigenheit, die immer wieder berichtet wird. Es liegt mittlerweile eine ganze Reihe von Schilderungen vor, in denen beschrieben wird, wer mit Hunden kämpft oder sie sogar tötet. Bei diesem Vorfall im Mountain Fork River in Oklahoma erspähten zwei von einem Hund begleitete Jäger auf einer Lichtung einen großen schwarzen und behaarten Affenmenschen, der davon lief, als sie zu schreien begann. Einer der Jäger setzte daraufhin seinen Hund auf das Wesen an. Der Vierbeiner kehrte jedoch nicht zurück und nach etwas einer Stunde fanden sie nur noch dessen Leiche. Nach Angaben der Jäger war das Tier fast in zwei Teile gerissen worden, wahrscheinlich von Bigfoot. Ein beunruhigendes Erlebnis hatte 1927 auch ein Autofahrer, der in der Nacht nach Salem in New Jersey unterwegs war. In einem Waldgebiet hatte er einen platten Reifen und stieg aus, um ihn zu wechseln. Er war gerade fertig, als das Auto plötzlich kräftig geschüttelt wurde. Als er aufschaute, sah er etwas, das aussah wie ein Mensch, jedoch keinerlei Kleidung trug und vollständig beharrt war. Der Fahrer ließ Reifen und Wagenheber einfach liegen und raste so schnell wie möglich davon. Nachdem er in Salem von seinem Erlebnis erzählt hatte, fuhren zwei Männer zurück, um nachzuforschen. Sie fanden zwar den Reifen und den Wagenheber, von Bigfoot fehlte aber jede Spur. Nur vier Jahre nach Albert Ostmans Abenteuer fand im British Columbia angeblich eine weitere Entführung statt. Das Opfer war der Indianer Mujala Tari vom Stamm der Nutga, der als vorstoßer Trapper in den Wäldern von Vancouver Island lebte. Sein Lager war nur mit dem Kanu zu erreichen. Eines Nachts wurde er nur mit Unterwäsche begleitet und in seine Decken gehüllt, von einem großen Bigfoot viele Kilometer weit in die Berge verschleppt. Als es Tag wurde, sah er, dass er sich in einer Gruppe von etwa 20 behaarten Kreaturen befand, die ihn aufmerksam untersuchten, speziell seine lose Haut, wollende Unterwäsche, an der sie interessiert zogen und zupften. Später, als sie das Interesse an ihm verloren hatten und er allein und frieren das saß, ergriff er die Gelegenheit zur Flucht und lief davon. Er wanderte erst 20 Kilometer zu seinem Kanu und paddelte dann in der Winternacht nackt bis auf die Unterwäsche 70 Kilometer nach Hause. Seine Freunde konnten ihn zwar wieder gesund pflegen, Mujalat Harry weigerte sich hinterher jedoch standhaft wieder zum Lager zurück zu kehren, um seine Ausrüstung und sein Gewehr zu holen. 1933 berichteten mehrere Reisende, die in der Wildnis Oregons unterwegs gewesen waren, einen Bigfoot gesehen zu haben. Einzelheiten finden sich in einem Artikel der Visala Times Delta vom 19. August. Eine Gruppe von Waldarbeitern machte heute in der Busch- und Kiefernlandschaft von Tilla Mockhead Jagd auf einen wilden Mann. Drei Augenzeugen beschrieben ihn als einen struppig aussehenden Menschen mit einem Tiergesicht, der davongelaufen sei, als er merkte, dass er beobachtet wurde. Das Wesen, bei dem es sich entweder um einen Wahnsinnigen, einen Eremiten oder aber um eine Sinnestäuschung handeln muss, war seinen Verfolgern schließlich entkommen und spurlos verschwunden. Suchmannschaften, die vor kurzem ausgesandt worden waren, um in der Region noch als vermisst gemeldeten Urlaubern zu suchen, sichteten den wilden Mann ebenfalls. Irving C. Allen, ein Beamter aus Seaside, berichtet, ich war am Bald Mountain hinter dem Suchtrupp zurückgeblieben. Als ich mich kurz umdrehte, sah ich es. Es sah aus wie ein zordiges, aber doch menschenähnliches Tier. Da es bereits dunkel wurde, konnte ich es nicht deutlich erkennen. Als es merkte, dass ich es beobachtete, drehte er sich um und verschwand in der Dunkelheit. Clement Klink, Mitglied eines anderen Suchtrupps, der einige Tage später unterwegs war, berichtete folgendes. Wir befanden uns gerade in der Nähe des Death Trap, auf der Jagd. Als ich eine Felsklippe hinaufschaute, sah ich in relativ große Entfernung einen Menschen, der wie ein Tier aussah und auf mich herunterstarrte. Als ich ihn weiter beobachtete, ergriff er die Flucht. William Layton, der am Tillamoket jeden Tierpfad und jede Felssinn erkennt, hat den wilden Mann Angaben zufolge ebenfalls gesehen. Nun, ich habe tatsächlich etwas Merkwürdiges gesehen, erklärt er auf Nachfrage, lehnt es jedoch ab, nähere Angaben zu machen. Zwischen 1934 und 1936 hatte noch ein anderer Indianer Begegnung mit einem Bigfoot. Der im Chehalis Reservat in der Nähe des Harrison River lebende Frank Dan hörte seinen Hund bellen und sah sich, als er nachschaute, plötzlich einem behaarten Riesen gegenüber. Seinen Angaben nach war das Wesen nackt und abgesehen von den behaart. Es sei groß und muskulös gewesen und habe furchterregend ausgesehen. Nach einem kurzen Augenblick rannte Frank ins Haus und verriegelte die Tür. Unbehelligt trottete der Riese dann gemächlichen Schrittes in das nahegelegene Gebüsch und verspannt. 1936 während Dan mit dem Kanu auf dem Morris Creek einem Zufluss des Harrison River unterwegs war, klatschte plötzlich nah am Boot ein Stein ins Wasser, der anscheinend den Uferhang hinabgerollt war. Als er aufschaute, sah er ein haariges Wesen mit einem großen Stein unter dem Arm, den es gleich danach auf das Kanu schleuderte. Da der Indianer nicht als Zielscheibe dienen wollte, paddelte er schnell davon. Ebenfalls in British Columbia, in der Nähe von Brides Will, hatte Mrs. Jane Patterson wahrscheinlich im Jahr 1937 eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Bigfoot im aufgegebenen Garten einer Ranch. Auf der Suche nach Rhabarber stand sie plötzlich einem behaarten Wesen gegenüber, das nur wenige Schritte von ihr entfernt saß. Sie sprach es an, aber es blinzelte nur, wahrscheinlich war es genauso überrascht wie sie. Es sei größer gewesen als sie, habe hellbraune Haare gehabt und wie ein Affe ausgesehen. Sie wich schließlich zurück und lief nach Hause. Die Reaktion ihres Mannes auf ihre Geschichte gibt man am besten mit ihren eigenen Worten wieder. Ich wollte noch einmal zurück und erzählte meinen Mann von der Begegnung. Er entgegnete jedoch, er vermisse keinen Affen, also ginge er auch nicht dorthin. Drei Tage später sprach ich ihn wieder an. Er aber sagte wieder, er habe weder einen Affen verloren, noch wolle er einen Affen sehen. Schließlich ging er aber doch mit mir hin, natürlich erst drei Tage später. Einem Goldsucher, der 1939 in der Nähe von Borrego, Kalifornien, in der Wüste lagerte, näherten sich mehrere behaarte Gestalten. Sie besaßen helle Haare und glühend rote Augen, ein Merkmal, dem wir im weiteren Verlauf immer häufiger begegnen werden. Nach Einschätzung des Mannes hielt nur sein Lagerfeuer die Wesen davon ab, ihn anzugreifen. Im Beobachtete ein anderer Goldsucher namens Burns Yomes eine merkwürdige Versammlung von Bigfoots in der Nähe von Silver Creek am Harrison Lake in British Columbia. John Green interviewte den Mann 1965 und die genauen Einzelheiten der Sichtung lassen sich in der Abschrift dieses Interviews nachlesen, die in Greens Buch Sasquatch The Apes Among Us veröffentlicht wurde. Die Kreaturen wurden anscheinend von zwei Männern aus einer Entfernung von etwas mehr als einem in etwa eine halbe Stunde lang beobachtet werden. Sie seien dunkel gefärbt gewesen, hätten auf zwei Beinen gestanden, jedoch nicht wie Bären ausgesehen. Sie seien etwa zwei Meter zehn groß gewesen und hätten um die 200 Kilogramm gewogen. Insgesamt habe es sich um vier oder fünf Gestalten gehandelt, die in dem Tal miteinander gerungen hätten wie Menschen. Der eine habe den anderen niedergeworfen, der dann aber gleich wieder aufgesprungen sei. Bigfoot ist unverwundbar. 1941 bis 1960 Auch in den 40er und 50er Jahren dieses Jahrhunderts wurde der Bigfoot immer wieder gesichtet. In den Jahren 1941 bis 1942 sahen eine ganze Reihe von Menschen in der Nähe des Mount Vernon Illinois einen großen Pavian, der zwar gejagt wurde, aber nie eingefangen werden konnte. In der Zeitschrift Hussier Folklore sind einige Sichtungen detailliert beschrieben. Der erste ereignete sich am Kamm Guig in der Nähe des Mount Vernon. Im Sommer 1941 jagte ein Prediger in den Wäldern am Fluss Eichhörnchen, als ganz in seiner Nähe ein Tier aus einem Baum sprang, das wie ein Pavian aussah. Als es aufrecht auf ihn zuging, schlug er mit dem Gewehrkolben nach ihm, konnte es aber erst in die Flucht schlagen, als er zwei Schüsse in die Luft abfeuerte. Später erschreckte das Tier viele Menschen des Gebiets durch seine furchterregenden Schreie, die es des Nachts in den tief liegenden Waldgebieten entlang der Wasserläufe ausstieß. Schulkinder in den ländlichen Bezirken hörten es manchmal auch und Jäger fanden seine Spuren. Im Frühjahr 1942 entschlossen sich die Bewohner des Gebiets schließlich Jagd auf das Tier zu machen. Ein Farmer aus der Umgebung von Bonnie hatte berichtet, dass das Tier seinen Hund getötet habe. Daraufhin wurden Freiwilliger für eine Treibjagd gesucht, bei der das Tier eingekreist werden sollte. Das Geschöpf musste jedoch Wind davon bekommen haben, denn ab diesem Zeitpunkt tauchten Berichte auf, die besagten, dass es an anderen Flussläufen etwa 60 bis 80 Kilometer Entfernung gesehen worden sei. Ein Mann, der eines Nachts am Big Muddy River im Jackson County entlang vor, sah das Wesen, als es die Straße überquerte. Einige Jäger fanden seine Spuren sogar drüben in O'Kar. Diese schnellen Ortswechsel sind wahrscheinlich auch auf seine große Sprungkraft zurückzuführen. Angaben zufolge soll es sechs bis zwölf Meter weite Sätze machen können. Etwa zu der Zeit, in der in Illinois der Pavian gesehen wurde, durchlebte Mrs. Jeannie Chapman Tag im September 1941 und sie befand sich zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von neun, sieben und fünf Jahren in ihrem kleinen Haus, das etwas abgelegen in der Nähe von Wabi Creek am Phrasier River in British Columbia lag. Als ihr ältester Sohn erzählte, er habe eine Kuh aus dem Wald kommen sehen, schaute sie nach und hielt das Wesen zunächst für einen Bären. Als es näher kam, bemerkte sie jedoch, dass es sich um einen riesigen behaarten Menschen mit breiten Schultern und langen Armen handelte, der weit über zwei Meter groß war. Seine Haare waren etwa zehn Zentimeter lang und hatten eine blasse, gelblich-braune Farbe. Als die Kreatur auf das Haus zuzukommen schien, griff Mrs. Chapman die verängstigten Kinder, entzog sie den Blicken des fremdartigen Geschöpfs und brachte sie ins sichere Dorf. Als George Chapman später an diesem Tag von der Arbeit nach Hause kam, fand er es verlassen. Als er überall riesige, ca. 40 Zentimeter lange Fußspuren fand, die denen eines Menschen glichen und dann auch noch feststellte, dass jemand die Tür seines Holzschuppens eingeschlagen hatte, war er zunächst sehr beunruhigt. Dann aber entdeckte er die Fußabdrücke seiner Familie hatte sich der Bigfoot anscheinend auf dem Grundstück umgeschaut und ein 200 Liter Fass mit gepökelten Fisch aufgebrochen, den er dann in der Gegend verstreute. Nach diesem Vorfall kehrte der Bigfoot eine Woche lang jede Nacht zum Haus zurück und obwohl er niemanden verletzte und auch nichts beschädigte, wurden seine Besuche der Familie schließlich zu viel und sie verließ ihr Haus für immer. Einer bei Ruby in Alaska. Das Opfer war ein John Meyer oder McGuire, von den dortigen Indianern auch The Dutchman, der Holländer genannt. In der abgelegenen Ansiedlung lebte er allein mit seinen Hunden in einer Hütte. 1943 fuhr er eines Tages mit dem Boot ins nächste Dorf und erzählte dort von einem Buschmann, der ihn angegriffen hätte, von seinen Hunden aber verjagt worden sei. Nur kurze Zeit danach starb der Holländer jedoch an inneren Blutungen, die wahrscheinlich auf den Angriff zurückzuführen waren. Stark an ein leichter Athletiktraining erinnern die Aktivitäten jenes Bigfoot, dem Alex Oaks in den frühen 40er Jahren auf Vancouver Island in Burdich Columbia begegnete. Die ca. 2,10 m große, braunbehaarte Kreatur wechselte vor ihm wieselflink über die Straße, als er in der Nähe seines Hauses in Combs mit dem Auto unterwegs war und übersprangen die an beiden Seiten der Fahrbahn verlaufenden Zäune wie ein Hürdenläufer. Besonders fiel Oaks ihre etwa 15 cm langen Schulterhaare auf. Eine andere Sichtung auf einer Straße datiert aus dem Jahr 1947 stammt von einem Palm das auf dem alten Highway 99 südlich von Shasta in Kalifornien unterwegs war. Sie sahen etwas das sie zuerst für einen Pfosten neben der Straße hielten. In der Annahme er signalisiere einen Fahrbahnschaden stoppten sie um nachzuschauen ob die Straße vor ihnen in Ordnung war. Dann überquerte der Pfosten jedoch die Fahrbahn und sie mussten feststellen dass sie es in Wirklichkeit mit einem 2 40 bis 2 70 großen Geschöpf mit langer rötlich brauner Behaarung zu tun hatten. Es kam zum Wagen und schaute hinein ging dann über die Straße starrte auf die Böschung und kehrte schließlich an seinen ursprünglichen Standort zurück wo noch ein weiteres ähnliches Wesen wartete bei dem es sich nach Aussagen der Zeugen deutlich um ein Weibchen handelte. Das Männchen half ihm über die Straße und auf die Böschung hinauf. Danach verschwanden sie Arm in Arm zwischen den Bäumen. Ein derartiges Verhalten offener Zuneigung zwischen zwei Bigfoots wurde bis jetzt nur sehr selten beobachtet. Die beiden schienen vor den Zuschauern keinerlei Furcht zu haben und das Weibchen habe nicht einen Blick auf sie geworfen. War es vielleicht blind? Dies würde erklären, warum sich das Männchen so intensiv um es bemühte. Daraus wiederum ließe sich folgern, dass Bigfoots eher den Menschen als den Tieren zuzuordnen sind, da sich im Allgemeinen nur Menschen um ihre kranken Artgenossen kümmern. Diese Schlussfolgerung ist jedoch rein spekulativ. Eine weitere Sichtung wurde 1947 aus der Umgebung der Stadt Vancouver in British Columbia gemeldet. Auch sie fand an einer Straße statt. Bigfoots werden relativ häufig in der Nähe von Verkehrswegen gesehen. Mr. und Mrs. Werner waren mit dem Jeep unterwegs, als sie plötzlich zwei nackte Kreaturen sahen, bei denen es sich nicht um menschliche Wesen zu handeln schien. Ihre Beschreibung enthält mehrere Merkmale, die für einen Bigfoots sehr untypisch sind. So seien die Wesen in einer Art Haut gehüllt gewesen. Berichte über bekleidete Bigfoots sind jedoch selten. Sie hätten zwar bloße Füße und schulterlange Haare gehabt, von vollständig behaarten Körpern ist in der Schilderung der Vernors jedoch nicht die Rede. Eines der Geschöpfe habe einen Stock mit einer Tasche daran über der Schulter getragen und seinen kleineren Begleiter, dessen Hände eventuell gefesselt waren, allem anscheinend nach geführt. Dies alles lässt zwar den Eindruck entstehen, dass sich einfach um zwei irgendwie geistesgestörte oder aber schlichtweg theaterspielende Menschen gehandelt hat, aber die Wörners sprechen auch davon, dass die beiden riesige Füße gehabt hätten und der größere etwa 2,40 Meter der kleinere dagegen nur etwa 1,80 Meter groß gewesen sei. Außerdem hätten sie flache, breite Nasen, kleine Augen und buschige Augenbrauen gehabt. Denn Wörners war der Bigfoot damals noch vollkommen unbekannt und sie hielten die beiden Gestalten deshalb einfach für ziemlich verwildert aussehende Menschen. Angesichts der untypischen Merkmale lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie wirklich Bigfoots gesehen haben. Falls doch, so scheint diese Kreatur Besonderheiten zu besitzen, die darauf hindeuten, dass sie mehr ist als nur eine unbekannte Affenart. Ein ungeübter Beobachter kann es bei einem Grizzly, den er nur kurz und aus einiger Entfernung sieht, durchaus irrtümlicherweise für einen Bigfoot halten. Dies erklärt jedoch nicht die zahlreichen detaillierten Schilderungen von Geschöpfen, den Bären von einem Bigfoot zu unterscheiden. Einer von ihnen war der Indianer Clayton Mack aus British Columbia, ein angesehener Gusseljäger und hervorragender Führer, wenn es um das Aufspüren von Großwelt ging. In den 40er Jahren sah er einen Bigfoot, während er mit einem Boot nach Quartner fuhr, wo er fischen wollte. 1967 beschrieb er den Bigfoot Jägern John Green und René da hinten, was er gesehen hatte. Ich sah dieses Wesen, als es am Strand herumlief. Es war hellbraun und aufgerichtet etwa 2,40 bis 2,70 groß. Erst dachte ich, es sei ein großer Bär, aber dann bemerkte ich, dass es nie auf allen Vieren lief. Ich sah zwar genau in seine Richtung, war aber 300 bis 400 Meter weit weg, sodass ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Ich war irritiert, weil es sich immer nur Es richtete sich auf und schaute zu mir herüber. Dann drehte er sich um und lief auf einige angeschwemmte Baumstämme zu. Als es etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte, stoppte er es wieder, wandte sich mir erneut zu und drehte dann den Kopf. Einen Grizzlybären habe ich niemals auf den Hinterbeinen stehen und nur seinen Kopf auf diese Weise drehen sehen. Sie drehen immer den ganzen Körper herum und lassen sich dabei auf allen vier Beinen nieder. Wie dem auch sei, danach lief das Geschöpf endgültig zu den Stämmen hinüber und kletterte auf sie hinauf. Schließlich verschwand es am Ufer zwischen den Bäumen und beim Gehen burgst die noch jungen Tannen und Fichten mit seinen Armen auseinander. Nicht lange nach dem weiter vornaufgeführten Bericht aus dem Jahr 1947 über Bigfoots, die möglicherweise Kleider trugen, kam es etwa 1950 zu einer ähnlichen Sichtung. Augenzeuge war ein zehn Jahre altes Mädchen, das ein Erlebnis später per Brief dem Biologen und Autor Ivan T. Sanderson mitteilte, nachdem es einen seiner Artikel über den Bigfoot gelesen hatte. Hier der wichtigste Teil dieses Briefes. Wann? Vor etwa neun Jahren um zehn Uhr morgens. Wo? In der Nähe des Eel River bei Eureka in Kalifornien am Rand einer Wiese nah am Flussufer. Die Umstände Meine Familie und ich fischten am Eel River. Wir befanden uns bereits seit zwei Wochen in der Gegend, hatten aber im Angeln kein Glück. Vor dem Frühstück machte ich immer einen kurzen Spaziergang zu einer wunderschönen Wiese, die etwa ein bis zwei Kilometer von unserem Lager entfernt lag. Ich liebte es, den Morgennebel langsam aus dem Gras aufsteigen zu sehen. Ich war damals gerade zehn Jahre alt und die Natur faszinierte und begeisterte mich. Schließlich kam ich in der Wiese an und überquerte sie und zu einem kleinen Hügel auf der anderen Seite zu gelangen. Als ich mich dem Fuß des Hügels näherte, hörte ich ein Geräusch. Es klang wie Schritte und ich war überzeugt, dass mein kleiner Bruder mir gefolgt war, um mir im Gras aufzulauern und mich zu erschrecken. Okay, du stinkt hier, ich weiß, dass du da bist, rief ich. Das Wesen, das dann erschien, sah aber keineswegs wie mein Bruder aus. Seinen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Als es aus den Büschen trat, gefrommelt das Blut in den Adern. Es war knapp zweieinhalb Meter groß und seine braune Behaarung wirkte nicht wie Fell, sondern eher wie weicher Pflaum. Es hatte kleine, eng beieinander liegende und rot unterlaufende Augen. Seine Nase war breit und flach. Es hatte ein großes Maul mit den unheimlichsten Reißzähnen, die ich je gesehen habe. Es hatte die Gestalt eines Menschen und seine Hände und Füße waren zwar enorm groß, glichen aber ebenfalls denen eines Menschen. Aber da war noch etwas, das merkwürdigste und unheimlichste von allem. Das Wesen trug Kleider. Ja, sie haben richtig gelesen. Sie waren zwar schäbig und zerrissen und bedeckten kaum seine Blöße, aber sie waren vorhanden. Das Geschöpf stieß ein schreckliches Knurren aus, das sicherlich von keinem anderen Lebewesen imitiert werden kann. Glauben Sie mir. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte. Vollkommen ausgepumpt erreichte ich unser Lager und lebte die ganze Zeit, die wir dort noch verbrachten, in ständiger Angst. Wenn der Bigfoot und die in diesem Brief beschriebene Kreatur so hervorragend an das Leben in der Wildnis angepasst ist, wie aus den meisten Schilderungen hervorgeht, wozu benötigt er dann zerrissene Kleidung? Unsere einzige Erklärung dafür ist, dass das Mädchen etwas ganz Außergewöhnliches gesehen haben muss. Ein Bigfoot, der die alten Kleider irgendwo gefunden und angezogen hatte, um das Verhalten des Menschen zu kopieren. Die Tatsache, dass die Kleider kaum seine Blöße bedeckten, lässt darauf schließen, dass er vorheriger Besitzer wesentlich kleiner und ein Mensch gewesen sein muss. Der bekleidete Bigfoot war dem kleinen Mädchen so nahe gekommen, dass er sie leicht hätte verletzen können, wenn er gewollt hätte. Aber trotz seines schrecklichen Knurrens blieb er auf Distanz. Ein anderer Bigfoot, der 1952 eines Nachts in der Nähe von Orléans in Kalifornien gesehen wurde, verhielt sich zwar zweifellos bedrohlich, griff aber ebenfalls nicht an, selbst als er sich Auge mit dem Zeugen befand. Als dieser seine Faust hob, wich er sogar zurück. Wenn der Bigfoot wirklich Spiel, wollte der Bigfoot dem Menschen etwas mitteilen oder wollte er ihn gar entführen. Letzteres erscheint unwahrscheinlich, denn obwohl die Gelegenheit günstig war, ließ er sie verstreichen. Der Zeuge schickte einen Bericht über den Vorfall an den Bigfoot Jäger Roger Patterson und wurde später auch von John Green befragt, der ihn für glaubwürdig hielt. Vor einiger Zeit las ich einen Artikel von Evan T. Sanderson über ein Bigfoot genanntes Monster, das im nördlichen Kalifornien gesehen wurde. Als ich den Bericht las, wurde mir schlagartig bewusst, dass auch ich diesem Wesen schon einmal begegnet war. Je deutlicher das Erlebnis wieder aus dem Unterbewusstsein hervortrat, desto stärker konnte ich mich daran erinnern, was im Einzelnen geschehen war. Die Erinnerung trieb mir einen Schauer über den Rücken. Der erste Teil der Geschichte ereignete sich im Jahr 1952, als ich nach Orléans gegangen war, um zusammen mit zwei Männern namens Lee Vlowie und George Russell mit den Vorarbeiten für ein Holzfalleprojekt zu beginnen. Eines Abends teilte Josh mir mit, dass Lee nach Happy Camp gefahren war, aber keine Rückfahrgelegenheit hatte. Er bat mich deshalb, den Mercury zu nehmen und ihn abzuholen. Als ich die extrem kurvige und gefährliche Straße hinauf nach Happy Camp hinter mich gebracht hatte, konnte ich ihn dort allerdings nirgends finden und machte mich unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg. Es hatte sehr stark geregnet und als ich einige Kilometer gefahren war, musste ich feststellen, dass die Straße in der Zwischenzeit von einem Erdrutsch verschüttet worden war. ausmachen und die sumpfige Straße durch das Beer Valley nehmen. Dann würde ich an der Mündung des Bluff Creek einige Kilometer von Orléans entfernt herauskommen. Ich war auf der angegebenen Straße in langsamem Tempo bereits über 30 Kilometer gefahren und träumte vor mich hin, als ich es sah. Im vom Regen getrübten Scheinwerferlicht zeichnete sich der zottige und geisterhafte Umriss eines Sorang-Utan-artigen Wesens ab. Für einen Moment hatte ich den Eindruck, dass das struppige Haar der Kreatur durch die Scheinwerfer blaugrau schimmerte. Mein Gott, dein Ungeheuer fuhr es mir durch den Kopf, als das Wesen blitzschnell wieder zurücklief und hinter einem Baum verschwand. Ich tat das Ganze automatisch als Sinnestäuschung ab und fuhr sofort wieder los. Plötzlich und ohne Vorwarnung geriet das Auto fürchterlich ins Schleudern. Ich brachte es jedoch wieder unter Kontrolle und schaute aus irgendeinem Grund in den Rückspiegel. Im trüben Licht der Rücklichter und der Nummernschildbeleuchtung meinte ich, ein grimmig aussehendes Gesicht zu sehen, das durch das Rückfenster schaute. Ich fuhr einfach weiter und als ich kurz danach erneut in den Spiegel sah, war das Gesicht verschwunden. Wieder schrieb ich das Gesehene meiner Einbildung Plötzlich hörte ich etwas durch die Luft fliegen und auf der Straße landen. Die Wirklichkeit hatte mich eingeholt und ich verfluchte mich dafür, dass ich die vorangegangenen Erscheinungen ins Reich der Fabel verwiesen hatte. Das zottige, menschenähnliche Monster, das ich in den Scheinwerfern gesehen hatte, war wieder da. Es begann sofort mich zu umkreisen und stieß dabei ein furchterregendes Knurren aus. Sein Verhalten wirkte äußerst bedrohlich. Es schlich noch einige Zeit weiter um mich herum und kam mir dabei einmal beängstigt nahe. Nun konnte ich sein Gesicht, das ich vorher im Scheinwerferlicht nur sehr verschwommen gesehen hatte, besser erkennen. Die Augen waren rund und leuchteten und die Haare auf seinem tiefliegenden und runden Kopf waren auffallend kurz. Seine Eckzähne waren viel länger als die eines Menschen. Die Brust und generell der gesamte obere Teil seines Torsos waren kaum behaart und wirkten wie mit Leder bespannt. Das Wesen war nicht sehr groß, kaum größer als ich mit meinen 1,60 Meter, nahm allerdings eine gebeugte Körperhaltung ein und ließ seine Arme lang herunterhängen. Jetzt änderte es unvermittelt seine Taktik. Es lief zuerst die Straße hinunter, raste dann aber, sobald ich versuchte, zum Auto zu gelangen, wieder auf mich zu. Der Tag war fortgeschritten. Das Wesen wurde immer aggressiver und ich war mittlerweile verangst wie gelähmt. Irgendetwas musste passieren. Und plötzlich hatte ich einen Fluchtplan vor Augen, quasi aus Verzweiflung geboren. Da das Monster anscheinend der Meinung war, mich ganz sicher zu haben, weshalb sollte ich dann nicht, sobald es wieder die Straße hinunterlief, um sein Katz-und-Maus-Spiel zu beginnen, zum Auto sprinten und versuchen, den nicht sehr starken Stamm zu durchbrechen. Gesagt, getan. Sobald sich das Wesen wieder von mir entfernte, sprang ich zum einige Meter entfernt stehenden Wagen, riss die Tür auf, setzte mich hinein und schlug die Tür wieder zu. Kein Augenblick zu früh, denn die Bestie war bereits da und versuchte, durch das Fenster zu greifen. Ich haute den Gang rein, drückte das Gaspedal durch und kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie hell der nasse Stamm im Scheinwerferlicht glitzerte, als er vom Auto zur Seite geschleudert wurde. Ins Gedächtnis gebrannt hat sich mir aber auch der schreckliche Schrei, denn das Scheusal vor Wut und Ärger ausstieß. Es war ein merkwürdiges, trompetendes Gebrüll, wie der Schrei eines Hengstes und das Röhren eines wütenden Grizzlies. Danach kreide sich das Wesen am Auto fest und versuchte es aufzuhalten, aber der Mercury erwies sich als Stärker und nach einigen Metern spürte ich keinen Widerstand mehr. Und ob sie es glauben oder nicht, um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, konnte ich mich an dieses Erlebnis schon kurz danach nicht mehr erinnern. Es wurde sofort aus meinem Gedächtnis gelöscht. Am nächsten Tag, als Lee mich fragte, ob ich auf dieser Straße etwas Ungewöhnliches bemerkt hätte, hatte ich mein Abenteuer schon vergessen. Lee war im Übrigen tags zuvor doch noch aus Happy Camp zurückgekommen. Er hatte sich von einem Mann nach Orleans fahren lassen. Ein paar Tage später ereignete sich ein Vorfall, der die Erinnerung eigentlich hätte zurückbringen müssen, es aber nicht tat. Lee fand im Kühlergrill des Autos einen großen Zahn und fragte mich, wie er dort hingekommen sei. Ich zuckte nur mit den Schultern. Lee erzählte dann, dass er auf der Umleitung irgendetwas versucht habe, ihren Wagen von der Straße zu stoßen. Irgendetwas stimmt in dieser Gegend nicht, murmelte er noch, ließ die Sache dann aber auf sich beruhen. Ein Bigfoot, der am 1. August 1955 in Georgia gesehen wurde, verhielt sich gegenüber den Zeugen äußerst aggressiv, eventuell zur Selbstverteidigung, vielleicht aber auch aus Rache. Der 21 Jahre alte Joseph Welle befand sich an diesem Tag allein am Highway Bornwood, Smithville in der Nähe des Ortes Kinchafoné, und mähte Gras und gestrüppt mit einer Sense. Als er ein merkwürdiges Geräusch hörte, ging er tiefer in den Wald, um nachzuschauen. Plötzlich stand er einer mindestens 1,80 Meter großen Kreatur mit zottigen, grauen Haaren gegenüber. Sie habe stoßzahnartige Zähne und spitze Ohren gehabt und ihn an einen Gorilla, aber auch an einen Menschen erinnert. Als sie öfter zugegangen sei, habe sie gegrunzt wie ein Wildschwein. Der natürlich zu Tode erschrockene Welle schlug mit der Sense nach dem Wesen und traf es an der Brust und an den Arm. Als sich dadurch nicht aufhalten ließ, flüchtete er zu seinem Jeep, um über Funk Hilfe zu holen. Er kam jedoch nicht durch, und bevor er den Wagen starten und losfahren konnte, hatte ihn das Wesen bereits erreicht, ihm Arm und Schulter zerkratzt und sein Hemd zerrissen. Er sprang wieder aus dem Jeep, um das Fahrzeug zwischen sich und die Kreatur zu bringen, und lief dann erneut in den Wald, um seinen Verfolger, den er als schwerfällig und langsam schilderte, abzuschütteln. Schließlich raste er wieder zurück zum Jeep. Bevor ihn das unbekannte Geschöpf einholen konnte, hatte er das Auto gestartet und war davon gerast. Angesichts der zahllosen Berichte, in denen der Bigfoot so athletisch und schnell geschildert wird, scheint es sich bei diesem schwerfälligen und langsamen Wesen um alles andere gehandelt zu haben, nur nicht um einen Bigfoot. Andererseits passen die beschriebenen körperlichen Merkmale sehr genau. Hier zeigt sich wieder einmal, dass das Phänomen Bigfoot voller Widersprüche steckt. Da sich dieses Buch auf Sichtungen des Bigfoot konzentriert, haben wir Fälle, an denen man zwar seine Spuren, gewöhnlich Fußabdrücke, gefunden, die Kreatur selbst aber nicht zu Gesicht bekommen hat, nicht berücksichtigt. Bei einem Fall sind wir jedoch der Meinung, ihn aufführen zu müssen, auch wenn der Bigfoot selbst nicht gesehen wurde. Als sie am 14. oder 21. August 1955 in der Nähe von Dogtown in Indiana im Ohio River schwamm, hatte die Zeugin Darwin Johnson ein wirklich unheimliches Erlebnis. Und alle Anzeichen sprechen dafür, dass es ein Bigfoot war, der sie dermaßen in Angst und Schrecken versetzte. Als sie etwa fünf Meter vom Ufer entfernt war, griff plötzlich eine pelzige Hand nach ihrem Bein und zog sie unter Wasser. Sie schrie und strampelte und griff dabei nach dem Schwimmreifen ihrer Freundin, bis die Hand sie schließlich losließ. Zurück an Land fand Mrs. Johnson mehrere Kratzer an ihrem Bein. Außerdem bemerkte sie einen grünen Fleck in Form einer Hand, der mehrere Tage lang zu sehen war. Nachdem über den Vorfallen der Zeitung berichtet wurde, meldeten sich mehrere Personen, die zur gleichen Zeit über dem Fluss etwas leuchtend Ovales am Himmel gesehen haben wollten. Dies ist einer der etwa 30 Fälle in unserem Archiv, in denen Bigfoots mit Ufos in Zusammenhang gebracht werden. Eine derart kleine Anzahl kann zwar einerseits kaum als stichhaltiger Beweis dafür gewertet werden, dass Bigfoots und Ufos in irgendeinem Zusammenhang stehen. Aber vielleicht gibt es doch einige Fälle, in denen tatsächlich Verbindungen zu unbekannten Flugobjekten bestehen. Die bekannteste Bigfoot-Sichtung aus den 50er Jahren ist wahrscheinlich die von William Woh am Mica Mountain in British Columbia. Auf Bittet John Greenes schrieb er sämtliche Einzelheiten nieder und gab sogar eine eidesstattliche Erklärung ab, in der er bestätigt, dass seine Geschichte der Wahrheit entspricht. Wohs Sichtung ist deshalb interessant, weil er dem Wesen sehr nahe kam und es aus seinem Versteck heraus lange und genau beobachten konnte. Schon als kleiner Junge habe ich in den Wäldern von Michigan das Leben und das Verhalten wilder Tiere studiert. Auch später, als ich meine Familie im Norden von Alberta durch Jagen und Fallenstellen unterstützte, verbrachte ich viele Stunden, damit Tiere zu beobachten. Sie faszinierten mich. Die unglaublichste Begegnung mit einem Lebewesen der Wildnis hatte ich jedoch in der Nähe des kleinen Ortes Titi John Cash in British Columbia, etwa 13 Kilometer westlich von Jasper, Alberta. Ich hatte etwa zwei Jahre am Highway in der Nähe von Titi John Cash gearbeitet. Als ich im Oktober 1955 etwas Zeit hatte, entschloss ich mich, zu einer alten Mine zu wandern, die ungefähr acht Kilometer entfernt am Mika Mountain lag. Der Anstieg bereitete mir keine Schwierigkeiten und etwa um drei Uhr nachmittags hatte ich die Mine erreicht. Ich hatte gerade ein niedriges Buschwerk durchquert und war auf eine Lichtung getreten, als ich im Gebüsch auf der anderen Seite etwas sah, das ich zuerst für einen Grizzly hielt, denn in der Nähe hatte ich im Jahr zuvor einer legt. Dieser war zwar nur etwa 60 bis 70 Meter entfernt, ich hatte aber trotzdem nicht vor, ihn zu erschießen, denn ich wusste nicht, wie ich ihn danach aus dem dichten Gebüsch abtransportieren sollte. So setzte ich mich mit dem Gewehren der Hand auf einen Felsen und beobachtete ihn. Ich konnte von dem Tier zuerst nur einen Teil seines Kopfes und seiner Schultern erkennen, dann aber erhob er sich und trat ins Freie. Ich erstarrte. Das war keineswegs ein Bär. Im Folgenden werde ich versuchen, Aussehen und Verhaltensweisen des Wesens, das jetzt über die Lichtung geradewegs auf mich zukam, so gut wie möglich zu beschreiben. Mein erster Eindruck war der eines extrem massigen Menschen, über 1,80 Meter groß, fast 1 Meter breit, mit einem Gewicht von bestimmt fast 150 Kilogramm. Es war von Kopf bis Fuß mit dunkelbraunen Haaren bedeckt, die silberne Spitzen aufwiesen. Als es näher kam, bemerkte ich, dass ich ein Weibchen vor mir hatte, denn das Wesen besaß Brüste. Sein Torso war allerdings nicht wie der einer Frau geformt, sondern verlief von den Schultern bis zur Hüfte in einer geraden Linie. Seine Arme waren viel dicker und länger als die eines Menschen und reichten fast bis zu den Knien hinunter. Seine Füße waren im Verhältnis viel breiter als die eines Menschen. Sie waren vorne etwa 10 bis 12 Zentimeter breit und verjüngten sich dann zu den wesentlich schmaleren Hacken. Beim Gehen setzte das Geschöpf zuerst den Hacken auf und ich konnte die graubraune Haut in seinen Sohlen erkennen. Es kann sich allerdings auch um Fell gehandelt haben. Es kam bis an den Rand des Gebüschs, in dem ich mich versteckt hielt, und hockte sich in etwa sechs Meter Entfernung auf sein Hinterteil. Mit den Händen zog es die Zweige zu sich heran und streifte mit seinen Zähnen die Blätter ab. Während es fraß, kräuselten sich seine Lippen sehr beweglich um die abgerupften Blätter. Ich war dem Wesen so nah, dass ich dessen weiße und gerade Zähne erkennen konnte. Der Kopf, der Kreatur, ähnete in seiner Form etwa dem eines Schwarzen. Er war hinten etwas höher als vorne. Die Nase war breit und flach. Lippen und Kinnen traten stärker hervor als die Nase. Aber dadurch, dass das Wesen außer Mund und Nase und Ohren herum vollständig beharrt war, liegt es genauso sehr einem Tier wie einem Menschen. Die Haare waren nirgendwo länger als zwei bis drei Zentimeter, im Gesicht sogar wesentlich kürzer. Seine Ohren waren geformt wie die eines Menschen. Die Augen hingegen waren klein und schwarz wie bei einem Bären. Auch sein Hals hatte nichts menschenähnliches. Er war wesentlich dicker und kürzer. Als ich die Kreatur beobachtete, fragte ich mich, ob hier eventuell ein Film gedreht wurde und ich einen Schauspieler vor mir sitzen sah, der in der Maskenbild man ein Wesen halb Tier und halb Mensch verwandelt hatte. Je länger ich ihm mir doch zusah, desto mehr kam ich zu der Überzeugung, dass man eine solche Spezies unmöglich nachahmen konnte. Später erfuhr ich zudem, dass in dieser Gegend ohnehin kein Filmteam unterwegs gewesen war. Nach Angaben der Bewohner von Titty John Cash lebte am Mika Mountain auch sonst niemand. Schließlich musste das Wesen dann doch meine Witterung aufgenommen haben, denn durch eine Öffnung im Gebüsch schaute es mich jetzt direkt an. Über sein Gesicht klärt ein Anflug von Überraschung. Es schaute in diesem Moment so komisch drein, dass ich lächeln musste. Immer noch in geduckter Position wich es drei oder vier kurze Schritte zurück, richtete sich dann zu voller Größe auf und ging schnell den Weg zurück, den es gekommen war. Einmal schaute es mich noch kurz über die Schulterhandweg an. Nicht eigentlich ängstlich, sondern eher so, als ob es keinen Kontakt mit etwas fremden wolle. Mir kam der Gedanke, dass ich Wissenschaftlern weltweit sicherlich einen großen Dienst erweisen würde, wenn ich dieses Geschöpf erlegen würde. Ich hatte bereits Geschichten über den Sasquatch gehört, den riesigen, behaarten Indianer aus den Legenden der Indianer British Columbias, von dem viele behaupten, dass er auch heute noch lebte. Vielleicht war dies ein Sasquatch, murmelte ich vor mich hin. Ich legte das Gewehr an. Das Geschöpf entfernte sich schnell ein Schrittes von mir und schaute sich nicht noch einmal um. Ich ließ das Gewehr sinken. Wenn gleich in diesem Bericht immer von einem Wesen spreche, fühlte ich in diesem Augenblick, dass ein Mensch war. Ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich es oder ihn erschossen hätte. Als das Gebüsch auf der anderen Seite wieder erreicht hatte, warf das Geschöpf seinen Kopf zurück und schließ einen merkwürdigen Laut aus, halb Gelächter und halb Sprache, den ich nur aus einer Art Viren bezeichnen kann. Vom Gebüsch bewegte es sich dann weiter zu einer Gruppe von Kiefern. Ich trat auf die Lichtung hinaus und schaute über einen kleinen Geländerücken direkt hinter den Kiefern, um von dem Wesen vielleicht noch einen Blick zu erhaschen. Schließlich sah ich es in ungefähr 200 Meter Entfernung auf eben diesen Rücken stehen. Es warf erneut den Kopf zurück und stieß die oben beschriebenen Laute aus, jeden gelächterartigen Ton, von dem ich nicht wusste, was er bedeuten sollte. Danach verschwand das Mesen aus meinem Blick und ich habe es nicht wieder gesehen. Da ich herausfinden wollte, ob es nur vegetarisch lebte oder sich auch von Fleisch ernährte, hielt ich auf dem Boden nach Exkrementen Ausschau. An fünf Stellen wurde ich fündig und trotz sorgfältiger Untersuchung konnte ich weder Tierhaare noch Panzer von Käfern oder anderen Insekten finden. Es scheint sich also nur von Pflanzen zu ernähren. Unter einem Baum fand ich eine Schlafstelle, die das Wesen mehrere Nächte benutzt haben musste. Obwohl die Nächte am Berg kür sind, speziell in dieser Jahreszeit, hatte es kein Feuer angezündet. Ich habe auch keine Anzeichen für den Gebrauch selbst einfachster Werkzeuge gefunden. Auch von eventuellen Artgenossen war weit und bereit nichts zu sehen. Ob es ein Sasquatch war, weiß ich nicht. Solange man kein anderes aufspürt, wird das Wesen für mich immer ein Rätsel bleiben. Ich erkläre hiermit, dass ich mich nach besten Kräften bemüht habe, mich genau zu erinnern und dass diese Schilderung in allen Teilen voll und ganz der Wahrheit entspricht. William Woe. Obwohl der Mensch so plötzlich vor ihm aufgetaucht war, hatte dieser Bigfoot an einer Entführung offensichtlich kein Interesse. Ganz im Gegensatz zu jem Artgenossen, der im Mai 1956 in der Nähe von Marshall in Michigan gesehen wurde. Otto Collins und Philip Williams wurden nach eigenen Angaben von der riesigen behaarten Kreatur, die grüne Augen so groß wie Glühlampen hatte und nach Verwesung stank, unter die Arme geklemmt und erst wieder losgelassen, als ihr Kollege Herman Williams nach seinem Gewehr griff. Vielleicht wusste der Bigfoot tatsächlich, welch eine Gefahr die Waffe für ihn bedeutete, denn er ließ die beiden fallen und er griff die Flucht. Ob er die beiden Männer wirklich entführen wollte, bleibt unklar. Vielleicht wollte er ihnen auch nur einen Schrecken einjagen. Die Absichten des Bigfoot, der im Herbst 1957 beim Vanogabad nahe Bend in Oregon gesichtet wurde, lagen dagegen klar auf der Hand. Gary Joannis und Jim Newell waren auf der Jagd und Joannis hatte gerade einen Hirsch geschossen. Bevor er ihn jedoch erreicht hatte, betrat ein ca. 2,70 m großes, haariges Wesen die Lichtung, griff nach den Hirsch und trug ihn unter dem Arm davon. Der wütende Joannis schoss der flüchtenden Kreatur daraufhin mehrere Kugeln in den Rücken, die aber anscheinend keinerlei Auswirkungen hatten. Es sei denn, der merkwürdige pfeifende Laut, den das Wesen ausgestoßen haben soll, ist als Schmerzenschrei zu interpretieren. Er setzte seine Flucht fort und Joannis blieb schließlich nichts anderes üblich, als es ziehen zu lassen. Weitere erfolglose Schüsse fielen im Oktober 1959 bei Ten Mile, westlich von Roseburg in Oregon. Wayne Johnson und Walter Stork, zwei Jungen im Alter von 12 und 17 Jahren, hatten ihre Gewehre geholt, nachdem sie in der Nähe einer verlassenen Sägemühle einen Bigfoot gesehen hatten. Er tat ihnen den Gefallen und tauchte wieder auf, ging aber dann zum Angriff über, worauf die beiden auf ihn schossen. Der 17-Jährige, der dem Vernehmen nach ein sehr guter Schütze war, traf zwar einige Male ins Ziel, die Kreatur ließ sich davon jedoch nicht aufhalten, wenn gleich sie zweimal in die Knie ging. Später fragten sich die beiden Jungen, ob das Wesen sie vielleicht einfach nur von seinem Territorium verscheuchen wollte. Es sei mit ausgestreckten Armen hinter ihnen hergelaufen, als ob es sie habe zusammentreiben wollen, holte sie aber nicht ein, obwohl es dies wahrscheinlich mühelos hätte schaffen können, denn es sei, so schätzten sie, über vier Meter groß gewesen. Ob die beiden erschreckten Jungen da nicht etwas übertreiben? Plötzlich brach es die Verfolgung ab, die beiden konnten jedoch nicht feststellen, in welche Richtung es verschwand. Der Bigfoot-Forscher Bob Titmuss, der zwei Tage später am Ort des Geschehens eintraf, fand einige merkwürdige Fußspuren. Sie waren zwar nur etwa 30 cm lang, im Bereich der 5 Zehen, an denen sich im Übrigen keinerlei Klauen oder Krallen feststellen ließen, jedoch über 20 cm breit. An sumpfigen Stellen hatten sich die Spuren bis zu 35 cm tief in den Boden eingedrückt. Titmuss schaffte dagegen nur Abdrücke von 6 bis 8 cm Tiefe. Falls sich das Verhalten des Ten Mile Bigfoots tatsächlich auf die Verteidigung seines Territoriums zurückzuführen lässt, könnte das vielleicht auch die Reaktion eines Artgenossen erklären, der im Herbst 1959 für einen kurzen Augenblick am Hidden Lake im Okanagan Valley in British Columbia beobachtet wurde. Mr. und Mrs. Bellevue zelteten dort, als Mrs. Bellevue eines Abends beim Sammeln von Feuerholz plötzlich fühlte, dass sie beobachtet wurde. Als sie sich umschaute, sah sie in etwa 15 Meter Entfernung eine über 81 Meter große, menschenähnliche Gestalt stehen, die zum Teil von einem Baum verdeckt wurde. Mit Ausnahme von Teilen seines Gesichts sei das Wesen am ganzen Körper mit rostroten Haaren bedeckt gewesen und habe ein schlitzartiges Maul besessen. Auffallend seien außerdem die extrem flache Nase und die fliehende Stirn gewesen. Als Mrs. Bellevue zum Zelt zurückkehrte, beobachtete sie das Wesen die ganze Zeit über weiter. Ich glaube, ich sollte gar nicht bemerken, dass es da war, meinte sie später. Ihrem Mann erzählte sie das Erlebnis zuerst nicht. Während der Nacht hatte sie aber plötzlich das Gefühl, dass sie verschwinden sollten. So schilderte sie ihm die Begebenheit doch noch, worauf er entgegnete, dass er das gleiche Gefühl bereits den Tag zuvor gehabt habe. Als sie am nächsten Tag ihre Sachen packten, hörten sie, wie sich etwas allmählich von ihrem Lagerplatz entfernte. Wie die nächsten Kapitel zeigen werden, schienen sich die Bigfoot-Aktivitäten in den 60er und 70er Jahren zu verstärken. Diese augenscheinliche Steigerung ist teilweise sicherlich auch auf das Stärkerwerden der Interesse des Menschen an dieser Kreatur zurückzuführen. Immer mehr Sichtungen fanden ihren Weg in die Presse und Bigfoot-Forschern bleiben derartige Artikel heutzutage kaum noch verborgen. Von 1960 verschwanden viele dieser Berichte dagegen unbemerkt in der Versenkung, sodass es in alten Zeitungsarchiven sicherlich noch viele wichtige Informationen zu entdecken gibt. Einige davon, aber wahrscheinlich bei Weitem noch nicht alle, wurden von den Forschern bereits aufgespürt. Wenn gleich also ab 1960 zu einer wesentlich größeren Zahl von Bigfoot-Sichtungen Einzelheiten vorliegen, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass der Bigfoot seit diesem Zeitpunkt auch häufiger gesehen wird. Der erste erwähnenswerte Bericht aus den 60ern schüttelt eine merkwürdige und unheimliche Begegnung in der Nähe von Davis in West Virginia. Eine Gruppe junger Männer zeltete im Sommer im Freien und einer von ihnen hatte sich des Abends entfernt, um Feuerholz zu schlagen. Nach dem Bericht des Hauptaugenzeugen zu urteilen, müssen sich die anderen ganz in der Nähe befunden haben, als es unheimliche geschah. Als in jemand einen Rippenstoß versetzte, dachte der junge Mann natürlich, es sei einer von seinen Freunden. Als er sich jedoch umdrehte, stand er stattdessen einem schrecklichen Monster gegenüber. Es hatte zwei riesige Augen, die in der Dunkelheit wie Glühlampen leuchteten. Es war knapp 2,50 Meter groß und hatte am ganzen Körper zottige lange Haare. Es stand nur da und starrte uns an. Seine Augen standen auffallend weit auseinander. Schließlich verschwand das Wesen wieder und ihn ließ als Beweis seines Besuchs riesige Fußspuren. Es hatte den Jungen zwar kein Leid angetan, nach diesem Vorfall verspürten sie jedoch keine große Lust mehr, weiter am Ort zu bleiben und brachen am nächsten Tag ihre Zelte ab. In West Virginia fand 1960 eine weitere mysteriöse Sichtung statt, bei der vielleicht sogar dasselbe Wesen beobachtet wurde. Es geschah im Oktober im Mongoleil National Forest in der Nähe von Marlington. Doc Priestley folgte mit seinem Auto einem Bus, in dem einige Freunde von ihm saßen. Das Fahrzeug, das ich bis dahin normal verhalten hatte, stotterte plötzlich und hielt an. Gleichzeitig bemerkte Priestley ein Monster mit langen, steil abstehenden Haaren, das am Straßenrand stand. Ich weiß nicht, wie lange ich dort festgesessen habe, aber meine Kumpel haben mich schließlich wohl doch vermisst und sind zurückgefahren. Vor dem Bus schien das Monster eine Menge Angst zu haben, denn seine Haare, die bis dahin steil in die Höhe gestanden hatten, fielen in sich zusammen und im selben Augenblick begann zu meiner großen Überraschung mein Auto wieder zu laufen. Ich erzählte den Jungs nicht, was ich gesehen hatte und als der Bus anhielt, verschwand das Ding. Priestley folgte wieder dem Bus, bald aber machte sein Auto erneut Probleme. Ich konnte sehen, wie die Funken wie bei einem Kurzschluss unter der Motorhaube hervorsturben und ob sie es glauben oder nicht, das Monster stand wieder am Straßenrand. Die Kontakte meines Autos waren vollkommen durchgebrannt. Wieder kehrte der Bus um und verscheuchte den Bigfoot, diesmal endgültig. Die offensichtliche Fähigkeit einiger Bigfoots, die Funktion elektromagnetischer Anlagen zu beeinträchtigen, lässt die Frage aufkommen, ob es sich um physische oder nicht physische Wesen handelt. Die Monsterhysterie beginnt 1961 bis 1965. Was Sichtungen von Bigfoots angeht, begannen die 60er Jahre eher ruhig, wenn gleich sich im Jahr 1961 ein interessanter Fall abspielte. Mit ein paar Freunden ging Larry Martin eines Abends ein Hirschbergen, den einer von ihnen in der Nähe von Alpen in Oregon geschossen hatte. Als sie jedoch an die Stelle kamen, an der der Kadaver gelegen hatte, mussten sie feststellen, dass er weggeschleppt worden war. Aus dem Unterholz hörten sie polternde Geräusche. Da sie sich über den Verursacher nicht recht klar werden konnten, schauten sie sich erst einmal um. Plötzlich erfasste Martins Taschenlampe einen großen, behaarten Bigfoot, der nur einige Meter entfernt stand. Mir war sofort klar, dass es kein Bär war, denn es hatte die Gestalt eines Menschen, wissen sie? Es sah aus wie ein Affe, ein Gorilla oder so etwas. Und es kam auf mich zu. Martin, immerhin 1,75 Meter groß, musste ziemlich nach oben leuchten, um das Gesicht des Bigfoot erkennen zu können. Vollkommen geschockt drehte er sich um und ergriff mit seinen Freunden die Flucht. Sie liefen zurück zum Auto, der Motor sprang jedoch nicht an. Martin konnte den Bigfoot im Rückspiegel sehen. Er war direkt hinter dem Auto. Glücklicherweise startete der Wagen dann doch noch und sie konnten davonrasen. Eine Frage kommt einem dabei sofort in den Sinn. Weshalb hat der Bigfoot die Männer nicht eingeholt? Ein Tier, das nach Martins Worten dermaßen groß und um die 200 Kilogramm schwer gewesen ist, hätte die verängstigten Männer leicht einholen können, wenn es gewollt hätte. Vielleicht wollte es die Männer einfach nur verscheuchen, um sich in Ruhe dem Hirsch widmen zu können. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Bigfoots Menschen anscheinend nur vertreiben, sie aber nicht einfangen wollen, liefert ein Vorfall, der sich im Oktober 1968 bei Estacada in Oregon ereignet hat. Dort wurde ein Angler von einem Bigfoot mit fruchtelnden Armen zu seinem Truck zurückgejagt. Auf seiner Flucht stürzte der Angler und der Bigfoot wartete, bis er wieder aufgestanden war, bevor er die Verfolgung fortsetzte. Im Frühjahr 1962 wurde Robert Hartfield in seinem Haus bei Fort Brack in Kalifornien vom Gebell seiner Hunde geweckt und ging nach draußen, um festzustellen, was die Sohn Aufregung versetzte. Er sah eine dunkle Gestalt, die seine Hunde über einen 1,80 Meter hohen Zaun hinweg beobachtete. Er lief zurück ins Haus, um seinen Schwager Bud Jenkins zu wecken und ihm den größten Bären zu zeigen, den er je gesehen hatte. Als sie nach draußen rannten, war von dem Tier jedoch nichts mehr zu sehen. Jenkins ging erneut zurück ins Haus, um eine Lampe und ein Gewehr zu holen. Währenddessen hatte Hatfield beschlossen, einen Blick hinter das Haus zu werfen. Als er um die Hausecke bog, sah er sich einer 2,40 Meter großen und behaarten Kreatur gegenüber, die auf zwei Beinen stand. Nach Angaben von Jenkins stieß Hatfield einen Schrei aus und wich ein paar Schritte zurück. Dabei stürzte er jedoch und kroch schließlich vollkommen verstört auf Händen und Füßen zurück ins Haus. Meine Frau hielt ihm dabei die Außentür auf, damit er hineinkriechen konnte. Ich hörte den Lärm und lief zur Innentür, die heraus auf die Veranda führte. Gerade als Hatfield zur Tür hereinkam, lief am Fenster eine große Gestalt vorbei, von der ich weder Kopf noch Unterleib erkennen konnte, sondern nur den Oberkörper. Nachdem Hatfield ins Haus geschlüpft war, versuchte meine Frau, die Tür wieder zuzumachen. Dies gelang ihr auch fast, nur die letzten 5 bis 10 Zentimeter ließen sich einfach nicht schließen. Die Tür wurde von irgendetwas blockiert. Meine Frau schrie, schnell, hol das Gewehr, es kommt durch die Tür. Natürlich stand ich zu der Zeit bereits direkt hinter ihr und rief, lass es rein, dann verpasse ich ihm eine. Im selben Augenblick ließ jedoch der Druck auf die Tür nach, sodass meine Frau sie zuschieben und verriegeln konnte. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus auf den Hof. Es war immer noch dunkel und es regnete. Da sah ich diese aufrechtgehende, etwa 2,40 Meter große Kreatur, wie sie sich vom Haus entfernte, über unseren kleinen Gartenzaun stieg und in meinen Wagen vorbei zur Hauptstraße ging. Jenkins bezifferte das Gewicht des Wesens auf etwa 180 bis 200 Kilogramm. Es sei immer aufrecht und nie auf allen Vieren gegangen und habe einen sehr unangenehmen Geruch ausgeströmt, der noch lange in der Luft gehangen habe. Als sie am Tag den Hof aufsuchten, fanden sie über 40 Zentimeter lange Fußabdrücke mit nur vier Zehen. An der Wand neben der Haustür zeigte sich außerdem der 30 Zentimeter lange Abdruck einer Hand. Beide Männer sagten später, dass sie zwar Angst verspürt hätten, das Wesen aber doch eher neugierig als aggressiv gewirkt habe. Ebenfalls im Juni 1962 tauchte auch im Trimble County in Kentucky ein mysteriöses Wesen auf. Wir sind nicht sicher, ob der entsprechende Bericht in dieses Buch gehört oder nicht. Denn wenngleich es Zeugen gab, die eine 1,80 Meter große, schwarz behaarte Kreatur gesehen haben wollen, die auf den Hinterbeinen ging und Arme hatte, die bis zu den Knien reichten, beschrieben andere ein Wesen, das in etwa einem Hund Puma oder Bären geglichen habe. Im selben Zeitraum waren in der Gegend mehrere Hunde angefallen und ein Kalb durch einen Schlag auf den Kopf getötet worden. Auch andere Haustiere fand man entweder tot oder sie blieben spurlos verschwunden. Auf dem Schuppen, in dem das tote Kalb gefunden worden war, entdeckte man schwarze Fellhaare und Spuren von Klauen. Ein derart aggressives Verhalten findet sich in Meldungen über Bigfoots nur sehr selten und ist eher typisch für die Berichte über große Katzen, die seit einiger Zeiten in den USA, aber auch in Großbritannien beobachtet werden. Eventuell trieben Anfang der 60er Jahre in dieser Gegend gleich mehrere mysteriöse Kreaturen ihr Unwesen. Dies ist nicht vollkommen abwegig. Man denke nur an den in Kapitel 8 näher läuterten Fall von Venerva, Ohio aus dem Jahr 1978, bei dem die Zeugen zwei Puma-ähnliche Wesen zusammen mit einem Bigfoot beobachtet haben. Ein Monat später, im Juni 1962, hüpfte ein Bigfoot bei Mount Vernon in Rockcastle County in Kentucky auf das Dach eines geparkten Autos, in dem zwei junge Paare saßen. Ihren Angaben nach sei er vollständig behaart und etwa so groß wie ein Mensch gewesen und habe sie angeknurrt. Die Anzahl der Fälle, in denen Bigfoots Interesse an Liebespaaren in Autos zeigen, lässt darauf schließen, dass es sich nicht nur um Zufälle handelt. Solche Paare, die häufig etwas ruhigere Plätzchen aufsuchen, scheinen im Übrigen nicht nur Bigfoots, sondern auch Ufos und ähnliche Phänomene magisch anzuziehen. Ob dieser Aspekt letztendlich dazu beitragen wird, das Rätsel um Bigfoot und Ufos endgültig zu lesen, bleibt indes abzuwarten. Im August hatte Mrs. Calhoun, die sich gerade auf einem Anglerurlaub befand, ein Erlebnis, an das sie noch lange denken sollte. Sie befand sich ganz in der Nähe des Caribou Highway, der Crasnel und Prinz George in British Columbia verbindet, stand in einem kleinen Fluss und wartete darauf, dass ihre Tochter mit dem Essen zurückkam. Plötzlich hörte sie ein Geräusch. In der Annahme, es sei ihre Tochter, drehte sie sich um, um mit ihr zu sprechen. Stattdessen schaute sie jedoch direkt in die Augen einer halbtierischen, halbmenschlichen Kreatur, die sie beobachtete. Sie schwang sofort ihr Gewehr herum, um sich zu verteidigen. Den erfahrenen Bigfoot-Forscher Winnie da hinten gab sie folgenden Bericht. Mein erster flüchtiger Eindruck war der eines Menschen mit sehr langen Armen. Es hat Wochen gedauert, bis ich den Blick aus meinem Gedächtnis tilgen konnte, den es aus seinen kleinen, schwarzen Augen auf mich warf. Das Geschöpf ähnelte einerseits einem Affen, sah aber andererseits auch aus wie ein Mensch. Die Haare auf der Brust waren blond bis braun, die Kopfhaare lang, lose und matt. Es hatte hohe Wangenknochen, eine breite, flache Nase, eine fliehende Stirn und einen hervorstechenden Mund. Es öffnete den Mund, ohne jedoch einen Laut von sich zu geben. Es stand nur da und schaute mich an. Als ich zurückwich, sprang das Wesen ins Gebüsch und verschwand. Die ganze Zeit, als ich mich durch den Fluss zurückzog, wusste ich, dass ich beobachtet wurde. Der nächste Zeuge zog es vor, anonym zu bleiben, als er am Nachmittag des 27. Januar 1963 das Tulumne-County-Chevels-Department anrief, um seine Bigfoot-Sichtung zu melden. Er sagte, er habe bei Cold Springs im Sonora Highway im nördlichen Kalifornien gerade Feuerholz geschlagen, als er eine behaarte, menschenähnliche Kreatur gesehen habe, die aufrecht, etwa 2,70 Meter, bis 3 Meter groß gewesen und im Unterholz um die Kiesgrube herumgestreift sei, in der er gearbeitet habe. Nach dem Anruf unternahm Deputy-Sheriff Bill Huntley zusammen mit dem bei Cold Springs wohnten Albert Miller einen Abstecher in das Gebiet. Beide Männer erwarteten nicht, irgendetwas zu finden. Sie gingen davon aus, dass der Anrufer ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und einfach einen Bären angesehen hatte. Als sie die Kiesgrube erreichten, war es bereits dunkel und nachdem sie sich einige Minuten umgeschaut hatten, wollten sie schon wieder aufbrechen, als ein unheimlicher Laut durch die frostige Winterluft heilte, der, wie sie später berichteten, dem Schrei eines Menschen glich, der unter schrecklichen Qualen leidet. Das Wesen, das ihn ausgestoßen hatte, blieb nicht an einer Stelle. Es umkreiste ihr Auto, hielt sich dabei aber immer im Unterholz verborgen. Es schien auf ihre Rufe zu antworten, während es sich mit unglaublicher Schnelligkeit und mit Ausnahme der haarsträubenden Schreie absolut lautlos von einem Ort zum anderen bewegte. Nach einiger Zeit verklangen die Schreie dann in der Ferne und Huntley und Miller machten sich auf den Heimweg. Huntley rief den anonymen Anrufer, der die Polizei zuerst alarmiert hatte, später öffentlich auf, sich zu melden und eine detaillierte Beschreibung abzugeben, jedoch ohne Erfolg. Menschen, die in der Wildnis zelten, scheinen Bigfoots neugierig zu machen. 1963 wollte sich Harry Squiness in seinem Zelt gerade schlafen legen, als die Klappe geöffnet wurde und er das behaarte Gesicht eines Affen vor sich sah, aus dem ihn menschliche Augen anstarrten. Squiness hatte sein Zelt bei Goose Point nahe Anaheim Lake in British Columbia aufgeschlagen. Nachdem er erfolglos versucht hatte, ein Streichholz anzuzünden, lief er nach draußen und schüttete Benzin in das fast erloschene Lagerfeuer. Im Licht der aufluderten Flammen erkannte er in etwa fünf Metern Entfernung vier Kreaturen, die ihn sowohl an Affen als auch an Menschen erinnerten. Sie duckten sich, so als ob sie sich verstecken wollten. Als das Licht des Feuers auf sie fiel, sprangen sie auf und gingen davon. Hey, was macht ihr hier? Kommt zurück, rief ihn der Zeuge noch nach. Aber die behaarten Kreaturen gaben keine Antwort und verschwanden in der Nacht. Fußspuren waren auf dem grasigen Boden nicht zurückgeblieben, aber an einem Baumstamm fand Squiness den Abdruck einer riesigen Hand, den er dem Indianer Clayton Mack aus Anaheim Lake zeigte, einem angesehenen Bärenjäger. Im Mai 1964 zeltete eine Pfadfindergruppe bei Brown School, etwa 25 Kilometer von Butt in Montana. Um vier Uhr morgens hörte einer der Jungen draußen ein Geräusch. Als er aus dem Zelt schaute, sah er sich einer menschenähnlichen Gestalt gegenüber, die am ganzen Körper behaart war. Die Haare hatten silberne Spitzen. Auffallend war außerdem der lange Bart der Kreatur. Als der Pfadfinder einen Schrei ausstieß, lief das Wesen davon. Einen Augenblick später hörte er es den nahegelegenen Bach durchqueren und dabei kichernde, menschenähnliche Laute von sich geben. Am Tag fanden sich Fußspuren, die denen eines menschenglichen und sich knapp 150 Meter weit verfolgen ließen, ehe sie sich auf felsigem Grund verloren. Jeder Abdruck war etwa 50 Zentimeter lang und 15 Zentimeter breit. Die Schrittweite betrug etwa 2,10 Meter. Ebenfalls im Mai 1964 hatte ein Wesen, dessen Spuren fast genauso groß waren, 46 mal 13 Zentimeter und das als 2,70 Meter großes, schwarzbehaartes Monster mit fluoreszierenden Augen beschrieben wurde, bei Sister Lakes in Michigan eine Gruppe von Erntearbeitern in Angst und Schrecken versetzt und sie aus ihrer Obstplantage vertrieben. Zwar hatte es dort schon seit 1962 beunruhigende Schilderungen über ein riesiges Lebewesen gegeben, das in den nahegelegenen Sümpfen sein Unwesen treibe. Im Frühjahr 1964 häuften sich diese Berichte jedoch und beherrschten schließlich die Schlagzeilen der Lokalpresse. Am 9. Juni war der Erntearbeiter Gordon Brown mit seinem Bruder im Auto unterwegs, als sie die Kreatur plötzlich im Licht ihrer Scheinwerfer sahen. Nachdem sie in Wald verschwunden war, folgten sie ihren Spuren und als sie das Wesen schließlich eingeholt hatten, sahen sie ein Monster, das wie eine Kreuzung aus Gorilla und Bär wirkte. Aufrecht stehend war es ungefähr 2,70 Meter groß und wirkte auf die beiden wie ein Baum. Die beiden Männer traten vernünftigerweise den Rückzug zum Auto an und fuhren schnell davon. Brown hatte den Bigfoot ein Jahr zuvor schon einmal gesehen, hatte damals aber geschwiegen, aus Angst sich lächerlich zu machen. Das Gelände, auf dem die beiden Männer das Monster verfolgt hatten, gehörte zur Form von Evelyn Uthorp und ihrem Mann John, die der Kreatur auf ihrem Land ebenfalls schon einige Male begegnet waren. Uthorp hatte es mit seinen großen, leuchtenden Augen, die im Scheinwerferlicht reflektierten, sogar schon in seinem Hof stehen sehen. Und Mrs. Uthorp erzählte, wie sie vor der über 200 Kilogramm schweren Kreatur, deren Schritte die Erde zum Beben brächten, schon einmal ins Haus geflüchtet sei. Auch habe einer ihrer Hunde das Wesen eines Nachts gejagt und sei mit einem verletzten Auge zurückgekehrt, das aber nach ein paar Wochen wieder verheilt sei. Am Tag nach Gordon Browns Begegnung wurde das Geschöpf noch von anderen Bewohnern gesehen, die auch seine Laute hörten, die wie Babyschreie klangen. Am 11. Juni schließlich standen drei 13-jährige Mädchen dem Monster gegenüber. Der Vorfall ereignete sich tagsüber auf einer einsamen Straße im Township Silver Creek. Während Joy Smith in Ohnmacht fiel, blieben Patsy und Gay Clayton vor Angst wie angewurzelt stehen. Offensichtlich zufrieden mit dem Eindruck, den es hinterlassen hatte, trottete das Wesen davon und verschwand schließlich in den Büschen. In der Folgezeit wurde aus der ländlichen Gemeinde Sister Lakes mit ihren 500 Einwohnern über Nacht ein wimmelndes Touristenzentrum. Hunderte von Jägern und sensationslusterte Neugierigen fielen in der Gegend ein. Die Geschäfte verkauften Monsteraccessoires, Imbissbuden und Kneipen boten Monsterburger an. Der örtliche Radiosender spielte Monster Music, unterbrochen von den neuesten Monster-Nachrichten. Und das Kino zeigte zweimal pro Tag eine Horrorshow. Ein Geschäftsmann bot eine Spezialausrüstung für die Monsterjagd an. Für 7,95 Dollar konnten interessierte Jäger eine Lampe, ein Netz, einen Baseballschläger, einen Holzhammer und einen Pflock erwerben, um das Untierding festzumachen. Teenager warfen sich alte Pelzmäntel über und standen damit auf den Straßen herum. Trotz des Trubels wurde glücklicherweise niemand verletzt. Wenn gleich Cheval Forward Duel sagte, ich muss die Jäger wegschicken, da es viel zu gefährlich wurde. 3000 Fremde, die das nachts mit Gewehren in der Gegend herumschleichen. Dass man unter derartigen Umständen seriöse Sichtungsberichte erhält, ist ihr unwahrscheinlich. Denn die Menschen sind aufgeregt und erwarten einfach, ein Bigfoot zu sehen. Sie vermuten das Monster hinter allem, was sie beobachten. Bei einem sachlichen und nüchternen Beobachter ist diese Gefahr sicherlich um einiges geringer. Einige Bigfoots zeigen die seltsame Angewohnheit, Autos, Wohnwagen oder Anhänger ordentlich durchzuschütteln. Am 13. September 1964 war Benjamin Wilder der Leidtragende, als er in einer entlegenen Gegend nahe Blue Lake im nordwestlichen Kalifornien in seinem Auto schlief. Um 1 Uhr morgens wachte Wilder auf, weil sie sein Auto bewegte. Zuerst dachte er in einen Erdbeben, aber als sich die Bewegungen fortsetzten und er keine Felsenrollen hörte, zündete er ein Streichholz an, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Wie überrascht war er, als er an der Fahrertür ein riesiges Wesen mit zottigen, fünf bis zehn Zentimeter langen Brusthahn stehen sah, dessen Arme auf dem Autodach lagen. Er schrie das Geschöpf an. Als Antwort erhielt er aber nur ein paar grunzende Laute. Schließlich drückte er auf die Hupe und konnte das Wesen damit verscheuchen. Es verschwand aufrechtgehend über einen Hügel, ohne dass Wilder einen Blick auf sein Gesicht werfen konnte. Unser letzter Bericht aus dem Jahr 1964 ist einer dieser unglaublichen Geschichten, mit denen sich die Bigfoot-Forschung so häufig konfrontiert sieht. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Menschen, die über diese merkwürdigen Geschehnisse berichten, keine publicity-süchtigen Verrückten sind, sondern normale Bürger mit guter Ausbildung, verantwortungsvollen Jobs und harmonischen Familienleben. Das folgende Ereignis wurde erst zehn Jahre später Leonard Stringfield anvertraut. Stringfield ist einer der seriösesten und verantwortungsvollsten UFO-Forscher in den USA und allgemein als verlässlicher, vertrauenswürdiger und aufgeschlossener Berichterstatter anerkannt. Zum Zeitpunkt des Geschehens war Mrs. Lister 18 Jahre alt und bereits mit ihrem zukünftigen Ehemann befreundet. Eines Abends saßen sie gegen 23 Uhr etwa anderthalb Kilometer von der Farm ihrer Eltern bei Point Isabel, Ohio, entfernten einem Auto. Die Scheinwerfer hatten sie ausgeschaltet. Plötzlich sahen sie eine Gestalt, die das vor ihnen liegende Feld überquerte. Als Lou Lister die Lichter einschaltete, kam die Kreatur mit langen Sprüngen zum Auto gehüpft. Auf ihrem Weg marschierte sie durch einen starken Stacheldrahtzaun, als ob er gar nicht vorhanden wäre. Das Mädchen schrie und das Wesen griff nach Lister, als das Paar verzweifelt versuchte, die Fenster hochzukurbeln. Mrs. Lister fühlte sich durch die glühenden Augen wie gelähmt und glaubte, das Ganze liefe wie im Zeitraffer ab. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sich seine Augen direkt in meine bohrten. Sie konnte sehen, dass das Wesen etwa 1,80 Meter groß war, breite Schultern hatte und vollständig mit gelblichen Kraushaar bedeckt war. Der Kopf war schrecklich. Er lief nach oben hin spitzt zu und verengte sich zum Kinn. Die Brauen waren wülstig und seine Ohren, da bin ich mir ganz sicher, waren so groß wie die eines Schweins. Seine Augen glühten orange und die Zähne glichen Hauern. Dann, als sie es weiter beobachtete, änderte es plötzlich seine Gestalt. Seine Hände wurden zu pranken und es lief jetzt auf allen Vieren. Ihren Worten nach geschah dies wie in Zeitlupe. Dann verschwand es plötzlich. Es hatte sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Ein anderes, unheimliches Erlebnis, jedoch ohne den oben vorhandenen Horror-Einschlag, hatten zwei Brüder, die als Prospektoren für Bergbaugesellschaften arbeiteten. Ihre Aufgabe war es, die entlegenen Regionen Kanadas zu bereisen und ihren Auftraggebern zu berichten, welche Bodenschätze dort vorhanden sein könnten. Am 28. Juni 1965 waren sie in der wilden, gebirgigen Gegend nahe Pitt Lake unterwegs, etwa 40 bis 50 Kilometer nordöstlich der kanadischen Stadt Vancouver. Sie befanden sich auf 1200 Metern Höhe. Der Schnee lag zwei Meter tief, das Wetter war jedoch sonnig und klar. Im Folgenden erzählen sie mit eigenen Worten, was sie beobachteten. Wir wanderten am Nachmittag gerade hinunter in ein Tal, als wir auf riesige Fußabdrücke stießen, die zu einem kleinen Fluss führten, der aber jetzt überfroren war. An der Stelle, an der die Spuren auf das Eis führten, war es gebrochen, sodass sich der einsame Wanderer wohl entschlossen hatte, zurückzugehen. Wir untersuchten die Abdrücke eine ganze Zeit, dass sie so immens groß waren. Sie waren doppelt so lang wie meine Stiefel, müssen also etwa 60 Zentimeter lang und an den Zehen etwa 30 Zentimeter breit gewesen sein. Die Schrittweite war doppelt so groß wie meine und die Spuren hatten sich etwa 5 Zentimeter tief in den Schnee gedrückt. Aufgrund der überaus dicken und großen Zehen konnten linker und rechter Fuß leicht unterschieden werden. Danach gingen wir weiter das Tal hinauf und plötzlich, als wir über einen kleinen zugefrorenen Teich schauten, sahen wir die Kreatur. Wir schätzten ihre Größe auf 3 bis 3,5 Meter. Sie war vollständig mit rotbrauen Haaren bedeckt. Der Kopf schien direkt auf den Schultern zu setzen und wies lange Haare auf, die wesentlich dunkler zu sein schienen als die übrige Körperbehaarung. Die Arme waren länger als die eines Menschen und schienen bis unter die Knie zu gehängen. Als wir das Wesen entdeckten, befand es sich auf gleicher Höhe mit uns auf der anderen Seite des Tales, etwa einen weiten Steinwurf von uns entfernt. Die Hände dieses Wesens waren riesig und erinnerten mich an die Paddel unseres Kanus. Es hielt sie geöffnet, sodass man ihre gelbliche Färbung erkennen konnte. Wir beobachteten das Geschöpf eine ganze Zeit lang, aßen dabei ein Stück Schokolade und rauchten eine Zigarette. Es stand einfach nur da und verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, was zu einer schaukelnden Bewegung führte. Während es sich fortbewegte, schienen seine Hände vor und zurück zu schwingen. Da es nicht aggressiv zu sein schien, blieben wir noch eine Weile und beobachteten es weiter, bevor wir uns wieder auf den Weg machten und das Tal weiter aufwärts wanderten. Insgesamt hielten wir uns in dem Tal etwa viereinhalb Stunden auf. Als wir zurückkamen, war das Geschöpf verschwunden und wir kehrten zu unserem Basislager zurück. Ein weiteres Rätsel neben den riesigen Fußabdrücken waren zwei parallele Furchen im Schnee. Die eine war breit und flach und verlief zwischen den Spuren. Die andere war schmaler und tiefer, eingeschnitten und zeigte sich neben den Abdrücken. Einer der Männer fertigte in seinem Notizbuch eine Skizze von ihnen an und erstellte später während der Beobachtung auch eine Zeichnung von der Kreatur. Sie notierten außerdem, dass der Schnee an den Spuren eine leichte rosa Färbung gehabt habe. Am nächsten Tag stießen sie auf ähnliche Fußabdrücke, die jedoch kleiner waren als jene am Tag zuvor und zu einem Loch führten, das ins Eis eines kleinen Teichs geschlagen worden war. Drei Tage später kehrte einer der Brüder zu diesem Teich zurück, diesmal jedoch in einem Hubschrauber und in Begleitung eines Reporters der Zeitung Vancouver Sun. Sie fotografierten die Spuren und fanden noch weitere, die über eine felsige Kante auf einen darunterliegenden Vorsprung führten. Aus Sorge um ihre berufliche Reputation erteilten die Brüder damals keine Erlaubnis zur Veröffentlichung ihrer Namen, sodass die Geschichte nicht in allen Einzelheiten publiziert wurde. Bigfoot sind in allen Anschein nach gute Schwimmer und beileibe nicht wasserscheu. Ein Vorfall, der diesen Schluss nahelegt, ereignete sich im Juli 1965 in der Nähe von Princess Royal Island, nicht weit von Boothdale in British Columbia. Der Zeuge, ein Arbeiter aus Boothdale, war eines Nachmittags zum Fischen gegangen, als er auf einer kleinen Insel in etwa 70 Metern Entfernung zwei gigantische, zweibeinige Kreaturen bemerkte. Sie waren dunkel behaart und äußerst stämmig. Dann sah er, wie sich etwas zügig durch das Wasser bewegte, wobei es die Arme allerdings überhaupt nicht einzusetzen schien. Er vermutete, dass es sich um ein weiteres dieser riesigen Geschöpfe handeln musste. Da es direkt auf ihn zuzuschwimmen schien, warf er den Außenbootmotor an und suchte schnell das weiter. Dabei meinte er auf dem Festland am Strand noch zwei weitere dieser Kreaturen stehen zu sehen. In seinem Bemühen, wenn nicht gar in seiner Panik, die Gegend zu verlassen, bemerkte er nicht, dass er dann an einem Freund vorbei fuhr, der sich mit ihm treffen wollte. Die meisten der Berichte weisen darauf hin, dass der Bigfoot, so riesig er auch sein mag, sich dem Menschen gegenüber nicht aggressiv verhält. Der nun folgende Fall scheint jedoch eine der wenigen Ausnahmen darzustellen. Anhand der verschiedenen Quellen, die wir zur Rate gezogen haben, lässt sich nur schwer feststellen, was im entscheidenden Moment genau passiert ist. Die Verletzungen, die Christine von Ecker erlitten hat, könnten ihr einerseits bewusst zugefügt worden sein, andererseits aber auch auf eine ungeschickte Bewegung zurückgehen. Am 13. August 1965 fuhr die damals 17-jährige Christine mit ihrer Mutter durch ein Waldgebiet bei Monroe in Michigan. Die Autofenster waren heruntergekurbelt. Nach einer Kurve stand plötzlich eine riesige, dunkelbehaarte Kreatur auf der Straße. Christine wollte eigentlich beschleunigen, um so schnell wie möglich an dem Wesen vorbeizufahren, wirkte den Motor aber stattdessen ab, weil sie in ihrer Aufregung auf die Bremse trat. Während sie versuchte, das Fahrzeug wieder zu starten, griff der Bigfoot durch das Fenster und legte seine riesige, behaarte Hand auf ihren Kopf. Als Mutter und Tochter aufschrien, zog er seine Hand zurück, wobei Christines Kopf gegen den Rahmen schlug. Arbeiter, die sich gerade in der Nähe befanden, hörten die Schreie und das Hupen und kamen herbeigerannt. Sie sahen gerade noch, wie die Kreatur wieder in den Wäldern verschwand. Nach Angaben von Christine, die im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge davon gekommen war, war der Bigfoot etwa 2,10 Meter groß und wog ca. 150 bis 200 Kilogramm. Außerdem war ihr der strenge Geruch der Kreatur aufgefallen. Die Stärke des Bigfoot und die Schnelligkeit, mit der er sich durch das Gelände bewegte, werten im folgenden Vorfall deutlich, den Jimmy Nelson aus Bella Coola in Britisch-Columbia dem Forscher John Green erzählte. Im November 1965 befand sich Nelson einige Kilometer von Bella Coola entfernt bei Green Bay auf der Jagd und querte gerade einen kahlgeschlagenen Abschnitt an einer hohen Bergflanke. Plötzlich bemerkte er eine menschenähnliche dunkle Gestalt, die unter ihm den Hang hinaufstieg. Aus der Geschwindigkeit, mit der das Wesen in dem von Baumstämmen übersäten Gelände vorankam, schloss Nelson, dass es sehr groß sein musste. Er beobachtete es zehn Minuten lang. In dieser Zeit durchquerte es die Schneise mühelos, indem es einfach über die Stämme hinweglief. Nelson hatte für dieselbe Strecke etwa zwei Stunden gebraucht, weil er entweder unter den Stämmen hindurchkriechen oder über sie hinwegklettern musste. Zudem hatte er den kürzesten Weg gewählt und den Bereich gerade durchquert, während der Bigfoot eine beträchtliche längere Route wählte und eher schräg durch den Einschlag stieg. Er war links von Nelson aufgetaucht und erreichte weit rechts vor ihm wieder den Wald. Dass der Bigfoot kugelfest zu sein scheint, ist für Bigfoot-Forscher nichts Neues. In ihren Archiefen finden sich mittlerweile eine ganze Reihe von Fällen, in denen ohne Ergebnis auf Bigfoots gefeuert wurde. Zwar hat man gelegentlich Blutspuren gefunden, niemals jedoch eine Leiche. Nachdem auf ihn geschossen wurde, verschwindet der Bigfoot gewöhnlich, ohne von seinen Angreifern weitere Notiz zu nehmen. Diese Erfahrung macht 1965 auch der 14-jährige James Lynn Crabtree, als er in der Nähe seines Elternhauses in Fook, Arkansas, während der Jagd auf Eichhörnchen auf einen Bigfoot stieß. Er horchte auf, als er einige Pferde in einen nahegelegenen See galoppieren hörte. Dann vernahm er das schmerzerfüllte Heulen eines Hundes. Als er dem Lärm entgegen lief, stand er plötzlich hinter einer ungefähr 2,40 Meter großen Kreatur, die vollständig mit rötlich-braun, etwa zehn Zentimeter langen Haaren bedeckt war. Sie hatte sehr lange Arme und stand wie ein Mensch aufrecht auf zwei Beinen. Als er sich zu dem Jungen umdrehte, konnte dieser vom Gesicht nichts weiter erkennen als eine flache, braune Nase. Alles Übrige war von Haaren verdeckt. Als dieses Monster auf den verschreckt wie erstarrt stehenden Crabtree zuging, schoss er ihm dreimal ins Gesicht. Da sich der Bigfoot jedoch vollkommen unbeeindruckt zeigte, ergriff der Junge die Flucht und lief so schnell wie möglich davon. In den folgenden Jahren gab es in diesem Gebiet noch weitere Sichtungen. Außerdem wurden riesige Fußabdrücke gefunden. In der Region wurden auch der Kinofilm The Legend of Boggy Creek gedreht, der unter Zusatz vieler fiktiver Teile die Geschichte des Monsters erzählt. Gluteugige Monster in der Nacht, 1966 bis 1970. Ein weiterer aggressiver Auftritt des Bigfoot, der dem Vorfall ähne den Christine von Ecker im vorangegangenen Kapitel schildert, ereignete sich am 27. April 1966, knapp außerhalb der Stadt Fontana in Kalifornien. Bereits im Juli hatten dort einige Jungen berichtet. Sie hätten ein affenähnliches Wesen gesehen. Einer der Jungen gab zwar an, das Geschöpf habe ihn gekratzt und seine Kleidung zerrissen. Man schenkte ihm jedoch keine größere Aufmerksamkeit. Am 27. August hielten zwei junge Mädchen nach dem Monster Ausschau und begegneten ihm tatsächlich. Die 16-jährige Jerry Mendenhall fuhr ihr Auto gerade rückwärts in einen Feldweg, als ein Bigfoot aus dem Gebüsch auftauchte und durch das offene Autofenster nach ihr griff. Als sie aufschrie und aus Gaspedal drückte, verschwand das Wesen wieder in den Büschen. Ihren Angaben zufolge hatte es matte und äußerst schmierige Haare und stank wie ein totes Tier. Ein Mitarbeiter des Sherrys fand später einen knapp 45 cm lang und etwa 15 cm breiten Fußabdruck. Als Jerry das Erlebnis später unter Hypnose noch einmal durchlebte, steigerte sie sich in einen derartigen Angstzustand hinein, dass sie vorzeitig geweckt werden musste. Im Sommer und Herbst 1968 wurden in Washington mehrmals weiße oder graue Bigfoots gesehen. War es ein und dasselbe Tier? In der Umgebung von Witchland wurde im Sommer ein Bigfoot beobachtet, der weißlich-grau und ungefähr 2,40 Meter groß gewesen sei und rote Augen gehabt habe. Er habe mindestens 250 Kilogramm gewogen und sei aufrecht gegangen wie ein Mensch. Eine Gruppe junger Männer hatte ihn mehrere Male gesehen. Auf der Suche nach ihm waren sie des Nachts mit dem Auto umhergefahren und hatten ihn häufiger in einer alten Kiesgrube gefunden. Einer der Zeugen, Greg Pointner, bot an, sich jederzeit einem Lügendetektortest zu unterziehen. Ein anderer, Watcher 2, hatte aus lediglich sechs Metern auf das Wesen geschossen und es mindestens dreimal getroffen. Es ging jedoch nicht einmal zu Boden. Tom Thompson feuerte sein Gewehr aus knapp zehn Metern Entfernung ab. Danach stieß es einen Schrei aus, eine Art hohes Quieken. Die Schüsse konnten es aber nicht aufhalten. Eine andere Gruppe von Teenagern hatte das Geschöpf mit Steinen beworfen und dann versucht, es mit dem Auto zu rammen. Als sie in ihm vorbeifuhren, kratzte der Bigfoot mit seiner Hand an der Fahrzeugseite entlang und zerstörte den Lack. Das war sicherlich eine Aktion, die man als aggressiv bezeichnen könnte. Eine derart wilde Story erregte natürlich das Interesse der Forscher. Sie baten die Zeugen mehrmals, alle Einzelheiten noch einmal durchzugehen, fanden aber in den verschiedenen Berichten keiner der Diskrepanzen. Die jungen Leute beharrten darauf, dass sie weder Lügen noch übertreiben würden. Genau in der gleichen Weise hatten sie die Vorfälle zuvor noch ihren Eltern und der Polizei geschildert, waren aber niemals ernst genommen worden. Sollte ein Mensch bei einer Begegnung mit einem Bigfoot jemals den Nerven behalten und sich freundlich und ruhig verhalten, könnte er vielleicht sogar eine freundschaftliche Beziehung zu dem Wesen aufbauen. Im folgenden Fall scheint es fast dazu gekommen zu sein, dann jedoch gewannen aggressive männliche Instinkte die Oberhand und verdarben die Situation. Im Herbst 1966 fand ein Paar bei Lower Bank in New Jersey außerhalb seines Hauses ungefähr 45 cm lange Fußabdrücke mit nur vier Zehen, nachdem zuvor ein Gesicht in immerhin zwei Meter zehn Höhe in eines ihrer Fenster geschaut hatte. Danach legten sie vor ihrem Haus Gemüse aus, das auch prompt gegessen wurde. Die einzigen Delikadessen, die der Bigfoot verschmähte, waren Erdnussbutter und ein Marmeladensandwich. Als das Paar eines Abends vergessen hatte, etwas Essbares nach draußen zu legen, hörte es plötzlich ein lautes, schepperndes Geräusch. Als der Ehemann nachschaute, stand er vor einem grauhaarigen Bigfoot, der einen Mülleimer an die Hauswand warf. Nachdem sich das Geschöpf von einem Schuss in die Luft nicht sonderlich beeindruckt zeigte, nahm der Mann es direkt aufs Korn und feuerte. Die Kreatur lief davon und kehrte nie mehr zurück. 1967 fiel Bigfoot-Jäger ein großes Jahr. Nicht nur, dass es Roger Patterson gelang, in Kalifornien einen Bigfoot zu filmen, es gab auch noch eine ganze Reihe anderer aufregender Begegnungen. Über einige von ihnen werden wir im Folgenden berichten. Im Mai 1967 wurde aus The Dallas in Oregon berichtet, dass Teenager mehrere Male Bigfoots gesichtet und anschließend Freunde zusammengetrommelt hatten, um Jagd auf das Wesen zu machen. Bei der ersten Begegnung waren sie von einer 2,40 bis 2,70 großen Kreatur an ein Feld gejagt worden. Sie durchbrach dabei einen Zaun und hielt anschließend inne, um sie genauer zu beobachten. Als die jungen Leute schnell in Richtung Straße davonliefen, rannte das Wesen ebenfalls los und stoppte jedes Mal, wenn auch sie anhielten. Schließlich wurden sie von einem Auto zu einem nahegelegenen Café mitgenommen. Von dort aus holten sie einige Freunde zusammen. Mit Knüppeln und Steinen bewaffnet kehrten sie zu der Stelle zurück, an der sie dem Monster begegnet waren. Dort sahen sie auf halber Höhe eines Berghangs eine Kreatur. Sie nahmen die Verfolgung auf, wurden von dem Wesen jedoch mühelos abgehängt. Am nächsten Abend kamen sie mit Gewehren bewaffnet zurück, sahen jedoch nur einen Bigfoot in großer Entfernung. In der dritten Nacht bestand die Gruppe aus zwölf Teenagern, die mit verschiedenen großkalibrigen Waffen ausgerüstet waren. Dennis Taylor und Dave Churchill trennten sich von den anderen und suchten auf eigene Faust. An dem bereits erwähnten Hang kamen sie an einen Baum, dessen Äste bis auf den Boden reichten. Als sie die Zweige beiseite schoben und in die Dunkelheit starten, bemerkten sie plötzlich direkt vor ihnen in zwei bis drei Metern Entfernung eine riesige Gestalt, die trotz der geduckten Haltung, die sie momentan eingenommen hatte, immer noch über zwei Meter groß war. Dave Churchill reagierte sofort und schoss ihr mit seiner Waffe zweimal in die Brust. Die Schüsse warfen die Kreatur zu Boden und sie überschlug sich zweimal. Danach kam sie aber sofort wieder auf die Beine, prächte durch einen Zaun und riss dabei drei Pfähle aus dem Boden. Am nächsten Tag kehrten die beiden zurück, um ihr Opfer aufzuspüren, aber schon nach knapp hundert Metern verloren sie seine Spur und auch Bluttröpfchen waren nicht zu sehen. Auch nach dieser Begebenheit wurde in der Gegend immer wieder Bigfoots gesehen, die die umherstreifenden Gruppen furchtlos und neugierig beobachteten. Bei einer Gelegenheit hatten sich fünf Jugendliche in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die Zweiergruppe Ausschau nach dem Bigfoot zielt, sahen sie plötzlich, wie eines dieser Wesen nur zwei bis drei Meter hinter den drei anderen Jungen auftauchte und sie beobachtete. Als sie sich umdrehte, um wieder den Rückzug anzutreten, machte es die drei durch ein Geräusch auf sich aufmerksam. Sie behielten ihre Kugeln jedoch im Lauf, da sie sahen, dass der Bigfoot zurückwich. Vielleicht hatten sie mittlerweile auch eingesehen, dass Schüsse zu keinem Ergebnis führten. Ein anderes Gebiet mit vielen Sichtungen befindet sich im Nooksack River in Washington. Im Herbst 1967 gab es dort mehr als ein Dutzend Sichtungen, was einige Forscher auf das Überangebot an Lachsen zurückführten, das es damals in diesem Fluss gab. Als das Ehepaar Bootfold im September dort angelte, sah es einen 2,40 Meter großen Bigfoot, der bis zu den Knien im Wasser stand. Der entlitt er ins Wasser, tauchte unter und blieb verschwunden. Im Uferschlamm fanden die Bootfolds später knapp 35 Zentimeter lange Fußabdrücke, die sich fünf Zentimeter tief eingedrückt hatten. Ihre eigenen Abdrücke waren hingegen nur etwa einen Zentimeter tief. Die Schrittweite der Kreatur betrug knapp 1,15 Meter. Am 21. September fand man erneut knapp 35 Zentimeter lange Fußspuren, nachdem Mrs. Bootfold beim Nachtangeln einen Bigfoot gesehen hatte, der im Wasser urplötzlich einen Meter neben ihrem Boot aufgetaucht war. Der vielleicht dramatischste Vorfall ereignete sich, als der Indianer John Green, nicht der Bigfoot-Forscher gleichen Namens, mit seinem Fischernetz, das nachts hinaustrieb und das Netz sich plötzlich verfangen zu haben schien. Als er mit seiner Lampe über das Wasser leuchtete, sah er einen 2,10 Meter großen Bigfoot, der versuchte, an die Fische in seinem Netz zu gelangen. Die Rufe des Indianers alarmierten zwei andere Angler, die sich in der Nähe befanden und herbeigeeilt kamen. Im Licht ihrer Lampen beobachteten sie, wie das Geschöpf auf eine Insel wartete und dort zwischen den Bäumen verschwand. Bei Tageslicht suchten Green, seine Angelfreunde und ein Polizeibeamter die Stelle erneut auf und fanden über 40 Zentimeter lange Fußspuren. Green, der ganz sicher war, keinen Bären gesehen zu haben, bestand später einen Test mit dem Lügendetektor. Eines der bedeutendsten Ereignisse in den Annalen der Bigfoot-Jagd fand am 20. Oktober 1967 statt, als es Watcher Patterson gelang, einen weiblichen Bigfoot am Bluff Creek in Kalifornien auf 16 Millimeter Farbfilm zu bannen. Insgesamt verschoss er einen 9-Meter-Film. Patterson und sein Freund Bob Gimlin, die den Bigfoot bereits seit Jahren nachstellten und einige Gipsabdrücke riesiger Fußspuren angefertigt hatten, ritten etwa 40 Kilometer von der nächsten Straße entfernt durch die raue Wildnis. Da es sich bei dieser Gegend bekanntermaßen ein Bigfoot-Territorium handelte, waren sie besonders auf der Hut. Als sie um eine Ecke bogen, sahen sie prompt einen Bigfoot am Ufer hocken. Im selben Moment bemerkten auch die Pferde das Wesen und scheuten. Pattersons Pferd stürzte zwar, er konnte sich jedoch befreien und zerrte seine Filmkamera aus der Satteltasche. Das Geschöpf schaute sie einen Moment lang an und ging dann in aller Ruhe davon. Um näher an das Wesen heranzukommen, nahm Patterson die Verfolgung auf und filmte dabei gleichzeitig. Beim Durchqueren des Flusses stolperte er und verlor fast den Halt. Als er noch etwa 25 Meter entfernt war, hielt er an, um einige klare Aufnahmen zu machen, denn der Bigfoot hatte noch einige Schritte über freies Gelände zu gehen. Dann kamen Bäume, die ihn verdecken würden. Kurz bevor er die Baumgruppe erreichte, drehte er sich während des Gehens um und schaute direkt in die Richtung des Filmenden. In diesem Augenblick erkennt man auf dem Film große, hängende und behaarte Brüste, die erkennen lassen, dass es sich um ein Bigfoot-Weibchen handelt. Als es hinter den Bäumen wieder hervorkam, war die Entfernung schon ziemlich groß und der Patterson in seiner Aufregung die Kamera nicht ruhig hielt, ist der gesamte Film relativ unscharf. Von den Fußabdrücken der Kreatur fertigten die beiden Männer später Gipsabdrücke an und maßen sie aus. Die Spuren waren knapp 37 Zentimeter lang und etwa 14 Zentimeter breit. Wie mittlerweile bekannt ist, wurden die Filmaufnahmen Pattersons niemals systematisch von einer Wissenschaftlergruppe untersucht, die auf den erforderlichen Gebieten das entsprechende Fachwissen besitzt, um die Echtheit des Films wirklich beurteilen zu können. Einzelne Wissenschaftler haben die Aufnahmen genau studiert und sahen sich vor ein Rätsel gestellt. Wenn der Film ein Schwindel ist, können sie nicht erklären, wie er durchgeführt wurde. Denn für einen Menschen in einem Affenkostüm ist es unmöglich, sich auf die Art und Weise und so schnell zu bewegen wie die Kreatur im Film. Andererseits sind die Forscher der Überzeugung, dass sollte es im Nordwesten der USA und in Kanada ein derartiges Wesen geben, dieses mit Sicherheit bereits entdeckt worden sein müsste. Die Bigfoot-Jäger betrachten die Filmaufnahmen jedenfalls als ihr stichhaltigstes Beweisstück und freuen sich schon auf den Augenblick, an dem es einen anderen Filmer gelingt, von einem Bigfoot noch bessere Aufnahmen zu machen. Der letzte bedeutende Fall aus dem Jahr 1967 ist eine weitere detailliert beschriebene Sichtung von Kreaturen, die durchaus als Bigfoots zu bezeichnen sind, wenn gleich einige ihrer Merkmale nicht mit jenen typischen Charakteristika übereinstimmen, die in vielen anderen Berichten genannt werden. Es war Ende Oktober und Glenn Thomas arbeitete in den Bergen bei Estacada in Oregon, in etwa 1800 Meter Höhe, mit seiner Motorsäge. Er hatte gerade eine Pause eingelegt und machte auf Waldweg einen Spaziergang. Als er eine Lichtung erreichte, sah er dort drei behaarte, menschenähnliche Wesen zwischen einigen Felsen graben. Er nahm an, dass es sich um ein Männchen und ein Weibchen mit ihrem Jungen handelte. Sie schnüffelten an den Steinen und als das Männchen das Gesuchte gefunden hatte, begann es wie wild zu graben und steuderte dabei Steine in die Luft, die bestimmt 50 Kilogramm wogen. Schließlich holte er ein Nest hervor, aus dem er, wie Thomas glaubte, Murmeltiere, Kaninchen oder andere Nagetiere hervorklaubte, die sich bereits im Winterschlaf befanden. Sie wurden von den Kreaturen mit Haut und Haaren verspeist. Eine Viertelstunde stand Thomas dort und beobachtete die Gruppe, bis er schließlich von ihnen bemerkt wurde, als sie schnell und lautlos im Wald verschwanden. Er beschrieb ihre Gesichter als mehr Katzen als menschenähnlich. Außerdem war ihm aufgefallen, dass sie beim Bewegen der Felsen kaum ihre Daumen gebrauchten. Am 6. Januar 1968 konnten zwei Männer einen Bigfoot von einem ungewöhnlichen Aussichtspunkt aus beobachten. Robert James flog mit einem Kleinflugzeug über die Confidence Ridge, ein entlegenes Gebiet nördlich des Yosemite Nationalparks in Kalifornien. Als er und sein Passagier Leroy Lawick am Boden ein braunes, zottiges und ungefähr drei bis dreieinhalb Meter großes Wesen entdeckten, das aufrecht stand. In der Überzeugung, dass es kein Bär war, überflogen sie es ein zweites Mal, wobei Leroy Lawick einige Fotos machte. Danach landeten sie und kehrten zu der Sichtungsstelle zurück. Dort fanden sie über 50 Zentimeter lange Fußspuren, die sie ebenfalls fotografierten. Fotos von Bigfoots sind äußerst selten. Und da wir das aus dem Flugzeug geschossene Foto niemals irgendwo publiziert gesehen haben, müssen wir davon ausgehen, dass auf ihm einfach nichts zu erkennen ist. Im Frühjahr 1968 hatte Glenn Thomas nicht weit entfernt eine weitere Begegnung mit einem Bigfoot, der in etwa 30 Meter Entfernung gerade mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt war und Blätter von einer Weide streifte. Thomas stieg eine Straßenbüschung hinauf, um besser sehen zu können und stellte fest, dass das Wesen Brüste besaß, die auffallend tief am Brustkorb ansetzten. Es war mit kurzen, dunkelbraunen Haaren bedeckt und zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter groß. Genau wie bei der Gruppe in den Felsen fiel auch Thomas auf, dass die Daumen des Geschöpfs weiter hinten an der Hand platziert waren als bei Menschen und nicht eingesetzt wurden. Schließlich bemerkte ihn der Bigfoot und ergriff die Flucht. In diesem Buch haben wir bereits mehrere Berichte angeführt, in denen sich Bigfoot-ähnliche Kreaturen auf eine Art und Weise verhielten, die nur als übersinnlich bezeichnet werden kann. In diese Kategorie fällt auch die folgende Schilderung. An einem Herbstabend im Jahr 1968 hörte die Familie Abbott, deren Farm in der Umgebung von Port Isabel in Ohio lag, ein Geräusch. Es klang, als ob irgendetwas auf Metall schlagen würde. Der 15-jährige Larry Abbott, sein Vater und Arnold Hubbard, ein Verwandter, gingen nach draußen, um nachzuschauen. Sie hörten ein Rascheln und plötzlich tauchte im Licht ihre Taschenlampen aus dem Gebüsch, etwa 15 Meter von ihnen entfernt, eine riesige Kreatur auf, die direkt auf sie zukam. Sie war etwa drei Meter groß und an den gewaltigen Schultern etwa ein Meter zwanzig breit. Auffällig waren die hellbraune Behaarung und die langen Arme, die in den Seiten hin und her schwangen. Die Zähne standen hervor, die Ohren liefen spitz zu und die Augen glühten. Larry sagte hinterher folgendes. Das Ding versetzte mich in eine Art Trance. Ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Vielleicht war es nur Angst, aber ich bekam einfach den Mund nicht mehr auf. Allen anderen ging es genauso. Vielleicht waren wir alle in einer Art Trance-Zustand. Als sich die Kreatur duckte, verloren sie sie aus den Augen. Kurze Zeit später hörten sie das Geschöpf erneut, diesmal neben der Garage. Hubbard nahm Abbots Gewehr und gemeinsam suchten sie das Grundstück ab. Als sie über ein offenes Feld gingen, sahen sie den Bigfoot plötzlich etwa 15 Meter von ihnen entfernt auftauchen. Larry richtete seine Lampe auf ihn und Hubbard traf ihn gleich mit seinen ersten Schuss. Als Hubbard noch zwei weitere Kugeln auf ihn abfeuerte, stieß der Bigfoot einen schrecklichen Schrei aus. Danach beobachteten sie, wie er von einem weißen Dunst eingehüllt wurde. Als der Dunst sich eine Minute später verzogen hatte, war das Wesen verschwunden. Die beiden Männer suchten das Gelände ab, fanden aber weder Blut noch irgendeine andere Spur des geisterhaften Wesens. Am nächsten Tag wurde das gesamte Farmgelände durchkämmt, aber erneut nichts gefunden, das zur Lösung des Rätsels hätte beitragen können. Etwas weniger unheimlich, aber immer noch seltsam genug, ist der Bericht über eine Sichtung in Deltox Marsh, nahe Fremont in Wisconsin. Im November 1968 wurde dort mehrmals eine stämmige, menschenähnliche Kreatur gesehen, die außer am Gesicht und in den Handflächen vollständig mit dunkelbraunen Haaren bedeckt gewesen sein sollte. Am 30. November fand in Marsh eine Treibjagd statt, bei der zwölf Männer als Treiber in einer Linie voranschritten. Die Treiber ganz links sahen das Wesen zuerst und gaben die Nachricht an die übrigen Männer weiter. Das Geschöpf verhielt sich zwar nicht aggressiv, hatte aber offensichtlich starkes Interesse daran, die Männer zu beobachten. Sobald sie zurückwischen, bewegte es sich entsprechend nach vorn. Nach einer Weile entfernte es sich und verschwand hinter einigen Bäumen. Einige Wochen später wurden die Augenzeugen von den Biologen Ewan Sanderson und Dr. Bernard Heuelsmann befragt, die den Fall minutiös aufzeichneten. Wenn gleich alle Männer bewaffnet gewesen waren, hatte niemand auf das Wesen geschossen. Alle gaben an, es habe einfach zu menschenähnlich ausgesehen. Im November sah Glenn Thomas, dessen Sichtungen im Oktober 1967 und Frühling 1968 wir bereits aufgeführt haben, erneut einige Bigfoots. Zuerst fand er zwei Paar Spuren im Schnee, die etwa 40 Zentimeter lang waren. Er folgte ihnen über mehrere Kilometer, verlor sie aber, als die Schneebedeckung aufhörte. Am nächsten Tag sah er sich erneut in der Gegend um und entdeckte in einiger Entfernung einen dunklen Gegenstand im Schnee. Durch sein Fernblas erkannte er zwei schlafende Gestalten, die auf Knien und Ellenbogen lagen, während der Rücken nach oben gerichtet war. Thomas ließ sich nieder, um sie weiter zu beobachten. Nach einer Stunde erwachten die Wesen und gingen in einen nahegelegenen Bach, um dort einige Wasserpflanzen herauszureißen und zu fressen. Anhand ihrer hängenden Brüste erkannte Thomas, dass es Weibchen waren, von denen einen Hitze zu sein schien, denn ihr Genitalbereich war angeschwollen. Gelegentlich stieß sie einen Schrei aus, der klang wie ein Schrei in eine Echokammer. Sie frasen etwa eine halbe Stunde lang und Thomas beobachtete, wie eines der Weibchen ins Wasser ging, um Exkremente auszuscheiden. Danach roten sie wieder eine Stunde aus und stiegen dann in die Wälder hinauf. Nach Angaben von Thomas waren die Kreaturen sehr stämmig, etwa 1,80 Meter groß und mit dunkelbraunen Zottelhaaren bedeckt. Ein Monat später hatte er während der Jagd auf einen Hirsch eine weitere Begegnung. Als er sich umschaute, blickte er direkt auf einen struppigen, dunkelbraun und etwa 2,70 Meter großen Bigfoot, der nur etwa drei Meter entfernt stand und drohend beide Arme in die Luft gereckt hatte. Als Thomas versuchte, den unter seiner wasserdichten Kleidung verborgenen Revolver hervorzuziehen, ergriff das Wesen die Flucht und duckte sich hinter einen umgestürzten Baum. Thomas verzichtete daraufhin auf einen Schuss, da keine Gefahr mehr bestand. Wir beenden das Jahr 1968 mit einem weiteren jener Berichte, die eher an das Schattenreich des Übersinnlichen mit all seinen Schrecken zu gehören scheinen. Die folgende Serie unheimlicher Begebenheiten ereignete sich in Salem, Ohio, in der Nähe von Youngstown. Wichtigste Augenzeugen waren die Mitglieder der Familie Allison. Im Frühjahr 1968 bemerkten sie, dass eine große, dunkle und menschenähnliche Gestalt aus dem nahegelegenen Wald heraus ihr Haus beobachtete. Als es neben ihrer Zufahrt aufgestört wurde, flüchtete es tiefer in die Wälder. Sohn Buß berichtete, es sei so schnell gewesen, dass es kaum den Boden berührt habe, während man doch eigentlich davon hätte ausgehen müssen, dass ein derart großes Wesen bei einer solchen Geschwindigkeit zwangsläufig über Wurzeln und Steine stolperte. Der Sohn fand auch die Stelle im Wald, an der es gelegen hatte. Dieses Geschöpf war aber nicht der einzige unheimliche Besucher des Allison'schen Grundstücks. Die Familie wurde auch durch ein ungefähr ein Meter langes, und 90 Zentimeter hohes, katzenähnliches Tier in Angst versetzt, das häufig in der Einfahrt saß und im weichen Grund mehr als sieben Zentimeter breite Spuren hinterließ. An Baumstämmen in der Nähe fanden sich zudem mehr als 15 Zentimeter lange Krallen bzw. Kratzspuren. Die Familie, aber auch ihre Nachbarn, hörten die Riesenkatze des Nachts, brüllen und keuchen. Und einmal fand ein Nachbar auf seinem Auto die schmutzigen Abdrücke riesiger Pfoten. Als man beim Zoo im mehr als 110 Kilometer entfernten Cleveland anfragte, ob eines seiner Tiere entwichen sei, erhielt man die Antwort, dass keine Großkatze vermisst würde, dass es aber andererseits in Ohio kein Wildtier gäbe, auf das die Beschreibung passe, der der Puma oder Berglöwe in diesem Bundesstaat schon seit über einem Jahrhundert ausgerottet sei. Ob zwischen den beiden mysteriösen Tieren irgendein Zusammenhang bestand oder nicht, es muss erwähnt werden, dass Mrs. Allison etwa zur gleichen Zeit auch noch ein UFO-Erlebnis hatte. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie ein schwarzes, unbeleuchtetes Objekt über einem Baum schweben. Es habe geklungen wie ein Hubschrauber und ausgesehen wie ein Flugzeug ohne Tragflächen. Die obere Hälfte glich einer Kuppel aus Plexiglas, in der ein Besatzungsmitglied mit olivgrüner Haut, Schlitzaugen und Kakihemd gesessen habe. 20 Minuten lang habe der Flugkörper rüttelnd und stotternd über den Bäumen verharrt, bis er schließlich langsam weggeflogen sei. Irgendwann im Juni 1969 im Gebiet Wildwood Inn im Trinity County, Kalifornien, hörten Bob Kelly und seine Familie um etwa halb neun Uhr abends draußen plötzlich leer. Als sie nachschauten, sahen sie einen 1,80 Meter großen, braun behaarten Bigfoot mit einigen der Dorfhunde kämpfen. Er schleuderte die Hunde ein bis zwei Meter weit in die Luft und einer der Hunde war über und über mit Speichel bedeckt, wies aber keinerlei Bissspuren auf. Als noch mehr Menschen am Kampfplatz auftauchten, trat der Bigfoot den Rückzug an und lief eine steile Böschung hinauf. Zwischen Bigfoots und Hunden herrscht gewöhnlich extreme Antipathie. Und wenn sich die Vierbeiner nicht winselnd vor Furcht davonschleichen, greifen sie den Bigfoot wütend an. Es gibt jedoch Ausnahmen. Im nächsten Fall geht es um einen Hund, der den Bigfoot weder verängstigt noch aggressiv gegenüberstand. Im Sommer 1969 machten sich mehrere Bigfoots immer wieder bei einer 30 Kilometer nördlich von Orofino, Idaho gelegenen Segemühle bemerkbar. Mr. Moore, der Nachtwächter und mehrere Angestellte, entdeckten im Sägestaub mindestens drei verschiedene Abdrücke nackter Füße. Einige waren riesig groß, andere schienen eher auf ein Kind hinzudeuten. Moore hatte auch gehört, wie die Kreaturen plapperten und Holz umherwarfen. Einmal beobachtete er fünf Minuten lang ein schwarz behaartes, 1,80 Meter hohes Wesen mit großen, roten Augen. Da es riesige Brüste hatte, ging Moore davon aus, dass es gerade ein Baby säugte. Der Bereich in die Brustwarzen sowie Hände und Gesicht waren haarlos. Die Haut wies eine rosa Färbung auf. Es sonderte jenen unangenehmen Geruch ab, der in Berichten über den Bigfoot so oft beschrieben wird, ging aufrecht und bewegte sich flink und elegant. In Gesellschaft des Bigfoots sah Moore außerdem einen riesigen Hund. Dies ist also einer jener hochinteressanten und äußerst seltenen Fälle, in denen zwei seltsame und außergewöhnliche Tiere zusammengesehen werden. Der Hund war mit Sicherheit kein gewöhnlicher Vierbeiner, denn normalerweise ist das Verhältnis von Hund zu Bigfoot durch extreme Abneigung gekennzeichnet. Am Abend des 12. Juli 1969 um halb 10 Uhr hielt sich Charles Jackson im Hof seines Hauses an der Cherokee Road auf, das etwa zwei bis drei Kilometer von Orwell Kalifornien entfernt lag. Er verbrannte gerade die Eingeweide von Kaninchen und sein sechsjähriger Sohn Kevin schaute ihm zu. Während sie die Flammen im Auge behielten, hörten sie hinter sich ein Geräusch und als sie sich umdrehten, sahen sie in vier bis fünf Metern Entfernung einen Bigfoot stehen. Er war zwei Meter zehn bis zwei Meter vierzig groß, mit Ausnahme der Handflächen und des Gesichts vollständig, mit sechs bis sieben Zentimeter langen grauen Haaren bedeckt und hatte große Brüste. Nach Angaben von Jackson erschrak das Geschöpf keineswegs, sondern wirkte eher irritiert, als ob es sich fragen würde, was sie dort täten. Jacksons erste Reaktion war, seinen Sohn zu schnappen und ins Haus zu laufen, wo sie seine für gewöhnlich sehr scharfen Hunde bereits hinter den Möbeln verkrochen hatten. Als sie meinte, sich wieder nach draußen wagen zu können, rannte die Familie zum Auto und fuhr zur Polizeistation nach Oroville. Da die Polizei nicht gerade erpicht darauf war, dem Haus noch in der Nacht einen Besuch abzustatten, kehrten die Jacksons in den frühen Morgenstunden wieder zurück und die Polizei kam am nächsten Tag vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Spuren waren auf dem harten Boden allerdings nicht zu entdecken. Homer Stickley wohnte in derselben Straße wie Jackson, jedoch näher an Oroville. Später, im selben Monat, sah auch er einen Bigfoot, der sich in größerer Entfernung über sein Grundstück bewegte. Stickley und seine Familie hörten außerdem des Nachts Schreie und eines Morgens mussten sie feststellen, dass der Bigfoot mehrere Kilo Äpfel von den Bäumen gepflückt hatte, ohne dass ihre normalerweise sehr wachsamen Hunde angeschlagen hatten. In den folgenden Monaten gab es in der Gegend eine Vielzahl von Sichtungen, sodass die Stadt in der Folge von Bigfoot-Jägern belagert wurde. Die Zeugen befragten, unter Fußspuren und andere Beweisstücke wetteiferten. Die Polizei neigt häufig dazu, während der Nacht hereinkommende und anscheinend völlig abwegige Meldungen einfach zu ignorieren. Wer kann es ihr verdenken? Ein Zeuge, der von den Beamten jedoch sehr ernst genommen wurde, war der 30-jährige Verlin Harrington, Hilfs-Sheriff in Grays Harbor County im Staat Washington. Er sah seinen Bigfoot am Sonntag, dem 26. Juli, um 2.35 Uhr nachts. Er war zu dieser Zeit auf der Decay Road in Richtung Copolis Beach unterwegs und fuhr nach Hause. Als er um eine Kurve bog, sah er plötzlich eine riesige Kreatur auf der Straße stehen, die er zuerst für einen Bären hielt. Er bremste scharf und rollte dann auf sie zu. Als er näher kam, bemerkte er, dass das Wesen keineswegs eine Bärenschnauze hatte, dafür aber an Händen und Füßen Finger bzw. Zehen. Er strahlte es aus 20 bis 25 Meter Entfernung mit den Scheinwerfern an, während es langsam zum Rand der Fahrbahn ging. Dabei bewegte er sich nicht auf allen Vieren wie ein Bär, sondern blieb aufrecht. Er zog seinen Revolver hervor, um den Geschöpf ins Bein zu schießen und dann bei Tageslicht seiner Spur zu folgen. Als er den Hahn spannte, verschwand die Kreatur jedoch zwischen den Bäumen am Straßenrand und war bald außer Sicht. Harrington schätzte, dass er sie etwa zwei Minuten lang beobachten konnte. Seinen Angaben zufolge war sie etwa 2,10 bis 2,40 m groß, bog um die 150 Kilogramm und war dunkelbraun behaart. Die Haare waren am Kopf etwa 8 bis 10 cm lang, am restlichen Körper etwas kürzer. Außerdem hatte der Polizist bemerkt, dass das Wesen behaarte Brüste mit schwarzen Warzen besaß. Auch das Gesicht war schwarz. Harrington wollte sein Erlebnis eigentlich nicht öffentlich machen, beging aber den Fehler, in einer Bar zwei ungläubigen Kollegen davon zu erzählen. Das Gespräch wurde jedoch belauscht und am nächsten Tag war seine Geschichte bereits in den Händen der Presse. Die beiden Kollegen, die Harrington sehr schätzten, kehrten am nächsten Tag mit ihm zusammen zur Sichtungsstelle zurück und fotografierten dort einen nicht sehr deutlich ausgebildeten Fußabdruck von etwa 43 cm Länge und knapp 18 cm Breite. Als Harringtons Geschichte veröffentlicht wurde, löste sie solches Aufsehen aus, dass der Sheriff sich gezwungen sah, den Vorfall zu dementieren. Harrington sei mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, einen Bären gesehen zu haben. In Zukunft würden außerdem jegliche Informationen aus dem Büro des Sheriffs kommen und nicht von Harrington direkt. Diese Ankündigung trug wesentlich dazu bei, den Druck auf die Abteilung zu mildern. Die Erklärungen des Sheriffs bedeuteten jedoch nicht, dass er die Existenz des Bigfoot-Rundweg ablehnte oder es für komplett ausgeschlossen hielt, dass einer seiner Männer ein solches Wesen gesehen haben könnte. Einige Tage nach dem Presseembargo zeigte er sich gegenüber den anerkannten Bigfoot-Forschern John Green und René dahinten, aus deren Veröffentlichung wir die Nacherzählung des Vorfalls zusammengestellt haben, sehr kooperativ und war mit einer Befragung Harringtons einverstanden. Harrington hielt dabei natürlich seine ursprüngliche Version aufrecht. Er habe keinen Bären gesehen. Dahinten notierte außerdem, dass die Stelle des Deputy-Sheriffs auf ein Jahr begrenzt ist. Im folgenden Jahr wurde Harrington nicht mehr weiter beschäftigt. Für Bigfoot-Jäger war 1969 ein bewegtes Jahr. Eine weitere wichtige Sichtung erfolgte am 24. August an der Baustelle des Big Horn Dam am North Saskatchewan River in Alberta. Um etwa halb zehn Uhr morgens waren der 19-jährige Guy L. Hoyrus und der 17-jährige Harley Patterson in der Nähe des Flusses damit beschäftigt, die Fundamente eines Pumpenhauses zu legen, als Patterson eine große, dunkle Gestalt bemerkte, die etwa 800 Meter entfernt auf einer 90 Meter hohen Böschung stand und sie offenbar beobachtete. Sie war etwa eine Stunde lang zu sehen. Während dieser Zeit kamen Harleys Vater Stan und Floyd Engen, beide 46 Jahre alt, sowie der 21-jährige Student Dale Boddy hinzu, die alle ebenfalls auf der Baustelle arbeiteten. Obwohl sie sich an derselben Böschung befanden, war es nicht leicht, sich der Gestalt zu nähern, der der Fluss an dieser Stelle einen Bogen machte. Für eine halbe Stunde stand die Kreatur dort und beobachtete. Dann setzte sie sich für zehn Minuten, um danach wieder eine Viertelstunde zu stehen. Dann ging sie am Flussufer entlang und war bald zwischen den Bäumen verschwunden. Da sie weder ein Fotoapparat noch Fernleser zur Hand hatten, konnten die Männer die Sichtung weder dokumentieren noch die Kreatur detailliert beschreiben. Alle waren jedoch sicher, dass sie ziemlich groß war. Um genauer schätzen zu können, gingen zwei der Männer zu der Stelle, an der das Wesen gestanden hatte, während die anderen an Ort und Stelle blieben. Zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass ein an derselben Stelle stehender Mensch um etwa zwei Drittel kleiner war als die Gestalt. Das würde bedeuten, dass sie mindestens viereinhalb Meter groß gewesen sein musste. Spuren hatte sie auf der grasbewachsenen Böschung nicht hinterlassen. Als die Sichtung publik wurde, pilgerten Horten von Bigfoot-Jägern und Neugierigen zu der Baustelle, konnten dort aber nichts mehr entdecken. Die Veröffentlichung des Vorfalls ermutigte andere, von ihren Sichtungen zu erzählen. Die in der Umgebung lebenden Indianer kannten das Wesen ebenfalls, zogen es aber vor zu schweigen, dass sie seine Existenz für selbstverständlich hielten. Wie bereits angedeutet, lassen einige Schilderungen den Schluss zu, dass Bigfoots anscheinend die Fähigkeit besitzen, elektrische Anlagen oder Motoren zu beeinflussen oder in irgendwie gearteter Verbindung mit ihnen stehen. Diese Schlussfolgerung legt auch der folgende Fall nahe, der sich im September 1969 um drei Uhr nachmittags in der Nähe des Lost Trail Pass in Montana ereignete. Ein Mann, der mit einer Motorsäge Holz zuschnitt, merkte plötzlich, dass er beobachtet wurde. Als er die Säge ausschaltete und sich umdrehte, sah er sieben bis acht Meter hinter sich einen zwei Meter zehn großen, schwarz behaarten Affenmenschen, der bestimmt an die 150 Kilogramm wog. Da der Mann fürchtete, angegriffen zu werden, schaltete er die Säge wieder ein. Der Affenmensch bewegte sich zwar nicht, aber seine Nackenhaare stellten sich auf. Als der Mann das Gerät wieder ausschaltete, legten sich die Haare wieder. Schließlich zog sich das riesige Geschöpf zurück, wobei es den Menschen nicht aus den Augen ließ. Der Bigfoot von Lake Worth, Texas wurde 1969 gleich mehrmals gesehen. In einigen Julinächten war die durch das Naturreservat führende Straße voll mit Autos, weil die Bewohner der Umgebung beobachten wollten, wie das berühmte Monster einen Steilhang hinauf und wieder hinabtollte. Einmal war es anscheinend verärgert, denn es griff sich einen Reifen und schleuderte ihn aus 150 Metern Entfernung auf die Zuschauer, die daraufhin hastig in ihre Fahrzeuge sprang. Die Kreatur war angeblich 2,10 Meter groß, wog etwa 150 Kilogramm, war weiß behaart und ging wie ein Mensch. Ellen Pläster, Besitzer des lokalen Bekleidungsgeschäfts, besaß ein verschwommenes Schwarz-Weiß-Foto, das den Rücken von etwas Weißem und Beharrtem zeigt, bei dem es sich angeblich um den Bigfoot handeln soll. Die Autorin Sally Ann Clark sah, wie das Geschöpf einen Stacheldrahtzaun einfach niederriss, anstatt ihn zu umgehen. Am 7. November übernachtete Charles Buchanan an einem See. Um zwei Uhr morgens erwachte er plötzlich, weil er, noch im Schlafsack liegend, aus seinem Pick-up gezogen wurde. Der Geruch des Wesens war so betäubend, dass Buchanan es so schnell wie möglich wieder loswerden wollte. Er griff nach einer Tüte mit den Resten eines Hähnchens und warf sie den Bigfoot direkt ins Gesicht. Der packte die Tüte mit den Zehen, brummelte unzusammenhängend und schlurfte dann zum Wasser, um mit kräftigen Stößen zur Greer-Insel zu schwimmen. Im Januar 1970 waren vier junge Männer bei Whitewater in New Mexico mit ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich Besuch erhielten. Ein behaartes, knapp 1,70 Meter großes Wesen lief aufrecht neben ihrem Auto her, mit dem sie etwa 70 kmh fuhren. Sie drehten die Fenster hoch und verriegelten die Türen und Fahrer Clifford Hieronymus beschleunigte auf knapp 100 Stundenkilometer. Mehr ließ die kurvenreiche Strecke nicht zu. Da die Kreatur nicht zurückfiel, wurde ein Gewehr hervorgeholt und einer der Insassen feuerte auf sie. Daraufhin stürzte das Wesen, stand aber sofort wieder auf und rannte davon. Von Blut keine Spur. Auch der folgende Fall zeigt, dass Bigfoots von Autos und ihren Besitzern offenbar magisch angezogen werden. Louis Baxter hatte bereits im November 1969 einen Bigfoot vor ihrem Wagen über die Straße wechseln sehen. Im August 1970 hatte sie dann länger das Vergnügen, als sie bei North Bonwell in Washington plötzlich ein seltsames Geräusch hörte. Sie hielt an, da sie annahm, es handelte sich um einen Reifenschaden. Da aber alle Reifen in Ordnung waren, schaute sie unter den Wagen, um zu sehen, ob sich dort eventuell etwas verhakt hatte. Was dann geschah, schilderte sie wie folgt. Ich merkte plötzlich, dass ich beobachtet wurde. Ohne mich aufzurichten, schaute ich in den Wald neben der Straße und sah direkt in das Gesicht der größten Kreatur, die ich jemals gesehen habe. Wenn man einmal von dem Wesen absieht, das im November vor mir über die Straße huschte. Die Kreatur war kokosnussbraun, zottig und schmutzig. Ihre Hand hatte sie zu einer riesigen Faust geballt und zum Maul geführt. Das Maul war leicht geöffnet und ich sah eine Reihe großer, eckiger, weißer Zähne. Der gewaltige Kopf schien direkt auf den Schultern aufzusitzen. Die Ohren waren durch das ungefähr zwei bis drei Zentimeter lange Kopf war nicht sichtbar. Das Wesen hatte ein vorspringendes Kinn und eine fliehende Stirn. Nase und Oberlippe waren weniger behaart. Die Nase war breit mit großen Nasenlöchern. Am auffallendsten waren die Augen. Sie waren Bernsteinfarben und schienen zu glühen, wie die eines Tieres, das nachts von Autoscheinwerfern erfasst wird. Es schien vor, erst an Ort und Stelle bleiben zu wollen. Offenbar fraß es gerade, denn die linke Faust, in der sich anscheinend etwas Essbares befand, blieb weiterhin am Maul. Ich schrie oder brüllte, aber ob ich überhaupt irgendein laut ausstieß, kann ich nicht sagen. So verängstigt war ich. Ich weiß noch, dass ich vollkommen bewegungslos blieb, als ich das Wesen anstarrte. Wie ich zurück ins Auto kam und wie ich den Motor anließ, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich wegfuhr, konnte ich ihn immer noch dort stehen sehen, die ganzen drei oder dreieinhalb Meter. Die nächsten beiden Berichte lassen darauf schließen, dass man mit einigen dieser Wesen, wenn man sich ihnen ruhig und friedlich nähert, durchaus auf einer einfachen Ebene kommunizieren kann. Kommen wir zuerst zum Erlebnis Archie Buckleys. Seine Begegnung mit einem Bigfoot fand am 18. Juni 1970 im Trinity National Forest in Kalifornien statt. Buckley, Bigfoot-Forscher seit 1937, zeltete dort in der Hoffnung, auf einen Bigfoot zu treffen. Nachdem er einen großen Fisch als Köder an einen Baum gehängt hatte, wies er sich am Feuer nieder und sandte freundliche Gedanken aus, da er der Überzeugung war, dass Bigfoots spüren können, ob ein Mensch freundliche oder feindliche Absichten hegt. Aus diesem Grund trägt Buckley auch niemals eine Waffe. Es wurde drei Uhr morgens, aber von Bigfoot war weit und breit nichts zu sehen, sodass Buckley schließlich in seinen Volkswagen stieg. Bald darauf ging der Mond unter und plötzlich wusste der Forscher, dass sich etwas im Lager befand. Er richtete den Strahl seiner Lampe auf den Fisch, der aber noch genauso am Baum hing wie zuvor. Er schwang den Strahl herum und erwischte zwei glühende Augen, die etwa 30 Meter entfernt waren. Drei Minuten lang beobachtete Buckley dann einen mehr als 2,20 Meter großen, dunklen und behaarten Bigfoot, der etwa 200 Kilogramm wog. Als er jedoch einen Moment den Blick von ihm abwandte, um eine bequemere Position zu finden, verlor er ihn aus den Augen. Am Morgen entdeckte er zahllose Fußspuren, knapp 40 Zentimeter lang und etwa 17 Zentimeter breit. Einige davon fanden sich ganz nah am Volkswagen, als ob sich der Bigfoot angeschlichen und einen Blick in das Auto riskiert hätte. Am 11. August zelteten Ben E. Foster Jr., Sharon Gordon und Richard Foster bei Bass & Gulch im Trinity National Forest. Obwohl sie sich eigentlich auf einem Angelausflug befanden, hatten sie in der Hoffnung, einen Bigfoot anzulocken, Fisch, rohes Huhn und Gemüse als Köder ausgelegt. Um kurz nach 8 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, entdeckte Sharon dann tatsächlich einen Bigfoot, der sie von der Kuppe eines etwa 50 Meter entfernt liegenden Hügels aus beobachtete. Ben ging bis auf 20 Meter auf ihn zu. Einige Augenblicke schauten sie sich einfach nur an. Als Ben dann noch ein paar Schritte vorging, schleuderte der Bigfoot ein mehr als zwei Kilogramm schweren Felsbrocken auf ihn, der etwa zwei Meter links von ihm landete. Ben zog sich daraufhin schnell zum Lager zurück und alle stiegen ins Auto. Der Bigfoot hatte ebenfalls die Flucht ergriffen und war eine Rinne hinaufgerannt. Etwa eine halbe Stunde später gingen Ben und Richard erneut in Fahrt hinauf, in der Hoffnung, das Geschöpf wiederzusehen. Es blieb jedoch verschwunden. Während ihrer Abwesenheit sah Sharon, die im Auto geblieben war, knapp zehn Meter entfernt einen weiteren Bigfoot, der in die Wälder floh, als sie versuchte, den Motor anzulassen. Als sie an diesen Abend um das große Feuer saßen, konnten sie im nahen Wald die Umrisse mehrerer Kreaturen und mindestens vier in der Dunkelheit leuchtende Augenpaare erkennen. Während Sharon die Nacht im Auto verbrachte, schliefen Ben und Richard neben dem Feuer in ihren Schlafsäcken. Um halb fünf Uhr morgens wurde Sharon durch laute Schritte geweckt und erspähte neben dem Auto eine dunkle Gestalt, die über die breite Motorhaube griff und mit der Antenne spielte, an der Bens Hemd aufgehängt war. Dann verstand sie wieder in der Dunkelheit. Am nächsten Tag fanden die drei um das Lager zahllose Fußspuren und fertigten vier einwandfreie Gipsabdrücke an. Am Abend dieses 12. August sahen sie die Kreaturen erneut und Ben konnte sich einer bis auf etwas mehr als 20 Meter nähern. Das Wesen gestikulierte, indem es die rechte Hand von seinen Hüften aus mehrere Male nach außen streckte und Ben wiederholte die Bewegung. Insgesamt tauschten sie drei- oder viermal Gesten aus. Dann wischte Bigfoot einige Schritte zurück, drehte sich um, machte eine letzte Bewegung, die von Ben ebenfalls wiederholt wurde und ging dann seines Weges. Ben kehrte zum Lager zurück. Per Telefon holten die drei noch weitere Forscher herbei, aber die Bigfoots tauchten nicht mehr auf. Nach Angaben von Ben, Sharon und Richard waren die Bigfoots zweieinhalb bis drei Meter groß und wogen etwa 200 bis 250 Kilogramm. Sie waren kräftig gebaut und dunkel, mit Ausnahme der von Sharon beobachteten Kreatur, die eine helle Färbung aufwies. Die Köpfe seien eiförmig, die Gesichter unbehaart und schokoladenbraun und die Augen klein, rund und unter buschigen Augenbrauen versteckt gewesen. In der Nacht hätten die Augen im Licht des Lagerfeuers rot geglüht. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Fällen war die Zeugin im nächsten Bericht auf eine Begegnung mit einem Bigfoot nicht nur unvorbereitet, sondern wurde vollkommen überrascht. Am 29. August 1970 hörte eine junge Frau in Wilsonville, Oregon in einem Waldstück auf dem Gelände ihrer Farm jemanden schießen. Sie ging hinaus, um nachzuschauen. Als sie den Waldrand erreicht hatte, legte sie ihr Gewehr ab, um durch einen Stacheldrahtzaun zu steigen. Noch bevor sie sich wieder aufrichten konnte, griff etwas nach ihr und schleuderte sie zurück über den Zaun. Sie konnte lediglich registrieren, dass das Wesen groß und behaart war und sehr unangenehm roch. Sie landete zehn bis zwölf Meter vom Zaun entfernt in einem Distelfeld. Die Pflanzen zerkratzten sie zwar, dämpften aber auch den Aufprall, sodass sie nicht ernsthaft verletzt wurde. Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, war der Bigfoot bereits verschwunden. Wir beenden 1970 mit einem weiteren Fall, in dem ein Bigfoot im Wasser gesehen wurde. Der Vorfall ereignete sich in einem kleinen See in der Nähe von Priest Lake im nördlichen Idaho, irgendwann im Jahr 1970. Zwei Angler sahen einen Bigfoot über den See schwimmen. Wie er seine Gliedmaßen beim Schwimmen genau einsetzte, konnten sie nicht sehen, da die Arme unter der Wasseroberfläche blieben. Als er das Ufer erreicht hatte, schüttelte er sich das Wasser von den Armen und verspannt im hohen Gras. Wie in so vielen Fällen schien der Bigfoot auch hier genau zu wissen, was er tat und die Menschen, die ihn dabei beobachteten, konnten ihn nur staunend gewähren lassen. Bigfoot-Phantome und Ufos 1971 bis 1975. Seit den frühen 50er Jahren war die Stadt Fug in Arkansas immer wieder Schauplatz von Bigfoot-Sichtungen, die später sogar unter dem Titel The Legend of Boggy Creek verfilmt wurden. Dieser Kinofilm war teilweise fiktiv, teilweise beruhte er aber auch auf Tatsachen. Ganz und gar real war aber zweifellos die Gestalt, die in der Nacht vom 1. 1. auf den 2. Mai 1971 durch das Fenster von Mrs. Ford später, als diese in ihrem neuen Haus in Jonesville, einem Stadtteil von Fug, im Wohnzimmer auf dem Sofa lag. Das Wesen hatte glühend rote Augen und eine große, wie eine Klaue geformte und behaarte Hand, die es durch ein Loch im Insektengitter des Fensters steckte. Mrs. Ford schrie natürlich auf, und ihr 25-jähriger Mann Bobby und sein Bruder Douglas liefen nach draußen, um den Eindringling zu stellen. Zwischen den Bäumen am Haus sahen sie ein kräftig gebautes, etwa 1,80 Meter großes und vollständig behaartes Wesen. Während er sich weiter in den Wald zurückzog, feuerte Douglas sein Gewehr auf es ab. Sie riefen den Constable Ernest Wallraven aus Fug an, der einige Spuren entdeckte. Eine Stunde später kehrte die Kreatur zurück und trat gegen die Tür. Als man erneut auf sie feuerte, verschwand sie. Verschwinden ist in diesem Zusammenhang ein trügerisches Wort. Ist die Kreatur in den Wald geflüchtet, oder hat sie sich vor ihren Augen buchstäblich Luft aufgelöst? Wie wir immer wieder gehört haben, können diese Wesen angeblich beides. Als Bobby in den frühen Morgenstunden des 2. Mai einen Spaziergang machte, griff etwas nach ihm und riss ihn zu Boden. Er konnte sich aber befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo seine zahlreichen Kratzer behandelt wurden. Am nächsten Tag fanden Beamte des Sheriffs die für den Bigfoot typischen großen Fußabdrücke. Das offen-aggressive Verhalten des Bigfoot entsprach ganz und gar nicht dem normalen Verhaltensmuster des Fugmonsters, für das Bewohner der Gegend sogar Sympathie empfanden, die sie durch das Tragen von T-Shirts mit Rettungsaufrufen für das Monster und die Organisation von Monsterwettbewerben für Kinder zum Ausdruck brachten. Nur einen Monat nach der Fugsichtung tauchte ein Bigfoot einige Male beim Pinewood Mobile Manor auf, einem Wohnwagenstellplatz in der Nähe von Daedalus in Oregon. Am 1. Juni 1971, einem schönen sonnigen Tag, kamen Dick Ball, Jim Forken und Frank Verlander, die drei Besitzer des Stellplatzes, zu einem geschäftlichen Treffen im Büro zusammen. Beim Blick aus dem Fenster schaute man über eine Wiese, die von einer Felsenklippe begrenzt wurde. Zwischen einigen niedrigen Eichen und den Felsen, die im Laufe der Jahre von den Klippen gestürzt waren, sahen die Männer plötzlich ein dunkles, 2,20 bis 2,40 großes Wesen auftauchen. Es war etwa 230 Meter entfernt. Ungefähr 20 Sekunden konnten sie beobachten, wie es zögerlich zwischen den Felsen umherstreifte, bevor es aus ihrem Blickfeld verschwand. Am Abend des folgenden Tages kehrte Richard Brown, ein auf dem Stellplatz wohnender Musiklehrer, mit seiner Frau von einer Kurprobe zurück. Plötzlich sahen sie im angrenzenden Feld eine riesige Kreatur. Brown holte ein Gewehr mit Zielfernrohr aus seinem Wohnwagen und beobachtete das nur etwa 1,30 Meter entfernte Wesen, fünf Minuten lang. Er beschrieb es als etwa drei Meter groß, muskulös und behaart. Es habe etwa zwischen 270 und 360 Kilogramm gewogen. Brown, ein erfahrener Jäger, war sicher, dass er keinen Affen oder Bären vor sich hatte. Nachdem er es über das Fernrohr ins Visier genommen hatte, spielte er mit dem Finger bereits am Abzug, konnte aber einfach nicht abdrücken. Es schien mir ein Mensch als ein Tier zu sein. Gleich zweimal wurde der Bigfoot von John Medellios beobachtet, der auf dem Stellplatz Wartungsarbeiten durchführte. Forscher, die alle Augenzeugen befragten, waren von deren Aufrichtigkeit überzeugt. Als Joanne Mills und Mary Ryan auf dem Highway 79 einer Nebenstraße bei Louisiana in Missouri ihren Volkswagen anhielten, suchten sie nach einem ruhigen Plätzchen für ein Picknick. Es war Juli 1971. Sie hatten gerade ihren Lunch geholt und mit dem Essen begonnen, als sie von einem infernalischen Gestank fast betäubt wurden. Ich habe noch nie einen derartig üblen Geruch erlebt, erzählte Mary Ryan später. Joanne Mills dachte zuerst, eine ganze Horde Stinktiere sei im Anmarsch. Dann aber bemerkte sie die Gestalt, die hinter ihnen in den Büschen und hüfthohen Sträuchern stand. Mary beschrieb sie als halb Mensch, halb Affe. Das Gesicht war auf jeden Fall das eines Menschen. Es sah aus wie ein behaarter Mensch. Mit einem gurgelnden Laut kam der Bigfoot auf die beiden Frauen zu, die daraufhin in ihr Auto sprangen und die Türen verriegelten. Das Wesen kam zum Auto, scheuerte mit den Händen daran und versuchte dann, die Türen zu öffnen. Einfach davonfahren konnten die Frauen nicht, weil sie die Autoschlüssel an ihrem Picknickplatz zurückgelassen hatten. Sie konnten deshalb nur hoffen, dass der Bigfoot irgendwann das Interesse an ihnen verlieren würde. Als Joanne Mills auf die Hupe drückte, machte er einen Satz zurück und hielt anschließend einen größeren Abstand zum Auto. Dann untersuchte er den Picknicktisch, roch kurz an einem Erdnussbuttersandwich und fraß es auf. Schließlich schnappte er sich Joannes Handtasche, in der sich die Autoschlüssel befanden, ging einige Schritte in Richtung Wald, ließ die Tasche fallen und schlenderte dann gemächlich weiter, bis er zwischen den Bäumen nicht mehr zu sehen war. Joanne stürzte sofort aus dem Auto, um Handtasche und Schlüssel aufzulesen. Danach fuhren sie so schnell wie möglich davon. Bei Sharpsville in Indiana liefen im Juni oder Juli 1971 eines Nachts ein Farmer, der im betreffenden Bericht nur mit dem Initialen DK bezeichnet wird, in seinen Hof, um nachzusehen, was sein Hund Sipper so in Aufregung versetzte. Dort sah er, wie der Hund ein großes, behaartes Wesen anknurrte und angriff, das zwar einen affenähnlichen Körper besaß, dessen Kopf aber weder wie der eines Affen noch wie der eines Menschen aussah. Nach Angaben des Farmers wirkte er eher wie ein fellbesetzter Helm. Der Bigfoot war etwa 2,70 Meter groß und am ganzen Körper mit dreckigen, strähnigen Haaren bedeckt. Er strömte einen stechenden und ekelerregenden Gestank aus, der ein verwesendes Fleisch und faules Gemüse erinnerte und schwang seinen langen Arme wie in Zeitlupe in Richtung Hund, ohne ihn allerdings zu treffen. Dabei stieß er ein tiefes Grollen aus. Obwohl ihn der Hund ständig mit gefletschten Zehen bedrohte, gab es kaum richtigen Körperkontakt zwischen den beiden, so dass trotz wilden Getöses keiner ernsthaft verletzt wurde. Nach Angaben von DK wirkte das Wesen irritiert und unsicher, als ob es in der Situation nicht recht wüsste, was zu tun sei. DK lief ins Haus, um sein Gewehr zu holen. Als er wieder hinauskam, flüchtete der Bigfoot in Richtung Fluss. Obwohl er bereits zu weit entfernt war, sandte ihm der Farmer zwei Kugeln nach. Als er dem Sheriff den Vorfall schilderte, wurde er ausgelacht, sodass er den Behörden die nachfolgenden Besuche des Bigfoot nicht mehr meldete. Den Forschern Don Worley und Fitz Clem erklärte die K. jedoch, dass die Kreatur noch fünf weitere Male zu seinem Haus gekommen sei, jedes Mal in der Nacht. Und obwohl er ihr bis zum Fluss gefolgt sei, habe er es ihr nie deutlich genug gesehen, um einen erfolgsversprechenden Schuss ansetzen zu können. Das Wesen sei sehr schlau und bewege sich immer so, dass es zwischen ihm und seinem Verfolger ein Hindernis befinde. Einmal, als er den Bigfoot ins dichte Unterholz verfolgt habe, habe er diese den Spieß umgedreht und sei nun seinerseits seiner Spur gefolgt, wie der K.'s Mutter vom Haus aus beobachtete. Im Winter desselben Jahres entdeckte die K., dass ein kleiner Teich aus unerklärlichen Gründen ausgetrocknet war. Daneben bemerkte der Farmer einen Kreis aus Gras und Gesträuch, der einen Durchmesser von neun bis zwölf Metern aufwies und entgegen dem Ohrzeigersinn verwirbelt und niedergedrückt war. Diese Art Nest wurde bereits in anderen Teilen der Erde gefunden und genau wie ausgetrocknete Teiche mit UFO-Landungen in Verbindung gebracht. Wenn gleich UFOs häufig Interesse an Teichen und anderen Gewässern zeigen, gibt es keinen endgültigen Beweis dafür, dass sie tatsächlich die Ursache für diese Nester oder von Austrocknungen sind. In Verbindung mit Bigfoot-Sichtungen müssen diese Fähne interessehalber jedoch erwähnt werden. Die Kreatur suchte D.K.'s Grundstück auch weiterhin heim. Im Frühjahr 1972 hatten er und seinen Bruder geheiratet. Sie lebten zusammen mit ihren Ehefrauen in dem Haus. Als die beiden Brüder eines Abends zurückkehrten, fanden sie ihre Frauen äußerst aufgeregt vor. Die Frauen erzählten, dass der Bigfoot versucht habe, ein Aluminiumfenster aufzubrechen. Draußen hing zwar der typisch strengen Geruch in der Luft, der beschädigte Fensterrahmen wies aber merkwürdigerweise keine Kratzspuren auf. Auch das ihn umgebende Holz war unversehrt. Im Herbst kehrte der Bigfoot zwei weitere Male zurück. Beim ersten Mal wurde er von Lee Kay vom Haus aus gesehen und in Ruhe gelassen. Beim zweiten Mal folgte er ihm mit dem Gewehr, kam aber erneut nicht näher an ihn heran. Ein äußerst merkwürdiges Wesen tauchte im August 1972 in Woldstale, Indiana auf. Anfang des Monats spürten Wendy und Lou Rogers die Anwesenheit einer unheimlichen, geisterhaften Erscheinung, die sich auf ihr außerhalb der Stadt liegendes Anwesen zu konzentrieren schien. Ständig klopfte irgendetwas an Fenster und Hauswände und die Intensität dieser Phänomene schien mit jeder Nacht zuzunehmen. Als Watchers mit dem Gewehren der Hand nach draußen lief, erhaschte er gerade noch einen Blick auf einen kräftig gebauten, 1,80 Meter großen Bigfoot, der auf ein angrenzendes Getreidefeld zusprang. In den darauffolgenden zwei bis drei Wochen kam die Kreatur jeden Tag zwischen zehn und halb zwölf Uhr abends zum Haus. Es roch dann stark nach Aas oder fauligen Müll. Neben der natürlich vorhandenen Angst besaß Mrs. Watchers auch ein gesundes Maß an Neugier. Sie kam zu dem Schluss, dass, wenn der Bigfoot sie hätte verletzen wollen, er dies schon unzählige Male hätte tun können. So ließ sie für ihn draußen Essensreste liegen, die er auch gerne annahm. Manchmal sprang er auch vor ihren Küchenfenster auf und ab und schaute hinein. Obwohl er auf zwei Beinen stand, bewegte er sich auf allen Vieren fort und selbst in dieser Position war er mit knapp 1,70 Meter immer noch so groß wie Mr. Watchers. Noch beunruhigender war die Tatsache, dass er selbst im Schlamm keine Spuren hinterließ. Die Gesetze der Physik schienen für das Geschöpf keine Gültigkeit zu besitzen, denn beim Laufen berührte es kaum den Boden und selbst im dichten Unterholz bewegte er sich vollkommen lautlos. Manchmal hatten die Watchers sogar den Eindruck, durch das Wesen hindurchsehen zu können. Die beiden waren nicht die einzigen, die die Kreaturen dieser Gegend beobachteten. In der dritten Augustwoche berichteten etwa drei Dutzend Menschen über einen nächtlichen Eindringling. Mehrere Einheimische, darunter auch die Brüder von Mrs. Watchers, schilderten zudem einen Vorfall, der mit dem Bigfoot in Zusammenhang stehen könnte. Sie hatten ein leuchtendes Objekt über einem Maisfeld schweben sehen, in das sich die Kreatur nach jedem Besuch bei den Watchers zurückzog. Schließlich sei das Objekt explodiert, wie ein Flugzeug. Es wurden aber keine Trümmer gefunden. Die Explosion hatte sich nur ein bis zwei Stunden vor Mrs. Watchers erster Sichtung des unheimlichen Wesens ereignet. Mehrere Freunde unternahmen zusammen mit den Watchers den Versuch, das Geschöpf einzufangen. Ein junger Mann, der anonym bleiben will, begegnete dem Bigfoot, als dieser vor ihm auf die Straße lief. Als der Bigfoot auf seinen Ruf nicht reagierte, habe er auf ihn geschossen. Das Wesen habe er auch keinerlei Reaktion gezeigt und sei geflüchtet. Am 22. August fanden Carter Burden und sein Onkel Bill Junior Burden 60 tote Küken auf Carters Farm bei Roachdale. Die Kadaver waren zwar zerstückelt, aber nicht aufgefressen worden und lagen vom Hühnerhaus bis zum Vorderhof des Farmgebäudes in einem Umkreis von knapp 200 Metern verstreut. Später am Abend, als die beiden Männer zusammen mit dem zuständigen Marshal das Gelände absuchten, sauste nur knapp zwei Meter von Bill Burden entfernt etwas Großes und Schweres über die Straße. Er konnte nicht erkennen, was für ein Wesen es genau war, dazu war es zu schnell. Allerdings muss es sehr kräftig und schwer gewesen sein, denn es durchbrach einen Zaun und hinterließ eine Spur niedergetrampelter Sträucher. Später, in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages, kehrten die Burdens zu ihrer Farm zurück, nachdem sie Carters Frau zu Verwandten der Stadt gebracht hatten. Als sie in den Hof fuhren, sahen sie in der über zwei Meter hohen Tür des Hühnerstalls einen gewaltigen Bigfoot stehen. Er füllte den Eingang komplett aus, sodass von innen kein Licht nach draußen drang und sein Kopf ragte noch über den oberen Türrahmen hinaus. Verstärkt durch Carters Vater Hermann trieben sie die Kreatur in dem Heuschober in die Enge. Sie konnte sich jedoch befreien und floh von einem Kugelhagel begleitet in die Dunkelheit. Die Burdens mussten feststellen, dass von ihren ursprünglich 200 Küken weitere 110 getötet worden waren. Der Bigfoot hatte sie auseinandergerissen und verbluten lassen, jedoch nicht gefressen. Der Fall wurde von dem Naturschutzbeamten William Woodle untersucht, der später erklärte, ich habe niemals einen konkreten physischen Beweis gefunden. Alles, was mir zur Verfügung stand, war eine Unmenge von Geschichten, in denen die Leute schilderten, was sie gesehen hatten. Spuren habe ich nicht gefunden, wahrscheinlich, weil der Boden sehr hart und die Vegetation hochgewachsen war. Die Häufigkeit, mit der Bigfoots neben oder beim Überqueren einer Straße beobachtet wurden, ließ schon früh darauf schließen, dass einer früher oder später Opfer eines Verkehrsunfalls werden würde. Solche Fälle gab es tatsächlich. Einen davon Mitte Januar 1973. Ein unbekannter LKW-Fahrer, der um halb acht Uhr abends eine Ladung Baumstämme vom Grands Pass in Oregon nach Eureka transportierte, fuhren mit etwa 60 bis 65 Stundenkilometern um eine Kurve, als plötzlich eine rötlich-braune, aufrechtgehende und um die zwei Meter große Kreatur vor das Auto lief. Sie schien den Lastwagen nicht zu bemerken, der sie gleich darauf erfasste. Nach dem Aufprall sprang das Wesen sofort zum linken Straßenrand. Durch den Motorenlärm hatte der Fahrer nichts gehört, war aber überzeugt, dass es kein Bär gewesen sein konnte, denn er hatte Bären schon des Öfteren über die Straßen wechseln sehen. Acht oder neun Kilometer weiter hielt er an, um sein Fahrzeug zu überprüfen. Die Frontpartie war schwer beschädigt und erforderte langwierige Reparaturen. Blut war allerdings nirgendwo zu entdecken. Ihm war aufgefallen, dass der Kreatur keinen Hals und einen runden und eigentlich nicht affenartigen, sondern menschenähnlichen Kopf besaß. Die Arme seien allerdings sehr lang gewesen und hätten bis fast zu den Knien gereicht. Seine Geschichte fand nur wenig Glauben. Als er sie seinem Vorgesetzten erzählte, fragte dieser, ob er nicht zu tief ins Glas geschaut habe. Ein weiteres Zusammentreffen auf dem Highway fand im April 1973 statt. Um sechs Uhr abends war Dunstwayton, etwa 20 Kilometer östlich von Estacada in Oregon unterwegs, als etwas aus dem Wald geworfen wurde und vor seinem LKW auf der Fahrbahn landete. Er hielt an, um das Objekt zu untersuchen, das sich als Teil eines verrotteten Baumstumpfes herausstellte. Etwa sieben bis acht Meter hinter dem Begrenzungszaun der Straße bemerkte er dann ein Geschöpf, dessen braune Haare silberne Spitzen aufwiesen. Es grub gerade im Boden unter dem Baumstumpf und hatte dabei anscheinend ein Stück davon auf die Straße geschleudert. Als es sich aufrichtete, erkannte Stratten, dass es etwa 1,50 Meter groß war und breite Schultern, aber keinen Hals hatte. Er konnte die bronzfarbene Haut der Kehle und der muskulösen Brust erkennen, die beide haarlos waren, während der restliche Torso sowie Arme und Beine eine dichte Behaarung aufwiesen. Ein Zweig hing aus seinem Gesicht, in dem nur das Maul zu sehen war, das eine Zahnreihe erkennen ließ. Fangzähne fehlten allerdings. Der untere Teil des Gesichts war flach. Doch bevor er das seltsame Wesen näher unter die Lupe nehmen konnte, zog es sich zwischen die Bäume zurück und war verschwunden. Fühlen sich einige Bigfoots zu bestimmten Menschen hingezogen und tauchen deshalb mehrmals hintereinander bei ihnen auf. Einige Bigfoot-Forscher halten dies durchaus für möglich und es gibt einige Fälle, die diese Theorie untermauern. Ein solcher Fall ereignete sich im Juni 1973 und umfasst genau genommen eine ganze Serie von Ereignissen, an denen vier junge Leute beteiligt waren. Sandra, 13, Gail, 16, Ricky, 17 und Jessie, 19 hatten Abfall zu einer Deponie transportiert, die in der Nähe des Ortes Gravel Pit Road im Nordwesten des Jefferson County in Arkansas lag. Als ein schweres Gewitter aufzog, warteten sie bei der Müllkäppe in ihrem Auto auf Wetterbesserung. Plötzlich hörten sie den Kies knirschen und vernahmen gleich darauf einen Laut, der klang wie der in einem knochenendende Schrei einer Frau. Als sie durch das Rückfenster blickten, sahen sie im Licht der Autorücklichter und der zuckenden Blitze eine dunkle, behaarte, 2,10 bis 2,40 große Kreatur, die einen fauligen Gestank ausströmte, wie von verwesendem Fleisch. Ihre Augen glühten rot. Wahrscheinlich, so glaubten die vier Insassen, reflektierten sie die Rücklichter. Als sie in das Rückfenster schaute, startete Fahrer Ricky den Wagen und brauchste so schnell wie möglich davon. Innerhalb der nächsten drei bis vier Stunden sahen sie diesen Bigfoot oder ein ähnliches Wesen noch drei weitere Male. Zuerst überquerte es vor ihnen die Straße. Später, als sie sich in Rikis Wohnung befanden, die ungefähr elf Kilometer von der Müllkäppe entfernt lag, hörten sie Lärm bei einigen Kaninchenkäfigen und sahen den behaarten Riesen zurück in den Wald trotten. Schließlich wechselte er hinter ihrem Wagen erneut über die Straße, diesmal als den Highway 270 hinunterfuhren. Am folgenden Tag entdeckten sie bei einer Suche auf der Müllkippe übergroße Fußspuren, an denen jedoch Klauen statt Zehen zu sehen waren. Im Mai und Juni wurden den Behörden des Jefferson County von den Einwohnern mehrere Sichtungen haariger Kreaturen gemeldet. Viele hatten außerdem des Nachts seltsame Schreie gehört. Da aber keine eindeutigen Beweise vorgelegt wurden, verwiesen die Behörden die Geschichte ins Reich der Fabel. Im Sommer 1973 gab es gleich an mehreren Orten der USA eine Konzentration von Bigfoot-Sichtungen, so zum Beispiel im Westmoreland County in Pennsylvania. Die einzelnen Berichte wurden hier von der Westmoreland County UFO Group untersucht und aufgezeichnet. Diese Gruppe wurde zwar ursprünglich nur zur Erforschung von UFOs gegründet, hatte ihren Tätigkeitsbereich mittlerweile aber auch auf die Bigfoot-Forschungen ausgedehnt, da die Mitglieder von einem Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen ausgingen. Auf einem großen Treffen von UFO-Forschern im Jahr 1974, dem Mutual UFO Network Symposium, berichtete Stan Gordon, der temperamentvolle Leiter der WCUFOSG, über die UFO-Bigfoot-Aktivität in Pennsylvania. Einer der von ihm aufgeführten Fälle lief folgendermaßen ab. Am Abend des 27. September 1973, um etwa halb zehn Uhr, warteten zwei Mädchen auf eine Mitfahrgelegenheit aufs Land, als sie im Wald plötzlich ein weißes, behaartes Wesen mit roten Augen stehen sahen, das etwa zwei Meter zehn bis zwei Meter vierzig groß war. Noch überraschender war die leuchtende Kugel, die es in der Hand hielt. Vollkommen geschockt liefen die beiden nach Hause und erzählten dem Vater eines der Mädchen, was sie gesehen hatten. Der ging daraufhin in den Wald, um die Kreatur aufzuspüren, und blieb etwa eine Stunde lang fort. Der Vater, der dem WCUFOSG-Forscher bekannt war, bestätigte zwar, dass seine Tochter einen Bigfoot gesehen hatte, stritt jedoch ab, dass er in den Wald gegangen sei und hinterher mit den Worten, einige Dinge sollte man besser in Ruhe lassen, jeden anderen den Gang in den Wald verboten habe. Einige Personen aus der Umgebung behaupteten, während der Zeit, in der der Vater fort war, ein flugzeugähnliches Objekt gesehen zu haben, das unbewegt über den Wald gestanden und ein Lichtstrahl zwischen die Bäume gerichtet habe. Nach Angaben von Menschen, die ihm nahe standen, schien sich der Mann nach dem Vorfall verändert zu haben. Schon bald danach kaufte er ein Buch mit Prophezeiungen und sprach häufig von bevorstehenden Weltuntergang. Der letzte Teil dieser Geschichte ist typischer Bestandteil der Schilderungen von Menschen, die nach eigenen Angaben Kontakt zu Außerirdischen hatten. Unklar bleibt allerdings, welcher Zusammenhang zwischen diesen anscheinend mit UFOs in Verbindung stehenden Ereignissen und der Bigfoot-Sichtung bestehen soll. Anfang Oktober 1973 war Jeff Martin bzw. Jim Mace, uns liegen zwei Schilderungen dieses Falles vor, allerdings mit verschiedenen Namen. Einer von ihnen ist wahrscheinlich ein Pseudonym, wir wissen nur nicht welcher. Der ist abends zum Fischen gegangen. Als er sich einmal umschaute, sah er etwa sechs Meter entfernt eine affenähnliche Gestalt in der Dämmerung stehen, die ihn beobachtete. Er rief zwar nach dem Wesen, es verschwand jedoch im Zwielicht. Kurze Zeit später spürte er plötzlich, dass ihn etwas an der Schulter berührte. Als er sich umdrehte, sah er das Geschöpf direkt hinter sich stehen, einen sandfarbenen Bigfoot, der schnell das Weite suchte. Jeff oder Jim folgte ihm sofort. Als das Wesen eine Straße überquerte, konnte er dessen Füße auf dem harten Asphalt platschen hören. Dann sprang es über einen Graben und verschwand zwischen den Bäumen. Fast unmittelbar danach stieg ein glühendes, bronzefarbenes Licht über den Wald auf und schoss in den Himmel dempor. Zwei Tage später kehrte Jeff oder Jim mit seiner Verlobten, deren Vater und zwei Freunden zurück. Auf der Fahrt in das Gebiet folgte ihm am Himmel ein Licht, das jedoch vor Ende der Reise wieder verschwand. An der Stelle, an der Jeff oder Jim die Kreatur zuletzt gesehen hatte, stand sie auch jetzt wieder, inmitten dichter und hoher Pflanzen. Einer in der Gruppe hatte den Eindruck, dass die Strahlen ihrer Lampen schwächer zu werden schien, sobald sie auf das Wesen gerichtet wurden. Unter Zuhilfenahme der Pflanzen als Maßstab schätzten sie die Größe der Kreatur auf 2,40 bis 2,70 m. Während sich zwei Mitglieder der Gruppe aus Angst zum Wagen zurückgezogen hatten, überschütteten die anderen das Geschöpf mit Fragen und Flüchen. Da es sie aber schlichtweg ignorierte, warfen sie Steine nach ihm, konnten aber nicht genau erkennen, ob die Geschosse die Kreatur verfehlten, von ihr abprallten oder sogar durch sie hindurch gingen. Was immer sie auch anstellten, das Geschöpf rührte sich nicht von der Stelle. Da auf dem Waldweg ein weiteres Auto auftauchte, mussten sie ihren Wagen wegfahren. Als sie zurückkehrten, war von dem Bigfoot nichts mehr zu sehen. Von Bedeutung ist in diesem Vorfall möglicherweise die Tatsache, dass der Vater von Jeffs oder Jims Verlobter seit 1965 ungefähr ein Dutzendmal UFOs gesehen und mit einem dieser Objekte sogar Lichtzeichen ausgetauscht hatte. Der letzte Fall aus dem Jahr 1973 ist einer der seltsamsten, die wir kennen und stellt ein weiteres Mal eine Verbindung zwischen dem Auftauchen eines Bigfoot und mysteriösen schwebenden Lichtern her. Die Ereignisse begannen am 25. Oktober um etwa 21 Uhr auf einer Farm bei Greensburg im westlichen Pennsylvania, dem gleichen Gebiet also, in dem es während des gesamten Jahres schon starke Aktivitäten gegeben hatte. An diesem Abend sahen etwa 15 Menschen auf der Farm eine große, leuchtend rote Kugel, die sich langsam auf eine Weide niedersenkte. Der 22-jährige Sohn des Farmers, der zum Hauptakteur dieser Nacht werden sollte und unter dem Pseudonym Stephen auftritt, entschloss sich, hinauszugehen und das Objekt näher in Augenschein zu nehmen. Begleitet wurde er von einem Zwillingspärchen, zwei zehn Jahre alten Jungen. Als sie zum Landeplatz des Objektes fuhren, bemerkte Stephen, dass seine Scheinwerfer zusehends schwächer wurden. Daraufhin setzten die drei ihren Weg zur Hügelkuppe, auf der die leuchtende Kugel gelandet war, zu Fuß fort. Das Objekt schien einen Durchmesser von etwa 30 Metern zu haben, war kuppelartig geformt wie eine Blase und erleuchtete die Umgebung glühend weiß. Es brummte außerdem wie ein Rasenmäher und in seiner Umgebung waren Schreie zu hören. Einer der Zwillinge stieß einen Warnruf aus, denn er hatte am Rand des Feldes rechts von ihnen eine Bewegung gesehen. Ein Geruch von verbranntem Gummi lag in der Luft und im Licht des Gebildes zeichneten sich zwei affenartige Gestalten mit glühenden grünen Augen ab. Eine war 2,10 Meter, die andere mehr als 2,40 Meter groß. Beide wiesen eine lange, dunkelgraue Behaarung auf. Sie schienen miteinander durch wimmernde Laute zu kommunizieren, die an das Weinen eines Babys erinnerten. Stephen, der ein Gewehr mitgenommen hatte, feuerte eine Salve über die Köpfe der Kreaturen, die sich nun langsam auf die drei zubewegten. Als die Wesen einfach weitergingen, gab er erneut einige Schüsse über ihre Köpfe ab, auch diesmal ohne Erfolg. So nahm er die größere Kreatur direkt ins Visier und feuerte drei Salven ab. Als sie getroffen wurde, stieß sie einen wimmernden Laut aus und hob die Hände in Richtung des anderen Bigfoot. Gleichzeitig verschwand die glühende Blase und auch das von ihr ausgehende Geräusch verstummte. Die Bigfoots drehten sich langsam um und gingen wieder in den Wald. Stephen kehrte mit den Jungen ins Haus zurück und rief die Polizei. Um 21.45 Uhr kehrten Stephen und ein Beamter mit dem Polizeiwagen zur Landestelle zurück. Dort, wo sich die leuchtende Kuppel befunden hatte, konnte man einen etwa 30 Zentimeter hohen, weißleuchtenden Bereich erkennen, in dessen Licht man bequem eine Zeitung lesen konnte. Die Pferde und Kühe auf dem Feld wagten sich nicht in diese leuchtende Zone hinein und wichen ihr aus. Als die Männer am Wald entlang gingen, hörten sie einen schweren Körper durch das Unterholz brechen, der jedes Mal, wenn sie innehielten, den Bruchteil einer Sekunde später ebenfalls stoppte. Danach kehrte der Polizist in seine Dienststelle zurück und rief Stan Gordon von der WCU FSOG an. Die Forscher kamen um etwa 1.30 Uhr nachts an und überprüften den Zeugen und den Landeplatz auf Strahlung, konnten aber keine außergewöhnlichen Werte feststellen. Das Glühen war mittlerweile verschwunden. Auf dem harten Boden waren keinerlei Spuren zurückgeblieben. Als sie im Feld standen und Stephen Fragen stellten, wurde dieser plötzlich von einem wilden Schütteln erfasst. Er begann schwer zu atmen und brüllte wie ein Tier. Sein Vater und der Forscher George Lutz mussten ihn festhalten, damit er nicht stürzte. Schließlich schluck er so wild um sich, dass er die beiden zu Boden schleuderte. Gleichzeitig raste Stephens Hund auf ihn zu, als ob er angreifen wolle. Doch als Stephen auf ihn losging, suchte er Winselndes weiter. Anschließend rannte Stephen mit wirbelnden Armen über das Feld und schießt dabei tierische Laut aus, bis er schließlich in einer sumpfigen Stelle zusammenbrach. Auch einige der Forscher bekamen Schwierigkeiten. Sie erlitten Atemprobleme und Schwindelanfälle. Die ganze Zeit über lag ein starker, schwefeliger Geruch in der Luft. Stephen erlangte schon bald das Bewusstsein wieder und wurde von den anderen den Hügel hinabgeführt. Er schien immer noch sehr verwirrt zu sein und gab Sätze von sich wie, bleibt von der Hecke weg, es ist in der Hecke. Außerdem mummelte er verworrene Ankündigungen über das Ende der Welt und den bevorstehenden Untergang der Menschheit. Die Forschergruppe beschloss deshalb, einen erfahrenen Psychologen zu Rate zu ziehen und rief Dr. Berthold Eric Schwarz an, dessen Untersuchungen der psychologischen und paranormalen Aspekte von UFO-Erlebnissen in den UFO-Forschungszirkeln weithin geachtet sind. Anfang 1974 kamen aus Florida dramatische Meldungen. In den frühen Morgenstunden des 9. Januar meldete Richard Lee Smith der Polizei, dass er auf dem Hollywood Boulevard im Gebiet von Fort Lauderdale einen riesigen schwarzen Mann überfahren habe. Der Polizeibeamte Johnson wurde zur Unfallstelle geschickt und untersuchte Smiths Wagen, an dessen beschädigter Frontseite Blutflecken und struppige dunkle Haare klebten. Richard Smith erläuterte, dass er mit ca. 80 kmh unterwegs gewesen sei, als er an der Straße einen riesigen Mann bemerkt habe, der schwarze Kleidung trug. Gerade als er ihn habe überholen wollen, sei er vor das Auto geturkelt und von einem der Vorderräder überrollt worden. Vollkommen schockiert habe er dann angehalten und gesehen, wie der Mann langsam aufgestanden sei und sich zu seiner vollen Größe von schätzungsweise 2,10 m bis 2,40 m aufgerichtet habe. Dann habe er ein Brullen von sich gegeben und sei ihm in drohender Manier entgegengewankt. Er sei deshalb sofort wieder in seinen Wagen gesprungen und so schnell wie möglich davon gefahren. Die Polizei erhielt währenddessen noch weitere Anrufe von Autofahrern, die den Mann gesehen hatten, sodass eine umfassende Fahndung eingeleitet wurde. Genau um 2.12 Uhr sei der Streifenpolizist Robert Hollymale, wie ihm die Gestalt auf der Straße entgegenkam. Er stieg aus seinem Auto und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Als er seine Taschenlampe auf sie richtete, stellte er konsterniert fest, dass er ein über 2,10 m großes Wesen mit langen pendelnden Armen vor sich hatte, dass er am ganzen Körper dunkelgrau behaart war. Hollymale zog seinen Revolver und feuerte zwei Schüsse auf die Kreatur ab, die daraufhin aufschrie, einen etwa 6 m weiten Satz machte und mit etwa 30 km h davon rannte. Die restliche Nacht durchkämmte die Polizei die Region mit Autos und Hubschraubern, ohne von den Bigfoot noch eine weitere Spur zu finden. Er war wahrscheinlich ins Sumpfgebiet der Everglades geflüchtet, aus dem er aller Wahrscheinlichkeit nach auch gekommen war. Kehren wir nun wieder nach Pennsylvania zurück, wo die Kette unheimlicher Begegnungen nicht abriss. In der Nacht des 6. Februar saß eine Frau, die von den Bigfoot-Forschern als Mrs. A. bezeichnet wurde, bei Uniontown in ihrem Haus und sah fern. Um etwa 22 Uhr hörte sie auf ihrer Veranda ein Geräusch. Da ihr Haus in einem entlegenen und stark bewaldeten Gebiet lag, dachte sie zuerst, dass einige der verwilderten Hunde, die in der Umgebung herumstreuten, sich an den auf der Veranda stehenden Blechbüchsen zu schaffen machten. Sie nahm ihr Gewehr, um die Tiere zu verscheuchen. Dann schaltete sie das Außenlicht ein und ging auf die Veranda hinaus. Aber anstelle von Hunden sah sie sich dort einem 2,10 m großen, behaarten Bigfoot gegenüber, der nur 2 m von ihr entfernt stand. Als er beide Arme hinter den Kopf wob, nahm Mrs. A. an, er wolle sie anspringen. Sie reagierte sofort und feuerte auf die Partie unterhalb seines Brustkorbs. Unmittelbar darauf zuckte ein Blitz wie bei einem Blitzlichtgerät und die Kreatur war spurlos verschwunden. Vollkommen verstört ging Mrs. A. ins Haus. Einen Augenblick später klingelte ihr Telefon. Es war ihr Schwiegersohn, der mit ihrer Tochter und den Kindern in einem etwa 30 m entfernt stehenden Wohnwagen lebte. Da er den Schuss gehört hatte, wollte er wissen, was geschehen war. Nachdem er sich ihre Geschichte angehört hatte, ging er zu ihr hinüber und nahm einen Revolver mit. Als er unterwegs war, tauchten aus dem Wald vier oder fünf behaarte und ca. 2,10 m große Kreaturen mit langen Armen und glühenden roten Augen auf und kamen auf ihn zu. Er feuerte zwei Schüsse auf sie ab und lief dann zu Mrs. A.'s Haus. Gleich darauf sahen beide Zeugen ein leuchtend rotes Licht, das sich drehte wie das Blaulicht eines Polizeiwagens und aussah wie die Dekoration eines Weihnachtsbaums. Es schwebte etwa 1,50 m entfernt über den Wald. Die Fülle der Ereignisse veranlasste die beiden, die Polizei anzurufen, die auch sehr schnell zur Stelle war. Auf den gefrorenen Boten fanden die Beamten zwar keine Spuren, bemerkten aber, dass sich die Haustiere, die beiden Haushalte hielten insgesamt mehrere Hunde und Katzen sowie ein Pferd, sehr auffällig verhielten und verängstigt waren. Interessanterweise war Mrs. A.'s Schwiegersohn bereits im November 1973 einigen mysteriösen Wesen begegnet. Damals hatte er abends seinen Hund ausgeführt und auf seinem Land einen Eindringling entdeckt, den er sofort anrief. Als die Gestalt daraufhin auf ihn zukam, erkannte er, dass ein großer behaarter Bigfoot mit glühenden roten Augen war. Wegen der sich in den Wäldern herumtreibenden verwilderten Hunde trug er immer einen Revolver bei sich, dessen sechs Kugeln er jetzt alle auf den Bigfoot abfeuerte. Der Bigfoot ergriff die Flucht. Der Mann hörte ihn zwar weglaufen, in der Richtung, aus der die Geräusche kamen, war jedoch nichts zu sehen. Dann ging er zurück zu seinem Wohnwagen, um ein Gewehr zu holen und machte sich danach sofort wieder in den Wald auf. Dort sah er den Bigfoot ein weiteres Mal und schoss auf ihn. Das Wesen schrie auf wie ein kleines Baby. Seine Frau, die den Schrei gehört hatte, sagte später, er habe sich angehört, wie der Schrei eines Menschen, der fürchterliche Schmerzen erleidet. Im weiteren Verlauf des Jahres 1974 begegnete Mrs. Margie Lee wiederholt einem 1,80 Meter großen Bigfoot, der sogar einen gewissen Sinn für Humor zu haben schien. Die Ereignisse begannen Ende Juli in der Watowa-Siedlung bei Novata in Oklahoma. Nachdem sie ihr über mehrere Wochen mehrmals begegnet waren, stellten die Lees fest, dass von der Kreatur keine Gefahr ausging und verloren die Furcht vor ihr. Es schien ein junges Männchen zu sein, das vollständig mit zwei bis drei Zentimeter langen Haaren bedeckt war. Nach Angaben der Lees konnte er sehr schnell laufen, schneller als sein Hirsch, blieb dabei aber fast lautlos, vergleichbar etwa einem Mokassin auf Kies. Seine Augen seien normal gewesen und werden als nicht so leuchtend beschrieben, wie in anderen Bigfoot berichten. Es schien außerdem mehr Interesse an Frauen als an Männern zu haben. Häuser, in denen nur Männer wohnten, wurden von ihm vollständig ignoriert und Mrs. Lee fand bei ihm größere Aufmerksamkeit als ihr Mann John. Diese Angaben lassen darauf schließen, dass er möglicherweise eine Partnerin suchte. Die Lees fanden bald viel Gefallen an ihrem Bigfoot, als er begann, ein Spielchen mit ihnen zu spielen. Jeden Tag blockierte er mit einem Futtereimer die Scheunentür. Jeden Tag nahmen sie den Eimer weg und versteckten ihn, um dann jeden Morgen festzustellen, dass der Bigfoot ihn des Nachts aufgespürt und wieder vor die Tür gestellt hatte. Mrs. Lee hörte ihn nur ein einziges Mal, als er einen Laut von sich gab, der sich wie ein Lachen anhörte. Nach einiger Zeit wurde er ihnen dann doch lästig, denn er tobte in der Scheune herum und zerstörte, als er hinausgejagt wurde, auch noch ein Maschendrahtfenster. Außerdem vergriff er sich in den Küken des Nachbarn. Auch Gilbert Gilmore und Buckfield, zwei Hilfssheriffs, die sich um den Fall kümmern sollten, konnten ihn häufig beobachten. Eines Nachts erfassten sie mit den Scheinwerfern ihres Autos und eröffneten das Feuer. Der Bigfoot, zeigte jedoch keinerlei Anzeichen einer Verwundung und flüchtete in den Wald. Am folgenden Morgen befand sich eine völlig übermüdete Mrs. Lee, die aufgrund des von den Bigfoot veranstalteten Lärms nächtelang kein Auge zugetören hatte, gerade unter Dusche, als irgendetwas gegen die Hauswand krachte. Obwohl sie sofort zum Fenster stürzte, war der Bigfoot nicht mehr zu sehen. Er hatte quasi seine Abschiedsvorstellung gegeben, denn danach tauchte er nicht mehr auf. Als William Bosak, ein 69 Jahre alter Milchfarmer aus Frederick, Wisconsin, im Dezember 1974 um 22.30 Uhr nach Hause fuhr, begegnete er dem merkwürdigsten Ding, das ich je gesehen habe. Neben der Straße stand ein scheibenförmiges Fluggerät, dessen untere Hälfte in einer Art Nebel verborgen lag. Wirklich sprachlos machte Bosak aber erst das Wesen, das er hinter dem runden Glasfenster in der Frontpartie des Objektes erblickte. Es wurde von hellem Licht angestrahlt, dessen Quelle er nicht ausmachen konnte, und sah in vielerlei Hinsicht aus wie ein Bigfoot. Außer am Gesicht und am Kinn war es am ganzen Körper mit einem gelb-braunen Pelz bedeckt. Nase und Mund waren auffallend flach. Der merkwürdigste Körperteil waren jedoch die Ohren, die sieben bis acht Zentimeter vom Kopf abstanden und ihn an Kalbsohrn erinnerten. Die Augen des Wesens wirkten relativ normal, waren jedoch sehr groß und vorstehend. Sie drückten Überraschung, vielleicht sogar Furcht aus. Und Bosak hatte in der Tat den Eindruck, dass das Geschöpf genauso viel Angst hatte wie ich. Er hielt die Arme über den Kopf und von der Hüfte abwärts war der Körper infolge des Nebels nicht mehr zu erkennen. Bosak schätzte, dass er die Erscheinungen etwa zehn Sekunden lang beobachtete, bis er schließlich beschleunigte, um an dem merkwürdigen Objekt so schnell wie möglich vorbeizufahren. Als er es passierte, wurden seine Scheinwerfer schwächer. Er ist auch der Meinung, ein leises, sierrendes Geräusch gehört zu haben. Als er später noch einmal über das Erlebnis nachgrübelte, fragte er sich, ob er nicht vielleicht einen Raumfahrer in einem gepolsterten Anzug gesehen hatte, kam dann jedoch zu der Überzeugung, dass der Pelz ein natürlicher Teil des Körpers gewesen sein musste, da keinerlei Nähte und Knöpfe zu erkennen waren. Ich wünschte, ich könnte es noch einmal sehen, erzählte Bosak dem Forscher Jerome Clark. Diesmal würde ich auf jeden Fall anhalten. Wenn er bereits beim ersten Mal gestoppt hätte, um eine detaillierte Beschreibung geben zu können, hätten wir jetzt vielleicht den endgültigen Beweis, dass zwischen Ufos und Bigfoots ein direkter Zusammenhang besteht, in einigen Fällen jedenfalls. Wie aus vielen der hier aufgeführten Berichte hervorgeht, wurden Ufos und Bigfoots zwar oft nah beieinander gesehen, es gibt jedoch keine verlässlichen Angaben darüber, dass ein Bigfoot in einem UFO ein- oder aus einem solchen Objekt wirklich ausgestiegen ist. 1975 waren die Bigfoots in Florida wieder aktiv, die dort aufgrund ihrer starken Ausdünstung und ihrer affenartigen Erscheinung auch als Stinktieraffen bezeichnet werden. Der in einer entlegenden Region lebende Richard Davis kam drei Wochen lang nicht zur Ruhe, weil sein Schäferhund jede Nacht einen unbekannten Eindringling verbellte. Am 2. Februar um 2 Uhr nachts kam der Hund, ein aggressives Weibchen, einfach nicht zur Ruhe. Anscheinend war der geheimnisvolle Störenfried erneut zu Besuch gekommen. Davis ließ die Hündin los, die aber bald wieder zum Haus rannte und sie stürrten der Garage unter dem Auto verkroch. Das Tier bellte nicht mehr und seine Augen waren vor Angst weit geöffnet. Im weiteren Verlauf der Ereignisse änderte sich sein Wesen vollkommen. Davis ging jetzt mit einem Revolver in den Hof und sah sich dort mit einem 2,70 Meter großen, dunkelgrau behaarten Bigfoot konfrontiert. Er stand nur etwa vier bis fünf Meter von Davis entfernt und als er dann noch einen Schritt vorwärts machte, feuerte Davis auf seine Brust und sah auch, wie die Kugel einschlug. Der Bigfoot stieß ein Grunzen aus und rannte davon. Nach dem ersten Schuss wollte Davis eigentlich die gesamte Trommel verschießen, sah sich aber zu seiner eigenen Überraschung nicht in der Lage, erneut abzudrücken. Die Suche in der Umgebung des Hauses förderte Fußabdrücke auf der Belüftungsanlage zutage. Ein derartiges Interesse eines Bigfoot an einer außen installierten Belüftung hatten auch einige Nachbarn von Davis festgestellt. Mr. und Mrs. Michalowski, die etwa anderthalb Kilometer entfernt wohnten, wurden in derselben drei Wochen zu bestimmten Zeiten am Abend von fauligem Gestank geplagt und hatten auf ihrer Belüftungsanlage große Fingerabdrücke gefunden. Ein anderer Vorfall mit Bigfoot-Beteiligung ereignete sich am 24. März und ist in den Akten des State County Public Safety Department in Florida aufgeführt. Man geht davon aus, dass zwei Männer, Michal Bennett und Lawrence Groom, etwa um Mitternacht auf einer unbefestigten Straße nach Blackpoint unterwegs waren, als sie in der Nähe von Coles Cannell einen 2,40 bis 2,70 großen Bigfoot sahen, der einen am Straßenrand abgestellten blauen Chevrolet kräftig durchschüttelte. Aus dem Wagen stieg ein vollkommen verängstigter Mann und schrie um Hilfe. Als der Bigfoot das Auto der beiden Zeugen herannahen sah, flüchtete er an die Mangroven. Bennett und Groom müssen den Schauplatz ebenfalls sehr schnell verlassen haben, denn laut Bericht konnten sie nicht erkennen, in welche Richtung der Mann gelaufen war. Als die Polizei das Gebetsspieter absuchte, fand sie weder das blaue Auto noch den Bigfoot. Im September und Oktober 1965 versetzten ein Bigfoot oder mehrere Bigfoots die Bevölkerung von Noxie in Oklahoma in Aufruhr. Am 1. September um 8 Uhr abends hörte der Farmer Kenneth Tosh aus einem verfallenen Gebäude in der Nähe seines eigenen Hauses ein kratzendes Geräusch. Als sie nachschauten, sahen er und ein Freund in drei Metern Entfernung eine dunkelbraun behaarte und 2,10 bis 2,40 Meter große Kreatur. Die zwei bis drei Zentimeter langen Haare bedeckten den gesamten Körper, mit Ausnahme der Nase und des Bereichs um die Augen. Als sie ihr später noch einmal begegneten, gaben sie einige Schüsse auf sie ab, jedoch ohne Ergebnis. Andere Freunde versuchten ebenfalls, das Wesen aus kurzer Anfernung abzuschießen. Den Geschöpf gelang jedoch jedes Mal anscheinend unversehrt die Flucht. Der Bigfoot-Forscher Hayden Hughes ermittelte 24 Personen, die Noxie Bigfoot gesehen oder zumindest gehört hatten. Ein weiterer Fall mit mehreren Sichtungen ereignete sich im Lamy-Indianer-Reservat bei Bellingham in Washington. Die Bigfoots dort wurden mehr als 100 Mal gesehen. Zu den Zeugen gehörten unter anderem die Polizisten des Reservats. Einer von ihnen, Sergeant Ken Cooper, wurde am 24. Oktober 1975 um 2.20 Uhr gerufen, weil die Tür eines Wildgeheges aus den Angeln gerissen worden war. Er befand sich in Begleitung mehrerer anderer Personen, als die Scheinwerfer auf ein 2,10 bis 2,40 Meter großes und schwarz behaartes Geschöpf fielen, das im Hinterhof stand. Das Gesicht war schwarz, ledrig und voller Runzeln. Der Kopf saß direkt auf den Schultern, ein Hals war nicht zu erkennen. Im Ober- und Unterkiefer waren jeweils zwei Zähne länger als die anderen und die Nase war abgeflacht. Sergeant Cooper näherte sich dem Wesen, das sich niedergeduckt hatte und nicht geflüchtet war, bis auf etwas über 10 Meter. Die beiden beäugten sich viele Minuten lang. Der Beamte hatte zwar ein Gewehr bei sich, war aber nicht sicher, ob es sich bei der Kreatur nicht doch um ein menschliches Wesen handelte und wagte deshalb nicht zu schießen. Zu diesem Zeitpunkt waren sieben weitere Zeugen vor Ort. Ein Geräusch veranlasste dann den Mann am Scheinwerfer, den Lichtstrahl weiter über den Hof schweifen zu lassen. Kurz darauf rief er, dass dort noch ein anderer sei. Bevor er sich zurückzog, bemerkte Sergeant Cooper, dass der Körper des Bigfoot dampfte wie nach einem schweißtreibenden Lauf. Später fand er riesige Fußabdrücke und sah den Bigfoot noch einmal, als dieser, einen kräftigen spitzen Schrei ausstoßend, neben seinem mit etwa 15 kmh fahrenden Wagen herlief. Wenn man diese Schilderung liest, wünscht man sich, dass die Polizei und andere Zeugen doch lieber Kameras statt Waffen tragen sollten. Beim folgenden Ereignis war dies sogar der Fall, ohne dass es jedoch zu verwertbaren Ergebnissen geführt hätte. Die Vorfälle ereigneten sich im November 1975 in Cetus County in Florida. Sieben junge Männer saßen um ein Lagerfeuer, als sie für einen kurzen Augenblick drei Bigfoots sahen, von denen der größte 2,40 Meter maß. Die Männer holten ihre Taschenlampen, um die Angebung abzusuchen. Der 18-jährige John Sowell nahm außerdem seine Kamera und das Blitzlicht mit. Er trennte sich von seinen Kameraden, stellte seine Kamera auf eine mittlere Brennweite ein, hockte sich ins Gras und harte der Dinge, die ihm hoffentlich bald vor die Linse laufen würden. Das Ladeelement des Blitzgerätes machte ein leises, hohes Geräusch, als es eingeschaltet wurde, und Sowell dachte später, dass dies den Bigfoot angelockt haben könnte. Er hörte hinter sich plötzlich ein Laut und drehte sich langsam um. Noch nicht einmal einen Meter von ihm entfernt stand ein Bigfoot und musterte ihn. Er drückte auf den Auslöser seiner Kamera und der strahlende Blitz ließ den Bigfoot mit einem Satz zurück in die Dunkelheit springen. Dabei riss er Sowell jedoch von den Beinen und schleuderte ihn fast fünf Meter durch die Luft. Sowell trug glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen davon und meinte später, der Bigfoot müsse ihn beim Herumwirbeln unabsichtlich mit einem seiner Arme getroffen haben. Und was wurde aus dem Foto? Dass Sowell nicht erwartet hatte, dem Bigfoot so nah gegenüber zu stehen, hatte er die Kamera auf eine Entfernung von zwölf Metern eingestellt. Er wusste gleich, dass das Foto unbrauchbar sein würde und tatsächlich war es vollkommen überbelichtet und verschwommen. Am 26. Dezember 1975 hatten schließlich zwei junge Mädchen eine merkwürdige Begegnung mit einem Bigfoot bei Vaughan in der Nähe von Great Falls in Montana. Am Nachmittag bemerkten sie, dass sich die Pferde, die auf einer Weide nahe dem Haus standen, irgendwie seltsam verhielten. Sie scharrten mit den Hufen und bäumten sich auf. Als die Mädchen hinausgingen, um nachzuschauen, sahen sie knapp 200 Meter vom Haus entfernt einen etwa 2,20 Meter großen Bigfoot stehen, der doppelt so breit war wie ein Mensch. Eines der Mädchen lief ins Haus, kam mit einem Gewehr zurück und nahm die Kreatur durch das Zielfernrohr genauer unter die Lupe. Das Gesicht, so gab es an, sei dunkel gewesen und habe furchterregend ausgesehen. Gar nicht wie das eines Menschen. Das Mädchen feuerte einmal in die Luft, um die Kreatur zu verscheuchen. Die ließ sich jedoch überhaupt nicht stören, sodass sie einen weiteren Schuss in die Luft abgab. Diesmal ließ sich der Bigfoot fallen und robbte über den Boden, stand jedoch nach einer kurzen Strecke wieder auf. Die Mädchen ergriffen daraufhin die Flucht. Als ich eines der beiden noch einmal umschaute, sah es drei oder vier ähnliche Geschöpfe, die dem ersten halfen, ein Gebüsch zu erreichen, hinter dem sie Deckung fanden. Ihre Schilderung fiel Captain Keith Wolverton in die Hände, einem Deputy Sheriff der Cascade County, der über die vielen merkwürdigen Dinge, die in dieser Region geschehen waren und immer noch geschehen, bestens informiert war. Die furchtbare Angst der Mädchen überzeugte ihn von ihrer Glaubwürdigkeit und den Test mit einem Lügendetektor bestätigte, dass sie die Wahrheit gesagt hatten. Unheimliche Begegnungen und kein Ende. 1976 bis 1980. In den 70er Jahren stieg das Interesse an Bigfoot-Berichten stark an und auch die Anzahl der gemeldeten Sichtungen nahm zu. In der Öffentlichkeit wurde man sich dieses Phänomens immer stärker bewusst, sodass als Folge natürlich auch die Gefahrwuchs, dass Betrügereien inszeniert oder normale Begebenheiten falsch interpretiert und im guten Glauben als Bigfoot-Sichtungen gemeldet wurden. Die von uns hier aufgeführten Fälle wurden für gewöhnlich sorgfältig untersucht und haben meistens nicht nur einen, sondern mehrere Zeugen. Auch gaben die Zeugen immer häufiger an, nicht nur ein Bigfoot gesehen, sondern gleichzeitig auch noch ein anderes, unerklärliches Phänomen, ein UFO etwa, beobachtet zu haben. In diese Kategorie fällt auch unser erster Bericht des Jahres 1976. Am 22. Februar sah ein Mann, der mit dem Auto in der Nähe des Flughafens von Great Falls in Montana unterwegs war, in einem Feld neben der Straße einen 2,10 Meter großen Bigfoot stehen. In einer anderen Version ist allerdings von drei Kreaturen die Rede. Er griff sein Gewehr und ging zu Fuß auf das Wesen zu. Als er sich jedoch zu ihm umdrehte, zog er es vor, doch wieder ins Auto zu steigen. Er berichtete außerdem, ein graues, ovales UFO gesehen zu haben, das etwa 800 Meter von der Straße entfernt, drei bis fünf Meter, über dem Boden geschwebt habe. Auf Montana werden wir in Kürze noch zurückkommen. Am 29. Februar, nur eine Woche nach der gerade beschriebenen UFO-Bigfoot-Sichtung, beobachteten zwei Personen, die gerade im Gebiet des Settlerparks bei Oakdale in Pennsylvania einen Spaziergang machten, einen 2,10 Meter bis 2,40 Meter großen und dunkelhaarigen Zweibeiner. Das Wesen besaß lange Arme und Klauen. Die Haut in seinem Gesicht war runzlig und hing über die Augen. Noch merkwürdiger ist, dass die Zeugen Höcker anstelle von Ohren und auf der Stirn eine Beule gesehen haben wollen. Ist es nur Zufall, dass in der Nacht zuvor ein UFO gesehen wurde und in der Stadt kurz der Strom ausgefallen war? Kehren wir zurück nach Montana. Die frühen Morgenstunden des 4. April 1976 sollten sich für den 16 Jahre alten Robert Lea aus Helena als Albtraum erweisen. Um 4.30 Uhr wachte er auf und schaute aus dem Schlafzimmerfenster, das auf eine Weide hinausging. Um etwa 5 Uhr bemerkte er einen 2,40 Meter großen, dunkelhaarigen Bigfoot, der gemächlich über die Weide ging und sich dabei umschaute. Lea fiel auf, dass er offenbar keinen Hals hatte. Bald erhielt er Gesellschaft von einem weiteren, etwas kleineren Bigfoot, der dem ersten aber ansonsten sehr ähnlich war. Dann bückte sich das größere Wesen und hob einen dunklen Gegenstand auf, der aussah wie ein Heuballen, an dessen Enden aber irgendetwas flatterte. Er reichte ihn dem anderen hinüber, der den Gegenstand fortan trug. Das größere Geschöpf kam zu dem Haus herüber und schaute auf das Fenster, in dem Robert stand. Dieser lief jetzt hinunter und weckte seinen Vater. Als die beiden jedoch kaum zwei Minuten später wieder am Fenster standen, fehlte von den zwei Bigfoots jede Spur. Später wurde ein knapp 45 Zentimeter langer, dreizehiger Fußabdruck gefunden. Robert wurde von zwei erfahrenen Deputy-Sheriffs gefragt, die ihm schließlich abnahm, dass er das, was er schilderte, auch wirklich gesehen hatte. Im selben Monat wurden die Einwohner von Flintville in Tennessee durch einige unerklärliche Geschehnisse beunruhigt. Unter den Menschen, die berichteten, einen Bigfoot gesehen zu haben, war auch eine Frau, deren Autoantenne von einem auf das Dach springenden Bigfoot abgeknickt worden war. Der vielleicht unheimlichste Vorfall ereignete sich am 26. April, als Jenny Robertson fast ihren vierjährigen Sohn Gary an einen Bigfoot verloren hätte. Gary spielte am Abend noch draußen, als ihn seine Mutter aufschreien hörte. Sie lief hinaus und sah diese riesige Gestalt um die Ecke des Hauses biegen. Sie war zwei Meter zehn bis zwei Meter vierzig groß und schien im ganzen Körper behaart zu sein. Das Wesen streckte seine langen, haarigen Arme nach Gary aus und war bis auf wenige Zentimeter an ihn heran. Ich konnte meinen Sohn gerade noch greifen und ins Haus ziehen. Als Mr. Robertson merkte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, lief er sofort zur Tür und sah gerade noch einen großen, dunklen Schatten im Wald verschwinden. Sechs Männer verfolgten danach den Bigfoot und kamen nahe genug an ihn heran, um einige Schüsse auf ihn abgeben zu können. Das Wesen habe zwar aufgeschrien, aber ansonsten sei es anscheinend unversehrt geblieben. Es habe danach sogar mit Steinen noch nach ihnen geworfen, bevor es schließlich im Unterholz verschwunden sei. Am nächsten Tag wurden über 40 Zentimeter lange Fußabdrücke sowie Haare, Blut und Schleim gefunden. Die Haare wurden zwar wissenschaftlich untersucht, konnten jedoch nicht identifiziert werden. Ende August 1976 wurden auch aus den Regionen Whitehall im Bundesstaat New York Bigfoot-Sichtungen gemeldet. Marty Paddock und Paul Goslin sahen die Kreatur am 24. August gleich zwei oder dreimal. Ebenso die von ihnen benachrichtigte Polizei, allerdings aus größerer Entfernung. Die beiden Männer gaben die schon bekannte Beschreibung einer 2,10 bis 2,40 Meter großen und behaarten Kreatur ab, die rosa oder rote Augen gehabt habe. Aus wesentlich kürzerer Distanz wurde der Bigfoot am 25. August von zwei Polizisten beobachtet. Einer davon war Paul Goslins älterer Bruder. Das Wesen kam dabei bis auf sieben oder acht Meter an Goslins Streifenwagen heran. Als es von seinem Partner mit einer Lampe angestrahlt wurde, bedeckte es die Augen und lief mit einem Schrei davon. Im September 1976 wurde aus Cachston in Wisconsin ein Schwindel gemeldet. Viele Jugendliche gaben zu, dass sie einen aus ihrer Gruppe als Bigfoot verkleidet hatten und mithilfe großer Holzklötze, die es ihm unter die Schuhe geschnallt hatten, Spuren legten. Hintergrund dieser Mogelpackung könnte jedoch eine Sichtung sein, die tatsächlich stattgefunden hat. Etwa um den 1. September herum sah ein Farmer eine 2,10 Meter große, dunkle und behaarte Kreatur, die einen stechenden Geruch ausströmte und laute ausstieß, die an das Brüllen eines jungen Bullen erinnerten. Der Hund des Farmers griff das Wesen an und verbiss sich in sein Bein, wurde jedoch einfach weggeschleudert. Auf den Hund war Speichel getropft und der Farmer und seine Frau stellten fest, dass dieser Speichel ein Geruch verbreitete, den sie bereits vorher an Kühen bemerkt hatten, die sich im selben Teil des Waldes aufgehalten hatten. Anfang Februar 1977 kam dem Leiter eines Golfplatzes westlich von Delway Beach in Florida ein ebenfalls sehr schlecht riechender Bigfoot in die Quere. Er sah die mindestens 2,10 Meter große Kreatur um 1 Uhr nachts, als sie gerade aus einem kleinen Teich in der Nähe des zweiten Lochs trank. Der Zeuge fügte hinzu, dass der Bigfoot mit langen, schwarzen und strähnigen Haaren bedeckt gewesen sei und sehr breite Schultern gehabt habe. Als das Wesen von den Scheinwerfern seines Kleinlasters erfasst wurde, drehte er sich um und zog sich langsam in den dichten Wald zurück. Der Leiter legte daraufhin einige Bananen an den Waldrand, die, als sie um 5.30 Uhr zurückkehrte, verschwunden waren. Als er den Vorfall der Polizei erzählte, erntete er nur Gelächter. Und der Direktor der Country Animal Regulation des Veterinäramtes war der Überzeugung, dass er einen Schimpansen oder Orang-Utan gesehen hatte oder irgendeinen Schwachkopf im Gorilla-Kostüm, der des Nachts auf dem Golfplatz versucht, Liebespärchen zu erschrecken. Dies scheinen Bigfoots auch manchmal selbst zu versuchen. Hatte der Bigfoot, der Gerald St. Louis Wohnwagen in der Nacht des 7. Mai 1977 ordentlich durchschüttelte, Sinn für Humor oder war er einfach verärgert, weil sich der Wohnwagen in seinem Territorium befand? St. Louis und seine beiden Söhne schliefen im Wohnwagen, als sie durch das Rütteln geweckt wurden. St. Louis öffnete die Tür und schaltete die Beleuchtung ein. Dann sah er direkt in das Gesicht einer behaarten, braun und 2,40 bis 2,70 großen Kreatur mit langen Armen. Das Licht irritierte den Bigfoot und er lief auf einen bestimmt 1,30 bis 1,40 hohen Zaun zu und übersprang ihn mit Leichtigkeit. Ich konnte ihn dann in einiger Entfernung stehen und uns beobachten sehen. Die Familie hatte in der Nähe eines Marktes bei Hollis in New Hampshire gekämmt, war aber so verängstigt, dass sie umgehend aufbrach und die Waren, die sie eigentlich am nächsten Tag hatte verkaufen wollen, einfach zurückließ. Als sie später mit der Polizei zurückkehrten, war von einem Bigfoot nichts mehr zu sehen. Interessanterweise hatten zwei ebenfalls in der Umgebung von Hollis kämpende Jungen, die 15-jährigen Stanley Evans und Jeff Warren, in derselben Nacht ein ähnliches Erlebnis. Evans berichtet folgendes. Der Wohnwagen schaukelte so stark, dass ich aus der Koje fiel. Eine Lampe fiel um und raff Jeff am Auge. Als wir das Licht einschalteten, rannte das unbekannte Wesen, was immer es auch gewesen sein mag, davon. Weniger als eine Woche nach den Schaukelaktivitäten des Bigfoot in New Hampshire begann knapp 500 Kilometer weiter südlich, im Bundesstaat New Jersey, eine ganze Serie unheimlicher Bigfoot-Sichtungen, die gut dokumentiert und unmittelbar darauf untersucht wurden. Bei OneTouch im Norden von New Jersey erhielt eine entlegene Farm am 11. Mai 1977 Besuch von einem mysteriösen Wesen, das sieben in einem Schuppen untergebrachten Kaninchen den Chaos machte. Am nächsten Abend spürte Mrs. Seitz, dass da irgendetwas war. Sie und ihre Familie behielten deshalb den Schuppen von einem Fenster aus genau im Auge. Schon bald zeigte sich unter einer Hoflampe ein auf zwei Beinen stehendes und mindestens zwei Meter zehn großes Geschöpf, das von Mrs. Seitz folgendermaßen beschrieben wurde. Es war groß und behaart und es war braun. Es sah aus wie ein Mensch mit einem Vollbart. Ein Hals war nicht zu erkennen. Der Kopf schien direkt auf den Schultern zu sitzen. Seine Augen waren glühend rot. Der Hund der Familie griff tapfer an, wurde aber lässig beiseite geschleudert. Er rannte davon und kehrte erst am nächsten Tag wieder zurück. Der Bigfoot flüchtete in die Wälder. Am folgenden Abend, Freitag der 13., warteten Mr. und Mrs. Seitz sowie zwei weitere Personen auf den nächsten Auftritt des Bigfoots. Die Kinder hatten sie zur Verwandten gebracht. Auch diesmal sahen sie ihn zuerst unter der Hoflampe, sogar zur gleichen Zeit wie am Abend zuvor. Als die Beobachter mit zwei großkalibrigen Waffen das Feuer auf ihn eröffneten, lief er in einen Schuppen und kletterte zum Fenster wieder hinaus. Dann stellte er sich mit ausgestreckten Armen unter einen Baum. Seitz schoss dann drei oder viermal auf ihn und war sicher, ihn auch getroffen zu haben. Der Bigfoot stieß jedoch jediglich ein Brüllen aus, das Seitz veranlasste, schnell wieder im sicheren Haus zu verschwinden, in das sich die anderen bereits geflüchtet hatten, da ihm die Munition ausgegangen war. Der Bigfoot lief davon und konnte durch ein Feld entkommen, obwohl er von Seitz mit dem Pickup verfolgt wurde. Er, Martin Wolf und Stephen Mayne, zwei Forscher der Society for the Investigation of the Unexplained, der Gesellschaft zur Erforschung des Unerklärlichen, befragten die Familie Seitz am 17. Mai und waren von ihrer Aufrichtigkeit beeindruckt. Sie nahmen auch die toten Kaninchen in Augenschein und untersuchten die Kratzspuren, die der Bigfoot bei seinem ersten Einbruchsversuch am Schuppen hinterlassen hatte. Als die Forscher am 18. Mai zur Farm zurückkehrten, erfuhren sie, dass das Wesen letzte Nacht nicht lange nach ihrer Abfahrt wieder unter der Hoflampe gestanden hatte. Seitz hatte es zwar erneut mit dem Auto verfolgt, aber trotzdem war dem Bigfoot die Flucht in die Wälder gelungen. An diesem Abend blieben die Forscher mit Filmkameras auf der Farm und beobachteten den Hof, aber natürlich tauchte der Bigfoot diesmal nicht auf. In den folgenden Wochen zeigten unheimliche Schreier aus einem Sumpf und gelegentliche Sichtungen durch Familienmitglieder, dass sich der Bigfoot immer noch in der Umgebung aufhielt, wenngleich er nicht mehr direkt beim Haus auftauchte. Während um die Farm in Vantage, New Jersey ein rotäugiger Bigfoot sein Unwesen trieb, versetzte 640 Kilometer weiter westlich, bei Eton in Ohio, ein weißäugiges Exemplar, zwei 13-jährige Jung in Angst und Schrecken. Einer von ihm beschrieb die Ereignisse wie folgt. Als wir gerade unsere Hündin ausführten, wurde sie von irgendetwas in Aufregung versetzt. Sie versuchte uns wegzulaufen. Ich rannte hinter ihr her und fing sie wieder ein. Plötzlich bemerkte ich diesen ekelhaften Gestank. Es roch wie nach faulen Eiern. Als mein Freund und ich uns umdrehten, sahen wir etwa 2,70 Meter großes und etwa 200 bis 250 Kilogramm schweres Wesen mit schmutzigen braunen Pelz und weißen Augen. Seine Arme waren richtig lang und hingen bis fast auf die Erde. Es erinnerte einem Bigfoot, den wir einmal in einer Fernsehshow gesehen haben und jagte uns bis fast zum Old Camden Pike und über ein Feld. Wir dachten, es wäre direkt hinter uns, denn es machte sehr große Schritte. Als wir fast unser Haus erreicht hatten, verschwand es einfach. Auch hier wird deutlich, dass der Bigfoot die beiden Zeugen gar nicht einholen wollte. Eine Kreatur, die 2,70 Meter groß ist, kann zwei verängstigte Jungen problemlos erreichen, wenn sie nur will. Rätselhaft bleibt, weshalb das Geschöpf die beiden überhaupt verfolgt hat. Wollte es sie einfach nur von ihrem Territorium vertreiben? Oder hat dieses Verhalten irgendeine andere Bedeutung? In unserem Buch Alien Animals haben wir die Theorie aufgestellt, dass einige dieser Kreaturen so etwas wie Geister sein könnten, die von einer gerade verfügbaren Energiequelle gespeist werden und konstanten Energienachschub benötigen, um sichtbar zu bleiben. Als eine derartige Quelle könnte zum Beispiel Energie dienen, die von Menschen abgegeben wird. Ein verängstigter Mensch strahlt aber zweifellos mehr emotionale Energie ab, als jemand, der sich nicht fürchtet. Gibt es somit eine bessere Methode der Energiegewinnung, als zwei verängstigte Jungen zu jagen? Falls diese Theorie wirklich stimmen sollte, könnte sie auch helfen zu erklären, weshalb sich Bigfoots häufig so stark zu häusern und Menschen hingezogen fühlen. Dass manche Zeugen über ihr Erlebnis nicht sprechen wollen, ist nicht überraschend. Viele möchten eine derart gespenstliche Begegnung so schnell wie möglich vergessen. Was natürlich nicht möglich ist, wenn man ständig darüber sprechen muss. Wenn die Frau von Ronald Jones die Details seiner Geschichte korrekt wiedergegeben hat, ist es verständlich, dass er die Geschehnisse jener Nacht des 30. August 1977 nicht noch einmal durchleben möchte. Er fuhr mit seinem LKW gerade auf der Wood 258 durch das N. Arendelle County in Maryland, als er etwas am Straßenrand liegen sah, das er zuerst für den Körper eines Menschen hielt. Nachdem er angehalten hatte und ausgestiegen war, musste er jedoch feststellen, dass er in Wirklichkeit einen 2,40 Meter großen und über 200 Kilogramm schweren Bigfoot vor sich hatte, der einen widerwärtigen Gestank ausströmte. Als er sich aufrichtete, warf Jones einen Wagenheber nach ihm und lief dann zurück zum Fahrzeug. Der Bigfoot folgte ihm jedoch und schlug ihm auf den Hinterkopf. Als Jones losfahren wollte, hielt das geschöpfte LKW fest und Jones musste erst zurücksetzen und es anfahren, bevor er davonfahren konnte. Der Bigfoot schrieb wie eine Frau und hinterließ an der Tür des neuen Chefroulais Kratzspuren. Die in diesem Buch gesammelten Berichte über Bigfoot-Sichtungen zeigen deutlich, dass die Zeugen aus allen Altersgruppen und den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen kommen. Unter den Zeugen sind häufig Streifenpolizisten und Deputy-Sheriffs, da sie üblicherweise mit der Untersuchung der Sichtungen beauftragt werden. Im nächsten Fall ist der Zeuge ein 67 Jahre alter Baptistenfacher, Irwin St. L. Watley, aus Fort McCoy in Florida. Am 11. Oktober 1977 um 14 Uhr schlug er im Gokala National Forest Holz und hatte Probleme mit seiner Motorsäge. Als er sich gerade entschlossen hatte, nach Hause zurückzukehren, bemerkte er, dass er aus etwa 350 Metern Entfernung beobachtet wurde. Das Wesen sah aus wie ein behaartes, affenähnliches Tier und stand dort in den Büchen. Ich meine, es war ungefähr 2,10 Meter bis 2,40 Meter groß. Das Gesicht war schokoladenbraun und unbehaart, mit einer flachen Nase. Die Arme, seine Hände konnte ich nicht erkennen, hing hinunter bis in die Büsche. Auch Brüste konnte Watley erkennen. In der Absicht, die unbekannte Kreatur anzugreifen, holte er eine Axt aus seinem Wagen. Als er jedoch wieder aufschaute, war der Bigfoot verschwunden. Den Herbst 1977 werden die Menschen von Little Eagle in South Dakota so schnell nicht vergessen. Von September bis Dezember wurden aus dem Gebiet 28 Bigfoot-Sichtungen gemeldet. Wenn gleich viele dieser Sichtungen im Little Eagle umgebenden Buschland erfolgten, näherte sich ein Bigfoot gelegentlich auch den Häusern. Einen dieser Besuche erlebte die 70-jährige Indianerin Hannah Shootingbear. Eines Abends schaute sie um etwa 10 Uhr aus dem Küchenfenster und sah im Licht das aus dem Fenstern eines in der Nachbarschaft stehenden Wohnwagens drang, die Silhouette einer riesigen, behaarten Kreatur. Sie hatte immerhin so viel von dem Wesen erkannt, dass sie es ein wenig näher beschreiben konnte. Es hatte einen komischen großen Kopf, der aussah, als habe er Hörner und breite Schultern. Die Arme hatte er hochgehoben und die Hände nach unten gedreht und es schwankte hin und her. Sie ließ ihre Hunde nach draußen, die bekamen jedoch Angst und verkrochen sich unter einem Auto. Hannah Shootingbear lief daraufhin zum Wohnwagen und alarmierte die Bewohner. Als man jedoch draußen nachsuchte, war das Tier verschwunden. In der Luft lag allerdings Kadavergeruch. Leutnant Werdel Veo, Polizist im Dienst des Bureau of Indian Affairs, des Büros für Indianerangelegenheiten, waren die mysteriösen Ereignisse um Little Eagle sehr stark involviert und sichtete auch selbst einige Bigfoots. Am 29. Oktober fand sich Veo zusammen mit seinen Söhnen und zwei anderen Polizeibeamten in Elkhorn-Bads bei Little Eagle. Plötzlich erspähten sie im Mondlicht einen Bigfoot und zwei der Männer gingen auf ihn zu. Veo beschlich das unheimliche Gefühl, dass ihnen ihre Waffen hier nichts nützen würden. Eine innere Stimme sagte mir, dass es besser sei, von ihr zu verschwinden und das Ding in Ruhe zu lassen. Als sie begannen zurückzugehen, kam Jeff, Veos 15-jähriger Sohn, herbeigestürzt und rief, dass noch ein weiterer Bigfoot anwesend sei. Er hatte durch ein Infrarotgerät beobachtet, wie er hinter ihnen herrschlich. Einige Tage später, am 5. November, machten Veo und einige andere Personen mehrere Stunden lang Jagd auf einen Bigfoot. Zum Schluss stand er zwar von mehreren Fahrzeugen eingekreist im Licht der Scheinwerfer, konnte aber trotzdem in die Büsche entkommen. Einem Ranger, der an der Jagd teilgenommen hatte, war es ein vollkommenes Rätsel, wie das Geschöpf entkommen konnte. Er hatte ein Geräusch gehört, das klang, als ob jemand außer Atem sei und außerdem ein Stopfen vernommen, das nur von laufenden Füßen herrühren konnte. Ich drehte meine Lampe in die Richtung, aus der ich die Geräusche klar und deutlich vernommen hatte. Aber das war einfach nichts. Ich frage mich mittlerweile, ob sich die Kreaturen Luft auflösen kann, wenn die Dinge zu brenzlig für sie werden. Ein weiterer verlockender Wink mit dem Zaunfall, dass manche Bigfoots nicht körperlicher Natur sein können. Wenn man davon ausgeht, dass Polizeibeamte gewöhnlich verlässliche und glaubwürdige Menschen sind, die auch in extremen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und in der Lage sind, genau zu beobachten, muss man akzeptieren, dass sich ihre Bigfoot-Sichtungen nicht einfach abtun lassen. Leutnant Verdel Veo hat in der Umgebung von Little Eagle mehrere Male einen Bigfoot gesehen und ein Polizeibeamter war auch am Schauplatz, als ein Bigfoot bei East Booten in Alabama gesichtet wurde. Die Ereignisse des 6. März 1978 begannen bereits in der Nacht, als die allein in ihrem Haus lebende Ruth Mary Gibson einen durchdringenden Schrei hörte. Sie bekam Angst und rief ihren Bruder Luke McDaniel an, der daraufhin bei ihr vorbeischaute. Auch er hörte die Schreie, konnte er doch draußen nichts erkennen. Ihm fiel jedoch auf, dass die Pferde liefen, die Schweine quiekten und die Hunde verschwunden waren. Er bat seine Schwester, die Polizei anzurufen, worauf kurze Zeit später Leutnant Duck McCurdy und der 19-jährige Johnny Gibson eintrafen. Die Schreie waren immer noch zu hören. Dann bemerkten sie etwas auf der Straße. McCurdy berichtete später, dass es sehr groß und weder ein Mensch noch irgendein Tier gewesen war, das er kannte. Es überquerte die Straße und verschwand im Wald. Später erschienen noch weitere Polizisten im Schauplatz, die die Schreie ebenfalls hörten. Der Bigfoot selbst zeigte sich jedoch nicht. So fuhren sie bald wieder los, um sich anderen Fällen zu widmen. McDaniels sah das Wesen aber noch im Schein seiner Autoscheinwerfer. Es war um die zwei Meter groß und wog etwa 200 Kilogramm. Seine Augen waren tiefrot. Ich würde sagen, sie standen etwa 30 Zentimeter auseinander. Einen Hals hatte es überhaupt nicht. Es war im ganzen Körper behaart und ging wie ein Mensch. Es schien unruhig zu sein. Seine Arme waren länger als die eines Menschen. Ich will damit keineswegs sagen, dass es eines dieser Bigfoots war, die ich schon mal im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß aber, was ich gesehen habe. Ich dachte, es sei ein Affe. Aber nachdem ich noch einmal darüber nachgedacht habe, meine ich, dass es doch keiner war. Es gibt keinen so großen Affen. Es war auch kein Schwindler. Ganz einfach, weil es hier draußen so viele Gewehre gibt. Und ein Mensch hätte sich nicht so fliegend durch das dichte Unterholz bewegen können. Das Wesen, das ich in der Gegend um die 925 North Tram Road in Widow, Texas herumtrieb, verscheuchte die Jungvermehlten Becky und Bobby Bussinger aus ihrem Haus. Es griff immer wieder nach den Fliegengittern der Fenster und knurrte und kläffte ständig. Aber das Paar zeigte sich noch standhaft. Am 18. Juni 1978 fand es jedoch zwei ihrer Hunde tot, während ein Dritter spurlos verschwunden war. In der Nacht zum Montag sagte Bobby dem Eindringling einer über 1,80 Meter großen, zottigen und muskulösen Kreatur den Kampf an. Er nahm sein Gewehr und feuerte auf den Bigfoot, als dieser ihm draußen immer näher kam. Dann lief er zurück ins Haus und rief im Büro des Sheriffs an. Dessen Vertreter, Jack Reeves, kam daraufhin vorbei und untersuchte die zerbrochenen Fenstergitter. Für einen kurzen Augenblick sah auch er noch den Bigfoot, der sich in den Wald zurückzog. Noch während der Deputy im Haus war, packten die Bussingers ihre Sachen und fuhren zu Beggys Eltern. Im Sommer 1978 waren die Bigfoots sehr aktiv. Nur eine Woche nach den Ereignissen in Widow hatte der 10-jährige Mike Lofton aus South Corset in Arkansas eine haarsträubende Begegnung mit einem über 2,10 Meter großen Monster. Am 26. Juni war er allein zu Haus und der nächste Nachbar wohnte einige Kilometer entfernt. Angesichts der Umstände verhielt sich Mike äußerst tapfer. Er fütterte gerade seinen Welpen, als dieser zu winseln und zu zittern begann. Als Mike aufschaute, sah er in nur 15 Meter Entfernung einen Bigfoot stehen. Er hatte seine Arme hoch ausgestreckt und schien anstatt Fingernägeln Krallen zu besitzen. Mike lief ins Haus und griff sich das geladene Gewehr seines Vaters. Er feuerte siebenmal auf das Ding, das sich umdrehte und wie ein Kleinkind mit wackeligen Schritten in Richtung Wald verschwand. Danach rief Mike die Polizei an, die sofort vorbeikam und Blut und Haare fand. Einige Tage später tauchte in Butler in Ohio ein mysteriöses Wesen auf, das den Spitznamen Big Head Großkopf erhielt. Sichtungen erfolgten am 8., 10. und 12. Juli. Zuerst sahen es Eugene Klein, 17, und Ken O'Neill, 15, als sie in einer Bahnstrecke entlang marschierten. Sie hörten ein merkwürdiges Geräusch in den Büschen und als sie sich dorthin umdrehten, erkannten sie eine 2,10 Meter große Kreatur, deren Kopf größer war als ihr Torso. Ihre roten Augen waren größer als Golfbälle und das Gesicht sah zum Fürchten aus. Das Wesen knurrte und Eugene fühlte sich gezwungen, mit ihm zu kommunizieren. Für eine Weile war er zu keiner Bewegung fähig. Dann warf er seine Taschenlampe nach der Kreaturen rannte fort. Als er zwei Monate später von Ron Schaffner und Earl D. Jones befragt wurde, stand er immer noch deutlich unter dem Eindruck dieses Erlebnisses. Zwei Tage nach dieser Sichtung sahen Lawina Klein und einige weitere Personen, wie sich Big Head an einem Bahnübergang hinhockte. Auch ihr fielen seine roten Augen auf. Am 12. Juli hörte Theresa Klein, Eugines 15-jährige Schwester, beim Heumachen das Tuten eines Güterzugs. Als er sich zur Bahnstrecke umdrehte, sah sie Big Head und lief schreiend nach Hause. Auch sie hatte seine orange-roten Augen gesehen und seinen Schrei gehört, der dem einer Katze ähnelte, aber tiefer klang. Außerdem bemerkte sie einen strengen Geruch, der sie an Kuhmist erinnerte. Zwischen Juli und September 1978 wurden in der Gegend von Ottosen in Iowa Bigfoots gesehen. Unter den Zeugen waren auch Kinder. Am 31. Juli sahen 13- bis 12-jährige Jungen eine 1,50 Meter große, dunkelbraune Kreatur mit einem Buckel. Sie habe eine breite Stirn, eine flache Nase und tiefliegende Augen gehabt. Manchmal habe sie sich auf allen Vieren fortbewegt, manchmal aber auch aufrecht, auf zwei Beinen. Die Jungen entdeckten den Bigfoot zuerst in einem alten Schuppen. Als sie dort Geräusche hörten, warfen sie einen Stein hinein, worauf ein dunkler, mit fellbedeckter Kopf erschien. Erschrocken ergriffen die Jungen die Flucht. Als sie sich einmal umdrehten, sahen sie zwischen einigen Kisten und Behältern einen Bigfoot. Später erblickten sie einen ein weiteres Mal und liefen diesmal hinter ihm her, weil sie nach eigenen Worten das Gefühl hatten, dass er mehr Angst vor ihnen hatte, als sie vor ihm. Als sie ihn in einem Getreidefeld entdeckten, stand er einfach nur da und beobachtete sie. Als sie sein Verhalten einige Zeit lang studiert hatten, fiel ihnen auf, dass er erst dann reagiert, wenn man selbst etwas tut. Wenn er sich jedoch bewegt, dann ist der Blitz schnell. In Oceana in Virginia taten Experten, die den von Polizist Bill Puth am 14. August um vier Uhr morgens beobachteten Bigfoot überhaupt nicht zu Gesicht bekommen hatten, das Wesen als Vogel ab. Puth habe wahrscheinlich einen Kranich oder Reiher gesehen. Der Polizist war verständlicherweise verärgert. Es sah aus wie ein Mensch, berichtete er. Ein Vogel wird niemals zu groß. Seine Begegnung begann mit einem Laut, der dem Schreien eines Babys glich. Meine Nackenhaare sträubten sich, als ich das hörte. Ein Puma war das nicht, dessen Schreie kenne ich. Dann sah er das Wesen unter einer Straßenlaterne stehen. Seinen Angaben zufolge sah er aus wie ein riesiger Mensch, von 1,80 Meter bis 2,10 Meter Höhe. Als er aus seinem Auto stieg, rannte das Geschöpf hinunter zum Fluss, der an dieser Stelle immerhin neun Meter breit war, und überwand ihn mit einem einzigen Satz. Der gerade eingetroffene Polizeichef von Oceana feuerte noch sieben Kugeln auf den Bigfoot ab, ohne ihn jedoch aufhalten zu können. Die Polizei fand kein Blut, nur zerbrochene Zweige und riesige, runde Fußabdrücke. In unseren Büchern Alien Animals und unheimliche Phänomene des 20. Jahrhunderts haben wir uns mit einer ganzen Reihe unheimlicher Kreaturen befasst. See und Geheuern, abnormgroßen Katzen, schwarzen Geisterhunden, Riesenvögeln, Vogelmenschen, sowie Bigfoots, Yetis und Yoes. Wenn gleich diese Wesen eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen, die zu dem Schluss verleiten könnten, dass sie alle Teil eines einzigen Phänomens sind, haben wir betont, dass nur äußerst wenige Fälle bekannt sind, in denen zwei verschiedene Arten zusammengesehen wurden. Einer dieser seltenen Fälle ist die Sichtung vom 21. August 1978 im Paris Township in Ohio. Sie fand bei Minerva im Haus der Familie Caten statt und es gab neun Zeugen. Die neun Personen saßen um 21.30 Uhr auf der Veranda, als sie bei einem verfallenen Hühnerstall plötzlich Geräusche hörten. Als sie ihre Taschenlampen auf den Schuppen richteten, bemerkten sie zwei paar riesige gelbe Augen, die im Schein der Lichter reflektierten. Der 18-jährige Scott Patterson fuhr daraufhin mit seinem Auto vor den Stall, um die Tiere näher unter die Lupe nehmen zu können. Er stellte fest, dass die Augen anscheinend zu zwei Puma-artigen Wesen gehörten. Während er sie beobachtete, stellte sich plötzlich ein Bigfoot aufrecht vor die beiden Katzen, als ob er sie beschützen wollte. Danach schlich er auf Pattersons Auto zu. An diesem Punkt riefen die am Haus zurückgebliebenen den Sheriff an und setzten sich in die Küche, um zu warten. Nach kurzer Zeit erschien der Bigfoot am Küchenfenster und war dort im Licht der Hoflaterne zehn Minuten lang deutlich zu sehen. Die Gruppe drinnen hatte zwar Gewehre, entschloss sich jedoch nicht zu schießen, es sei denn, um einen Angriff abzuwehren. Mary Ackerman, 30, schilderte die Situation wie folgt. Er schien niemanden etwas antun zu wollen und nur neugierig zu sein. Wir spürten, dass er Freundschaft schießen wollte. Als Deputy Sheriff James Shannon am Schauplatz erschien, verschwand der Bigfoot plötzlich und war danach nicht mehr aufzufinden. Allerdings bemerkte auch Shannon noch einen strengen Geruch nach Ammoniak und Schwefel. Am nächsten Tag, dem 22. August, sah Mrs. Ackerman die Kreatur in der Nähe des Caten-Hauses erneut. Etwas Merkwürdiges am Haus beobachtete am 30. August auch Howe Caten, 18. Weitere mögliche Sichtungen gab es am 8. und 9. September, einmal wiederum durch Mrs. Ackerman, die diesmal sogar zwei Bigfoots sah. Offiziell erklärten die Behörden, dass am 21. August bei den Catons nicht ein Bigfoot und zwei Pumas, sondern ein Bär mit seinen beiden Jungen beobachtet worden sei. Eine Verlautbarung, die Mrs. Caten nicht überzeugte. Den Forschern Ron Schaffner und Earl D. Jones erzählte sie, dass es sich mit Sicherheit nicht um Bären gehandelt habe, es sei denn, es war eine Mutation. Vor der Sichtung am 21. August hatte die Familie Caten bereits zu Beginn des Monats eine 1,80 bis 2,10 Meter große und dunkelhaarige Kreatur gesehen, die sich bei einer verlassenen Mine herumtrieb. Kehren wir für die letzte größere Sichtung des Jahres 1978 nach Michigan zurück. Am 2. Dezember um 21.30 Uhr räumte Moores Easterling, 53, gerade seine Garage in Lansing auf. Als er seinen Wagen zurückfahren wollte, bemerkte er im Rückspiegel eine Gestalt. Sie war sehr groß und schwer. Ca. 2,10 Meter groß, 200 bis 250 Kilogramm schwer. Und ging auf zwei Beinen. Zuerst hielt er sie für eine Frau in einem Pelzmantel, vielleicht eine Nachbarin. Das Gesicht konnte er nicht erkennen. Allerdings fiel ihm auf, dass der Kopf relativ klein war. Kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie? rief er der Gestalt zu. Die Kreatur, die etwa drei bis fünf Meter entfernt war, ging jetzt die Zufahrt hinunter in Richtung auf einen Obstgarten und schien dabei leicht zu hinken. Easterling fuhr vorwärts und bog um eine Kurve. Aber als er aus dem Wagen stieg, war das Wesen nicht mehr zu sehen. Dies schien unmöglich zu sein. Es war unglaublich, wie schnell das Ding verschwunden war, kommentierte Easterling die Sichtung. Der erste interessante Fall des Jahres 1979 ist eine erneute Sichtung von Knobby, dem North Carolina Bigfoot, am 15. Januar. Bereits in den letzten drei Monaten des Jahres 1978 war das Geschöpf mehrmals in der Gegend des Carpenters Knob im Cleveland County gesehen worden. So nah wie Gay Smith war ihm jedoch noch niemand gekommen. Sie war mit ihren beiden Schwestern auf dem Highway 10 unterwegs, als Wanda Smith plötzlich aufschrie. Es dauerte einige Minuten, bis die anderen endlich aus ihr herausbrachten, was sie dermaßen in Angst und Schrecken versetzt hatte. Danach wendeten sie das Auto und fuhren zurück. Bei einigen Bäumen am Teich einer Farm stand Knobby. Die 18-jährige Gay lief vom Auto aus auf die auf einem Damm hockende Kreatur zu. Als sie näher kam, stand das Wesen auf, schaute in ihre Richtung und streckte die Arme nach ihr aus. Aus einer Entfernung von etwa 45 Metern konnte sie es an diesem hellen und sonnigen Tag deutlich sehen und später eine detaillierte Beschreibung abgeben. Es war schrecklich, einfach grauenhaft. Es war riesig, vielleicht sogar größer als Dale, ein Freund, der etwa 1,85 Meter groß und etwa 90 Kilogramm schwer ist und sah wirklich unheimlich aus. Sein Gesicht war irgendwie rosa. Sie fügte hinzu, dass die Haare im Gesicht kürzer gewesen seien als am übrigen Körper. Außerdem habe das Wesen einen breiten Brustkorb und breite Schultern gehabt. Bis zur Hüfte ging er einfach gerade runter. Seine Oberschenkel waren mächtig, die Unterschenkel aber nur sehr dünn, fast wie bei einer Kuh. Außerdem fielen ihr die breiten Nasenlöcher auf und die leuchtend schwarze Brust. Sie sah fast aus wie Teer. Es war irgendwie schwarz und braun gefärbt. Am ehesten sah es noch wie ein Gorilla aus. Neben ihm auf dem Damm lag irgendetwas Weißes. Ich weiß nicht, ob es ein Vogel war, den er gefangen hatte oder einfach nur ein leerer Sack oder eine Papiertüte. Was immer es auch war, es bewegte sich nicht ein Millimeter und ich kann bis heute nicht sagen, ob es nur ein Tier war oder nicht. Die meisten Menschen, die einem Bigfoot begegnen, haben verständlicherweise Angst und machen aus diesem Zustand heraus sofort von der Waffe Gebrauch, unabhängig davon, ob der Bigfoot angreift oder nicht. Angesichts dieser Bedrohung reagieren Bigfoots bemerkenswert tapfer, um nicht zu sagen Tollkühen. Wie die Fälle in diesem Buch gezeigt haben, gibt es jedoch keine hundertprozentig verlässlichen Angaben darüber, dass jemals ein Bigfoot getötet wurde. Zwar scheinen einige Bigfoots durch Gewehrkugeln verwundet worden zu sein, sie waren aber jedes Mal in der Lage, schnell die Flucht zu ergreifen. Allen bisherigen Schilderungen und Berichten zufolge scheint Waffengebrauch gegenüber einem Bigfoot wenig Sinn zu machen. Ihn zu töten ist schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Außerdem scheint die Kreatur ohnehin kein Interesse daran zu haben, Menschen der Leid anzutun, selbst wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Auch in den nächsten beiden Fällen hat man auf Bigfoots geschossen und sie offenbar auch verletzt. Allerdings zeigt sich auch hier die Sinnlosigkeit derartiger Aktionen, wenn gleich die Beteiligten sicher argumentieren werden, den Bigfoot durch die Schüsse zumindest verscheucht zu haben. Unserer Meinung nach ist es selbst unter den im folgenden beschriebenen Umständen nicht gerechtfertigt, die zwar bedrohlich wirkende, aber letztendlich anscheinend harmlose Kreatur zu verwunden bzw. zu verletzen. Der erste Vorfall ereignete sich im März 1979 am Flower Lake bei Tunica in Mississippi. Am Freitag, den 9. März, bemerkten Mr. und Mrs. Goff des Nachts plötzlich einen fauligen Geruch und hörten radauartigen Lärm. Samstagnacht sahen sie dann in der Nähe des Hauses ein 2,10 bis 2,40 großes Wesen. Sonntagnacht griffen Goff und sein Sohn Watney zu den Waffen und warteten auf den Bigfoot. Als er schließlich kam, eröffnete Watney das Feuer. Der Bigfoot schien getroffen worden zu sein und lief davon. Noch in derselben Nacht kehrte er jedoch zurück und schlug so fest gegen die Eingangstür, dass der Rahmen zerbrach. Am nächsten Tag fand die Familie in der Nähe der Tür Blutspuren und entdeckte 40 bis 45 Zentimeter lange Fußabdrücke. Fast zwei Monate später, Ende April, wollte der 16 Jahre alte Tim Meissner aus British Columbia innerhalb von drei Tagen zweimal einen Bigfoot gesehen haben. Am 28. April war er am Dunlake bei Barrier mit seinem Freund Schiffen, als sie ein hohes Kreischen hörten und am anderen Ufer des Sees einen Bigfoot mit hoch erhobenden Armen stehen sahen. Nachdem er wieder im Unterholz verschwunden war, liefen die Jugendlichen hinüber und fanden dort, versteckt unter Zweigen und Moos, einen Hirsch mit gebrochenem Genick. Zwei Tage später kehrte Meissner mit vier weiteren Personen zu der Stelle zurück und begegnete, nachdem sich die fünf für die Suche getrennt hatten, erneut einen Bigfoot. Er war schwarz behaart und etwa 2,70 Meter groß. Er hatte ein menschenähnliches Gesicht mit riesigen, stark leuchtenden Augen. Seine Schultern waren bestimmt 1,20 Meter breit, berichtete er später. Er stand dort und starrte mich einige Sekunden lang an. Er war nur etwa 15 Meter entfernt, so nah, dass ich ihn riechen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich eigentlich geschossen habe. Ich war einfach nur zu Tode erschrocken. Und er fügte hinzu, ich hatte eigentlich genau zwischen die Augen gezielt, aber er sackte nur auf einer Seite zusammen. Zuerst dachte ich, ich hätte ihn getötet, aber ich habe ihn wahrscheinlich nur gestreift. Denn er hatte sich ihm nur wieder aufgerafft und schützte blitzschnell davon. Auch in den 80er Jahren wurde der Bigfoot beobachtet. Doch das Rätsel, die sich auch durch weitere Forschungen nicht lösen. Anfang 1980 rückte mit Uta einen startenden Blickpunkt, der von Bigfoot zuvor so gut wie ausgespart wurde. Als Ronald Smith aus South Weber am 4. Februar um 20 Minuten nach Mitternacht von der Arbeit nach Hause kam, hatte er eine typische Begegnung mit einem Bigfoot. Ich ging noch einmal hinaus, um den Hengst zu füttern, aber wollte einfach nicht zum Zaun kommen. So ging ich also hinaus auf die Weide, um ihn dort zu füttern, als ich plötzlich ein Knirschen hörte. Etwas ging auf zwei Beinen durch den Schnee. Da aber nur das Pferd auf der Weide war, dachte ich zuerst, denn ein paar Kinder wollten mir einen Streich spielen. Als ich in die Richtung schaute, sah ich im Mondschein diese dunkle Gestalt über die Weide gehen. Ich dachte zuerst, es sei ein Jugendlicher, der versuchte vor mir abzuhauen. Ich sah die Gestalt zwischen den Bäumen verschwinden. Wie groß sie war, kann ich nicht sagen. Das Pferd war keineswegs verängstigt. Es verhielt sich nur etwas seltsam und schaute zu der Gestalt hinüber. Dann hörte ich die Schreie. Ich hätte so etwas noch nie gehört. Sie klangen wie die Schreie eines Pumas, noch viel lauter. Sie waren irgendwie anders. Ich machte, dass ich dort wegkam und lief ins Haus. Meine Frau schlug vor, ein Gewehr oder eine Kamera zu holen, aber der Spuk dauerte nur ein paar Sekunden. Die Schreie tönten viermal, als ich draußen war und weitere dreimal, als sie mich wieder im Haus befand. Mehr im Scherz sagte ich zu meiner Frau. Ich glaube, da draußen ist ein Bigfoot. Hatte angesichts der fürchterlichen Schreie aber doch ein mulmiges Gefühl im Magen. Am nächsten Morgen fand Smith auf der verschneiten weite Fußspuren, die aber von seinem Pferd bereits zertrampelt worden waren. Zwei Journalisten der Lokalzeitung suchten ebenfalls nach Spuren und wurden in der Nähe eines Kanals tatsächlich fündig. Die Abdrücke waren über 38 Zentimeter lang, lagen etwa 1,20 Meter auseinander und mussten von einem sehr schweren Lebewesen in den Schnee gepresst worden sein. Daneben entdeckten sie ein weiteres paar Spuren, die zwar kleiner, ansonsten jedoch identisch waren. Als diese und eine frühere Sichtung bekannt wurden, meldete sich eine Reihe weiterer Personen, die unheimliche Schreie gehört, merkwürdige Gerüche bemerkt und andere ungewöhnliche Ereignisse erlebt hatten, die möglicherweise mit einem Bigfoot zusammenhingen. An einem Stacheldrahtzaun gefundene schwarze Haare wurden analysiert und als die einer Kuh identifiziert. Tatsächlich gesehen wurde der Bigfoot aber erst wieder Ende des Monats, diesmal in Riverdale, einige Kilometer von South Weber entfernt. Lee Padilla war am 25. Februar um 3.30 Uhr morgens auf dem Highway unterwegs, als etwa sieben bis acht Meter vor ihm eine, seinen Angaben zufolge, drei bis drei Meter dreißig große Gestalt über die Straße setzte. Er hatte sie zwar nur einige Sekunden, aber dennoch lange genug gesehen, um die eleganten Bewegungen, die langen Arme und Beine, den gorillaartigen Kopf und die langen, dunkelbraunen und pelzigen Haare wahrzunehmen, die sozusagen schichtweise übereinander lagen. Padilla schätzte das Gewicht des Wesens auf knapp 300 Kilogramm und die Geschwindigkeit, mit der er sich über die Straße bewegte, auf etwa 50 bis 60 kmh. Das Geschöpf hatte ihn anscheinend nicht besonders erschreckt, denn er bog von der Haupt in eine Nebenstraße ab und richtete seine Scheinwerfer dorthin, wo das Wesen verschwunden war. Es tauchte jedoch nicht wieder auf. Am nächsten Tag suchten Padilla und zwei Journalisten nach Fußspuren, hatten aber keinen Erfolg. Im Juni 1980 rückte Ohio ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dort hatte es in den Counties Logan und Union einige aufsehenerregende Sichtungen gegeben. Am unheimlichsten war das Erlebnis der Anwaltsgehilfin Donna Wigler im Union County. Am 24. Juni fuhr sie abends von der Arbeit nach Hause. Nach einem heißen und stickigen Tag zog ein Gewitter auf, Blitze zuckten und der Himmel verdunkelte sich zusehends. Dann begannen auch noch dicke, schwere Regentropfen zu fallen. Aber Donna Wigler konnte beileibe nicht ahnen, was ihr an diesem unruhigen Abend noch alles bevorstehen sollte. Einem Reporter erzählte sie später, ich hatte gute Laune und wollte einfach nur nach Hause. Über den Bahnübergang fuhr ich sehr langsam. Ich bin dort immer vorsichtig, weil ich Angst habe, mir sonst die Axten kaputt zu machen. Dann sah ich dieses Ding auf der Straße liegen. Zuerst dachte ich, es sei ein Hund. Dann aber stand es auf und sah aus wie ein Mensch. Ich dachte, der muss verrückt sein, sich einfach auf die Straße zu legen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was er auf der Straße wollte. Er hatte kein Stück Gepäck bei sich. Dann drehte er sich um und schaute mich an. Als sie gebeten wurde, die Gestalt genauer zu beschreiben, demonstrierte sie deren Körperhaltung. Aufrecht, mit gebeugten Knien. Die Hände ausgestreckt und die Handflächen nach oben gedreht. Gesichtszüge konnte sie nicht erkennen. Wiggler fuhr so schnell wie möglich davon und hielt dann beim nächsten Haus an, wo sie vollkommen entnervt zusammenbrach und nur noch schluchzte. Einige Aspekte ihrer Geschichte tauchen auch im Bericht von Patrick Poling auf, einem Farmer aus dem Union County, der den Bigfoot eine Woche vor Dana Wigglers Sichtung sah. Poling arbeitete gerade in einem Getreidefeld, als die Kreatur, aus dem man das Feld grenzenden Wald kam und den Zaun entlang ging. Nach Angaben von Poling war sie zwei Meter zehn groß und ging mit gebeugten Knien. Da er sich auf seinem Traktor sicher fühlte, fuhr Poling auf das Wesen zu, um es näher betrachten und einen Blick in sein Gesicht werfen zu können. Obwohl er bis auf knapp 30 Meter an das Geschöpf herankam, konnte er immer noch keine Gesichtszüge ausmachen. Es war einfach nichts zu sehen, meinte er. Dann stoppte der Bigfoot und drehte sich um. Dabei streckte er die Hände und hielt die Handflächen nach oben. Nach Angaben eines Journalisten sind Donna Wiggler und Patrick Poling als Zeugen absolut glaubwürdig. Beiden geht im Übrigen die Aufmerksamkeit, die ihnen seit Bekanntgabe ihre Sichtung zuteil wird, gehörig auf die Nerven. Von Telefonanrufen geplagt, von den Medien gehetzt, Poling beigerte sich jedenfalls, im Radio oder im Fernsehen aufzutreten. Ein Fernsehsender sagte mir, jeder wolle doch ins Fernsehen. Nun, ich jedenfalls nicht. Redet so ein Schwindler? Gewöhnlich genießt er nämlich die Publicity, die er für seine Eskapaden erhält. Charles Fulton und seine Schwiegermutter, Anne May Saunders, machen ebenfalls nicht den Eindruck von Schwindlern. Sie begegneten dem Bigfoot in der Nacht des 4. Oktober 1980 bei ihrem auf dem Land in der stark bewaldenden Gegend um Maceville im nördlichen Kentucky gelegenen Haus. Zusammen mit Mrs. Fulton und den vier Kindern der Fultons schauten sie gerade Fernsehen, als draußen ein lautes Poltern ertönte. Mr. Fulton öffnete die Eingangstür und sah sich auf der Veranda einem 2,10 Meter großen und weißhaarigen Bigfoot gegenüber, der einen Hahn in der Hand hielt und sofort wieder hinuntersprang. Fulton folgte ihnen und gab auch einige Schüsse auf ihn ab, jedoch anscheinend ohne Wirkung. Mrs. Saunders hatte das Wesen zwar auch gesehen, jedoch nicht so deutlich wie Fulton, der sogar die glühenden Augen hatte erkennen können. Eine Woche später, am 10. Oktober, hatte J. Lee Toomey aus dem Fleming Country ein ähnliches Erlebnis. Auch er saß vor dem Fernseher, als er hinten an seinem Wohnwagen plötzlich Lärm hörte. Er griff sich eine Pistole und lief durch die Vordertür hinaus zur Rückseite und konnte gerade noch erkennen, wie etwas, das wie ein riesiger Mensch aussah, in Richtung Wald rannte. Ich schoss auf das Ding, sämtliche Kugeln ab, die ich hatte. Dann lief er wieder in den Wagen, um neue Munition zu holen. Als er zurückkehrte, sah er die mysteriöse Gestalt erneut. Wieder gab er einige Schüsse auf sie ab, die aber anscheinend nicht trafen. Es war sehr dunkel, erzählte Tami später im Reporter, sodass ich nicht genau sagen kann, was es eigentlich war. Es stand aufrecht wie ein Mensch und war sehr groß. Aber da es dermaßen dunkel war, habe ich nur einen riesigen Schatten erkannt. Als es weglief, gab es richtig dumpfe Geräusche. Obwohl er keine Einzelheiten ausmachen konnte, war er offensichtlich überzeugt, dass der nächtliche Besucher kein Mensch war, denn ansonsten hätte er wohl nicht so häufig auf ihn geschossen. Es stellte sich heraus, dass der Bigfoot in den hinteren Vorbau eingebrochen war und den Gefrierschrank geplündert hatte. Um den Vorbau und im Hof lag gefrorenes Fleisch herum und zwei Leibe Brot, ein eingefrorenes Hähnchen und ein Paket Hotdogs fehlten ganz. Wenn es ein Mensch gewesen ist, muss er schrecklich hungrig gewesen sein, denn ansonsten hätte er während meiner Anweisenheit hier wohl kaum eingebrochen. Ein Hund oder ein Bär aber hätte den Kühlschrank sicher nicht aufbrechen und die ganzen Päckchen wegschleppen können, meinte Tami später über den Vorfall. Schon bald, nachdem Tami das Ereignis gemeldet hatte, stellten sich Hilfssheriff und Neugierige ein, viele von ihnen bewaffnet. Aber obwohl der Wald noch in derselben Nacht intensiv durchkämmt wurde, konnte der Eindringling nicht gefunden werden. Am nächsten Tag entdeckte man im nassen Sand einige Spuren, die von einem nackten Fuß stammen mussten. Sie waren über 35 Zentimeter lang und mehr als 15 Zentimeter breit. Auf der Veranda fanden sich außerdem einige lange weiße Haare. So mysteriös wie eh und je. 1981 bis 1998. Es ist sicherlich keine Überraschung, dass der Bigfoot auch in den letzten 20 Jahren dieses Jahrhunderts wenig Neigung verspürte, seine Geheimnisse preiszugeben. Das beste Beweisstück für die Bigfoot-Forscher bleiben in diesem Jahrhundert die Filmaufnahmen, die Roger Patterson 1967 am Bluff Creek gemacht hat. Mittlerweile verstärken sich die Diskussionen, ob der Film tatsächlich einen echten, behaarten Hominiden oder nur einen Menschen in einem Fellkostüm zeigt. Dass 953 Einzelbilder eines 30 Jahre alten, kontroversen Films und der Schwelle zum 21. Jahrhundert der stichhaltigste Beweis für die Existenz des Bigfoot sein sollen, muss die weiter andauernde Suche nach dieser geheimnisvollen Kreatur zwangsläufig fragwürdig erscheinen lassen und nährt bei nicht wenigen den Verdacht, dass dieses Wesen überhaupt nicht existiert. Trotzdem werden aber immer wieder neue Sichtungen gemeldet, die die Hoffnung aufrechterhalten. In diesem Kapitel über die letzten Jahre des 20. Jahrhunderts haben wir einige repräsentative Sichtungen ausgewählt, für deren Echtheit wir aber wie immer nicht garantieren können. Die am Ende des achten Kapitels dargestellten Aktivitäten des Bigfoot in Ohio setzten sich auch im Jahr 1981 fort, speziell in der Umgebung von Rome. Die Forschungsgruppe von Dennis Pellicci untersuchte dabei besonders einige Ereignisse, die auf einer Farm stattgefunden hatten und berichtete über eine Reihe überaus seltsamer Vorfälle, die den Schluss nahe legen, dass die dort aufgetauchten Kreaturen eher an das Reich des Übersinnlichen gehören. Die gefundenen Trittsiegel zeigen drei Zehen, waren mehr als 35 cm lang und über 2 cm in den harten Boden eingedrückt. Die Kreaturen selbst waren etwa 2,70 m groß und hatten glühend rote Augen. Mit Ausnahme des Gesichts waren sie am ganzen Körper behaart und ähneten Gorillas. Auffallend waren weiterhin die etwa 2,5 cm langen Fangzähne. Verstümmeltes Vieh wurde gefunden, Enten und Hühner mit abgebissenen Köpfen und tiefen Bisswunden am Körper, sowie ein Pferd, dessen Flanke aussah, als ob sie von Krallen aufgerissen worden sei. Kurz vor Auftauchen der Wesen war ein strenger Geruch festzustellen und über dem Wald zeigten sich blaue Lichter. Einmal flog ein weißes, UFO-artiges Ding über die Farm, das die Augenzeugen mit ihren Gewehren vergeblich von Himmel zu holen versuchten. Auch auf die Wesen selbst eröffnete man das Feuer, als sie mit ihren glühenden, roten Augen am Waldrand standen. Sie schienen die Kugeln jedoch ebenfalls problemlos wegzustecken. Man hatte sie zwar anscheinend getroffen, fand aber weder Leichen noch Blutspuren. Mitte Mai wurden gleich aus drei Staaten Begegnungen mit Birkwurz gemeldet. Louisiana bemerkten zwei Männer, die sich in einem Sumpfgebiet bei Wadok auf der Jagd nach Schlangen befanden, plötzlich einen widerwärtigen Gestank und hörten etwas durch das Unterholz poltern. Aus einer Entfernung von neun bis zwölf Metern sahen sie schließlich ein großes, zottiges Wesen mit langen, orange-roten Haaren, das sie umgehend die Flucht in die Gegenrichtung antreten ließ. In Michigan wurde in einem Garten bei Stockbridge ein zwei Meter zehn bis zwei Meter vierzig großer Hominide gesehen und gleichzeitig Leichengeruch bemerkt. Die Kühe, Pferde und Hunde hätten sich zwar benommen, als wenn sie nicht ganz bei Trost wären, blieben aber alle unverletzt. Außer einem dreizehigen Fußabdruck wurde nichts weitergefunden. An der Wasserscheide von Newark in New Jersey sahen zwei Angler eine mit rötlich-braunen Haaren bedeckte Kreatur, die vor ihrem Auto über die Straße lief. Sie folgten ihr auf einem Waldweg und kamen ihr bis auf ein Meter fünfzig nahe, als ihr Auto plötzlich im Schlamm stecken blieb. Sie hatten das Wesen jedoch gut in Augenschein nehmen können und beschrieben es als ungefähr ein Meter 80 groß. Es habe ein flaches Gesicht und die Ohren eines Menschen gehabt. Es sei leicht gebückt gegangen und habe die Arme wie ein Skilangläufer hin und her geschwungen. Eine der Männer sagte, bis ins Grab werde ich die Gewissheit mitnehmen, dass ich weder einen Bären noch jemanden in einem Kostüm gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich so etwas jemals wieder sehen werde. Nach Angaben der Polizei tauchen ein Gebiet der Wasserscheide zwar immer wieder Bären auf, aber die von den Männern gegebene Beschreibung passt nicht im Mindesten auf diese Tiere und dabei waren sie dem Wesen immerhin bis auf anderthalb Meter auf den rötlich-braunen Pelz gerückt. Das spektakulärste Ereignis des Jahres 1982 war sicherlich Paul Freemans Sichtung im Bundesstaat Washington, dem klassischen Bigfoot-Gebiet. Freeman war Streifenpolizist für das Gebiet Walla Walla. Er hatte sein Leben lang gejagt und Fallen gestellt, kannte sich mit Bären hervorragend aus und war felsenfest davon überzeugt, dass das, was er gesehen hatte, mit Sicherheit kein Bär gewesen war. Am 10. Juni war Freeman aus seinem Auto gestiegen, um Elche zu beobachten, der aufgrund einiger umgestürzter Bäume mit dem Auto nicht mehr vorankam, ging er zu Fuß weiter. Plötzlich sah er eine mehr als 2,40 Meter große Kreatur von einer über drei Meter hohen Böschung auf den Weg springen. Er sah genauso aus wie die prähistorischen Menschen, die ich schon auf so vielen Bildern gesehen habe. Er hatte am ganzen Körper rötlich-braune Haare, die so dicht waren, dass man seine Schultern, Arme und Beine gar nicht richtig erkennen konnte. Das Gesicht wies dagegen nur dünne Behaarung auf. Darunter war Haut sichtbar, die mich an braunes Leder erinnerte. Freeman stand etwa 60 Meter entfernt und startete den Bigfoot einfach nur an. Der startete zurück. Freeman konnte hören, dass er schwer atmete, wie nach einem anstrengenden Lauf. Seine Bauchmuskeln bewegten sich. Neugierig, wie die Kreatur reagieren würde, wisch Freeman zurück. Als der Bigfoot sah, dass sich Freeman nicht weiter näherte, drehte er sich um und ging den Weg hinauf. Noch bevor das Gebiet von den Neugierigen zertrampelt wurde, die nach Bekanntwerden des Vorfalls in der Gegend einfielen, konnte von den Fußspuren des Bigfoots Gipsabdrücke angefertigt werden. Diese wurden von Dr. Groover Kranz untersucht, außerordentlicher Professor für Anthropologie an der Washington State University. Kranz entdeckte sogenannte Dermalkämme, Linien auf der Haut, die seiner Meinung nach bewiesen, dass die über 38 Zentimeter langen Abdrücke tatsächlich von einem Fuß stammten. Wegen der großen Publicity gab Freeman nach der Sichtung seinen Job auf und wurde leidenschaftlicher Bigfoot-Jäger. Er verbrachte viele Stunden im Umatilla National Forest, entdeckte dort zahllose Trittziegel und fertigte hunderte von Gipsabdrücken an. Er gab sogar an, Gipsabdrücke von den Händen eines Bigfoot erstellt und das Wesen auf Film gebannt zu haben. Angesichts der Tatsache, dass alle anderen kaum Spuren der Kreatur fanden, ließ jedoch allein die bloße Zahl seiner Erfolgsmeldungen bei vielen Forschern Zweifel hinsichtlich der Echtheit seiner Angaben aufkommen. Runden in Bigfoot hat es immer wieder Betrügereien angegeben. Noch unterschaubarer wird das Ganze aber durch die Möglichkeit, dass einige Berichte über Fälschungen selbst wiederum nur Schwindel sein könnten. Ray Wallace war langjähriger Bigfoot-Forscher, der über die Jahre mehr als 2000 Sichtungen für sich reklamierte. Seine 50 Jahre währende Fäde mit einem anderen Bigfoot-Veteran, dem 86-jährigen Rand Mullins, spitze sich 1982 empfindlich zu, als Mullins behauptete, viele Bigfoot-Berichte selbst inszeniert zu haben. Im Jahr 1924 hatten einige Bergarbeiter berichtet, mit einem Bigfoot im Ape Canyon zusammengestoßen zu sein. Mullins erklärte, dass er und sein Onkel den Arbeitern Angst einjagten, indem sie von oben Steine auf sie herabrollen ließen. Er habe außerdem sieben paar hölzerne Füße geschnitzt, um falsche Fußabdrücke zu hinterlassen. Viele der im Laufe der Jahre gefundene Bigfoot-Spuren wurden wahrscheinlich gefälscht. Aber andererseits kann Rand Mullins allein nicht für sämtliche Spuren und sonstige Aktivitäten des Bigfoot in ganz Nordamerika verantwortlich sein. Ende August 1982 hatten zwei Männer eine Begegnung mit einem Bigfoot auf einer Farm in Connecticut. Am 23. August sahen sie kurz vor Mitternacht noch einmal nach den Kühen, als sie plötzlich eine 1,80 bis 2,10 m große Kreatur sahen, die auf einem Futtertrog saß und die Kühe beobachtete. Das Wesen war behaart und muskulös, hatte eine flache Nase und große, gefährlich aussehende Zähne. Die Arme hingen hinunter bis zu den Knien. Als es auf sie zukam, schrien sie und ergriffen die Flucht. Nach einigen Metern drehten sie sich wieder um und sahen zu ihrer Erleichterung, dass sie sich ebenfalls umgedreht hatte und weglief. Am nächsten Tag fanden sie neben einer Scheune einen riesigen Fußabdruck. Im Jahr 1984 wurden vor allem kurze Momentsichtungen gemeldet. Menschen, die durch ein Waldgebiet fuhren, zelteten oder sich auf der Jagd befanden, sahen für einen kurzen Augenblick einen großen, behaarten Hominiden, der die Straße überquerte oder am Gebüsch lauerte. Derartige Berichte sorgen allenfalls dafür, dass das Interesse an der Thematik nicht einschläft. Neue Erkenntnisse über die Kreatur liefern sie nicht. Dass die Zeugen das Wesen nicht verfolgen wollen, um sich ihm so weit wie möglich zu nähern und um eventuell eine Nahaufnahme zu machen, kann man ihnen jedoch nicht vorwerfen. Der Bigfoot ist unberechenbar und selbst ein schwer bewaffneter Jäger wird wahrscheinlich sehr genau darauf achten, ihm nicht so nahe zu kommen. Jäger, denen der Bigfoot ein Begriff ist, träumen davon, einen zu erlegen und verfallen in endlose Diskussionen darüber, welche Taktik anzuwenden wäre und welches Gemäher mit welchem Kaliber man benutzen sollte. Diese Diskussionen werden nun schon seit fast 100 Jahren geführt, ohne dass jemals ein Fall bekannt wurde, in dem ein Jäger nachweislich einen Bigfoot erlegt hat. Es gibt allerdings so viele durch Jäger gemeldete Sichtungen, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass mittlerweile irgendwer, irgendwo eines dieser Wesen zur Strecke gebracht hat. Andererseits lässt sich aus den Sichtungsberichten aber auch ablesen, dass dies nicht so klar ist, wie man vielleicht erwarten könnte. Einige Jäger, die die Kreatur bereits im Visier hatten, sahen sich einfach nicht in der Lage abzudrücken, denn zu sehr ähnelte das Wesen einem Menschen. Andere, die doch feuerten, mussten anschließend feststellen, dass die Kugeln offenbar entweder überhaupt keine Wirkung erzielten oder das Wesen zwar verwundet zu sein schien, aber anscheinend mühelos davonlaufen konnte. Liegt dies daran, dass die jeweilige Waffe nicht durchschlagskräftig genug war? Oder sind einige Bigfoots nicht-physische Wesen, gegen die Gewehrfeuer nichts ausrichten kann? Es halten sich hartnäckig Berichte, in denen diese Theorie immer wieder nahegelegt wird. Aber wie zuverlässig sind die betreffenden Zeugen und Forscher? Einige sind regelrecht versessen darauf nachzuweisen, dass der Bigfoot ein übernatürliches Wesen ist. Wirkt sich dieses Bestreben auf die Objektivität ihrer Berichte aus? Und bestritten ist, dass die Leiche eines Bigfoots viele Fragen beantworten würde. Und in der Tat sollen Jäger bereits Kadaver gefunden haben, die aber natürlich nie in die Hände von Behördenvertretern oder Wissenschaftlern gelangt sind. Genau den Personen also, die unabhängig und objektiv nachweisen können, ob das Wesen tatsächlich existiert oder nicht. Natürlich gibt es gewichtige Gründe dafür, warum man nicht einfach mit dem Vorsatz aufbrechen sollte, einen Bigfoot zu töten. Wenn sie nahe mit dem Menschen verwandt sind, und auch wenn nicht, wie lässt sich dann rechtfertigen, einfach eines dieser Wesen zu erschießen, nur um unsere Neugier zu befriedigen. Diese Tatsache wurde im Skamania County im Bundesstaat Washington bereits Rechnung getragen. Dort ist es per Gesetz verboten, einen Bigfoot zu töten. 1969 wurde eine Verordnung erlassen, die das Töten eines Bigfoot zu einem Verbrechen machte. Später gelangte man jedoch zu der Auffassung, dass eine derartige Bestimmung wahrscheinlich illegal sei und legte 1984 eine überarbeitete Fassung vor, die besagt, dass die vorsätzliche Tötung eines Bigfoot mit vorbedachter böser Absicht ein grobes Vergehen darstellt, das mit einem Jahr Gefängnis oder einer Geldbuße von 1000 Dollar geahndet wird. Während die einfache Tötung ohne vorbedachte böse Absicht immerhin noch eine halbjährliche Gefängnisstrafe oder 500 Dollar Geldbuße oder aber beides nach sich ziehen kann. Gelangt der mit der Untersuchung der Todesursache betraute richterliche Beamte zu der Auffassung, der Bigfoot sei ein humanoides Wesen, kann dem Täter auch ein Totschlags- bzw. Morddelikt zur Last gelegt werden. Derartige Abschreckungsmittel scheinen jedoch unnötig angesichts der Tatsache, dass es Jägernd während des gesamten 20. Jahrhunderts offenbar nicht gelungen ist, eines zur Wesen zu erlegen. Jede neue Generation von Bigfoot-Jägern glaubt fest daran, dass sie die Erste sein wird, ohne sich jedoch vor Augen zu führen, wie viele vergebliche Anläufe bereits unternommen wurden. Im Vergleich zu früheren Jahren wurden in den frühen 80ern nur relativ wenige Sichtungen gemeldet. Lag dies daran, dass die Zeitungen die entsprechenden Berichte nicht veröffentlicht haben oder wurden einfach weniger Bigfoots gesehen? Während einige Forscher einen nie dagewesenen Mangel an Meldungen beklagten, gaben andere an, sie hätten auch für diesen Zeitraum eine Vielzahl von Sichtungen in ihren Archiven. Vielleicht hatten die reißerischen Geschichten in der Regenbogenpresse die Stimmung der Menschen gegen den Bigfoot gewendet. Wenn man Schlagzeilen liest wie die Geschichte vom heiligen Bigfoot, Baby Bigfoot hält statt in Atem, ich bin der Vater eines Bigfoot-Babys, blutjunge Schönheit heiratet Bigfoot, Bigfoot ist ein Außerirdischer, Wolfmann schraubt Kinder aus fahrenden Autos, Unfallopfer von Bigfoot gerettet. Kann man den Menschen nicht verdenken, dass sie das Wesen für einen Witz halten. Ein potenziell interessanter Bericht tauchte im August 1984 auf. Die Meldung wurde sogar durch Fotoaufnahmen unterstützt. Zwei Männer, die um halb neun Uhr abends einige Kilometer nördlich von Ergesses in British Columbia mit dem Auto in einer Kiesgruppe vorbeifuhren, bemerkten in 10 bis 12 Metern Entfernung ein bärähnliches Wesen, das versuchte aus der Grube herauszuklettern. Sie fuhren noch ein wenig näher heran und schossen drei Polaroid-Fotos. Ihren Angaben zufolge war die Kreatur über 1,80 Meter groß und behaart, wog zwischen 130 und 180 Kilogramm und lief auf den Hinterbeinen. Bill Brattwee äußerte sich wie folgt, Ich kenne Bären, Pumas und alle anderen Tiere, die es hier so gibt. Ich bin schließlich Jäger. Was sollte es sonst sein? Es sei denn, mein Zirkus war in der Nähe, dem mein Affe entlaufen ist. Was sollte es sonst sein? Es muss ein Bigfoot gewesen sein. Das Wesen ging wie ein Mensch. Gordon Flanders fügte hinzu, es bewegte sich sehr schnell und gewandt. Es kann nur ein Sasquatch gewesen sein. Ich kann das zwar nicht mit allerletzter Sicherheit sagen, aber es war mit Sicherheit kein Bär. Denn Bären können nicht auf zwei Beinen laufen. Irgendwie glaube ich jetzt an Sasquatches. Denn ich meine, ich habe einen gesehen. Angesichts der von den Zeugen an den Tag gelegten und zudem von Fotos unterstützten Gewissheit, sollte man eigentlich denken, dass dieser Fall ein Knüller gewesen ist. Das war ja doch beileibe nicht. Auf den Fotos, die die Männer für 50 Dollar verkauften, war lediglich ein verschwommenes, dunkles Objekt gegen einen dunklen Hintergrund zu erkennen. Selbst nachdem sie von Forschern vergrößert wurden, waren auf den Aufnahmen keinerlei Details zu erkennen. Noch undurchsichtiger wurde der Fall, als ein weiterer Mann auftauchte und behauptete, die Sichtung sei ein Schwindel und er, John Sullivan, sei derjenige gewesen, der sich ein Affenkostüm übergezogen habe und in der Grube herumgeklettert sei. Gordon Flanders wies Sullivans Behauptungen jedoch zurück und erklärte, Sullivan sei ein Halunke, mit dem er sich zerstritten habe. Wer hier letztlich die Wahrheit gesagt hat, bleibt unklar. Dem ganzen Fall haftete jedoch durch das Hin und Her einen Makel an, der ihn letztendlich zweifelhaft wirken lässt und unbrauchbar gemacht hat. 1985 gab es einige faszinierende Berichte über Bigfoot-Sichtungen, die am helllichten Tag stattfanden. Am 15. August sahen drei Golfer im Medina County Club in Illinois eine schwarze, vollkommen behaarte und ungefähr 1,80 Meter große Kreatur, die hinter einem Baum hervorlugte und sie beobachtete. Als einer der Zeugen begann, Golfbälle in ihre Richtung zu werfen, ging sie am Zaun entlang, um dann wieder zum Baum zurückzukehren und ihn hinaufzuklettern. Von dort aus sprang das Wesen über den Zaun. Einer der Zeugen schilderte später die Begebenheit wie folgt. Zuerst dachte ich, dass diese Kreatur ein Affe sein musste oder ein Mensch in einem Affenkostüm. Dann aber sah ich, dass das Wesen kein Affe sein konnte, denn es ging wesentlich aufrechter und die Körperproportionen ähnelten eher den eines Menschen. Ein Mensch wiederum hätte sich jedoch kaum so gewandt in den Baum schwingen und mit derartiger Leichtigkeit über den Zaun springen können. Nach Meinung der Augenzeugen könnte der Bigfoot auch einige Arbeiter beobachtet haben, die zur Erweiterung des Golfplatzes etwa 20 Morgen unberührten Waldes abholzten, die eventuell zu seinem Territorium gehört hatten. Im September wurden zahllose Sichtungen aus Pennsylvania gemeldet. Am 6. September hatte Edward Creamers Freundin den Eindruck, irgendjemand treibelt sich im Garten des Hauses ihrer Eltern in North Anvil herum. Creamer lief auf die Veranda und rief den Unbekannten an, der sich dadurch jedoch keineswegs einschüchtern ließ. Er hatte lange Arme, den Kopf eines Affen und war etwa 1,90 Meter groß. Weiterhin fielen Creamer an dem Wesen die hängenden Schultern und die große Schrittspanne auf. Etwa 15 Sekunden lang konnte Creamer die aufrechtgehende Kreatur beobachten. Am Ende des Monats sahen zwei Männer im East Pennsboro Township eine große, behaarte und faulig riechende Kreatur mit über 5 Zentimeter langen Fangzähnen. Tom Leach schilderte, wie sie winkend hinter einem Geländer stand und er in nur 2,50 Meter Entfernung an ihr vorbeiging. Polizeichef James Corbett zeigte sich nicht gerade amüsiert. Er hielt das Ganze für einen verfrühten Halloween-Scherz und war überzeugt, dass sich irgendjemand ein Affenkostüm übergezogen hatte. Der den Fall untersuchende Polizist und auch ein Nachbar, der das Wesen ebenfalls gesehen hatte, waren jedoch überzeugt, dass es weder ein Bär noch ein Mensch in einem Fellkostüm war. Als der Nachbar kurz nach Mitternacht noch einmal nach draußen gegangen war, hatte er zuerst einen strengen Geruch bemerkt und gleich darauf, in etwa 10 bis 15 Meter Entfernung, die Kreatur stehen sehen. Sie habe etwa einen Meter breite Schultern gehabt und sei ca. 1,80 bis 2,10 Meter groß gewesen. Der Kopf sei spitz zugelaufen und habe direkt auf den Schultern gesessen. Ein Hals sei nicht zu erkennen gewesen. Der fehlende Hals ist ein Merkmal, das schon in vielen Beschreibungen aufgetaucht ist. Weiterhin gab der Nachbar an, das Wesen habe breite Hüften und am ganzen Körper zottige braune Haare gehabt. Die Arme hätten an der Seite weit hinuntergehangen und seien beim Laufen hin und her gesprungen, hätten also nicht die bei einem Laufen den Menschen zu beobachtenden Pumpbewegungen beschrieben. Obwohl dies nach der seriösen Schilderung einer unheimlichen Begegnung klingt, sind durch das Treiben einiger Witzbolde auch hier Zweifel angebracht. Anfang Oktober wurde nämlich in East Pensboro ein 24 Jahre alter Mann festgenommen und seiner Geldstrafe von 10 Dollar plus 50 Dollar 17 Gerichtskosten verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, sich als Bigfoot verkleidet zu haben. Er hatte ein Fellkostüm übergezogen, eine Maske mit Fangzehen aufgesetzt und sich dann so hingestellt, dass er von den Scheinwerfern vorbeifahrender Fahrzeuge erfasst werden musste. Seine Freunde gaben an, sie hätten ihn am frühen Morgen des 29. September dort abgesetzt. Er sagte, er habe sich zu dem Schabernack hinreißen lassen, nachdem er über Leute gelesen hatte, die einen strengen Geruch bemerkt und unheimliche Schreie gehört hatten. Ist dies die Erklärung für die East Pensboro-Sichtungen vom 29. September? Höchstwahrscheinlich. Der Fall verdeutlicht, wie leicht ein Mensch in der ersten Überraschung und Angst selbst einen maskierten Witzbold im Affenkostüm für einen Bigfoot halten kann und all die typischen Merkmale sieht, die er bei diesem Wesen erwartet, wie zum Beispiel die langen Arme und den eigentümlichen Gang. Man fragt sich unwillkürlich, wie viele andere Zeugen von Spaßvögeln auf den Arm genommen wurden oder einfach nur normale Tiere nicht erkannt haben. Schließlich waren viele Sichtungen nur flüchtiger Natur und fanden bei Nacht statt. In diese Kategorie gehört auch ein Vorfall, der sich im Oktober 1985 im südöstlichen Indiana ereignete. Und zwei Uhr nachts ging der Zeuge zur Tür, um nach seinem Hund zu sehen, der im Garten angekettet war und bellte. Er sah jedoch nicht nur seinen Hund, sondern auch eine 2,10 bis 2,40 m große Kreatur, die unter der Außenlaterne stand und den Hund beobachtete. Er rannte sofort zurück ins Haus und holte sein Gewehr, ließ aber in der Eile beim Laden die Patronen fallen. Dann fiel die Kreatur, die sich mittlerweile langsam zurückzog, auch seiner Freundin auf. Sie schrie entsetzt auf und stieß den Mann in den Rücken, sodass ihm auch noch das Gewehr aus der Hand fiel. Man sieht also, dass es viele Wege gibt, einem Bigfoot die Flucht zu erleichtern. Hinterher fand man einige große Fußspuren und der Forscher, Aide Kappa, der den Fall untersuchte, fertigte von ihnen Gipsabdrücke an, die mehr als 40 cm lang und knapp 18 cm breit waren. Er fand auch noch andere Menschen, die ein Bigfoot gesehen hatten. Einer sprach dabei von einer weißen oder grauen Kreatur. In den meisten Sichtungsberichten ist von einer riesigen, sich nur für einen kurzen Augenblick zeigenden Gestalt die Rede. Am anderen Ende des Spektrums gibt es aber auch extrem bizarrere Schilderungen, die jedoch mit aller Ernsthaftigkeit berichtet werden. So behauptete einer auf einer Ranch im Nordwesten Oregons lebende Familie, mehrere unheimliche Begegnungen gehabt zu haben. Im Juni 1986 zum Beispiel habe sich die Tochter im Teenageralter zusammen mit ihrer jüngeren Schwester gerade im Stall befunden und vom Boden aus Heu zu den Kälbern hinuntergeworfen, als im Dunkeln plötzlich große Hände nach ihr griffen und sie gelähmt hätten. Mittels Telepathie seien hier Fragen gestellt worden, wie zum Beispiel, wer bist du und wer ist das andere Mädchen, die sie alle beantwortet habe. Offensichtlich hätten in dem Stall zwei Bigfoots geschlafen. Später konnte sie deren Anweisenheit spüren und mit ihnen telepathisch kommunizieren. Ihre Mutter sah im Juli am helllichten Tag in 30 bis 50 Meter Entfernung ein Bigfoot-Weibchen, das ein Baby in der Brust trug. Das Weibchen hatte große Brüste, die voller Milch zu sein schien und hielt ein Baby in den Arm wie eine Menschenmutter. Mit Ausnahme der Bereiche um Maul und Augen seien die Gesichter der Wesen behaart gewesen. Sie sah aus wie eine Kreuzung aus Menschenaffe. Ihr Verhalten war ja doch eher menschenähnlich, fügte die Frau hinzu. Sie spürte, dass das Wesen ihr mitteilte, nicht näher zu kommen. So blieb sie stehen und beobachtete, wie der Bigfoot auf der in die Berge führenden Straße davon ging. Sie hatte bereits einige Jahre zuvor Bigfoots gesehen. Einmal ein 2,40 Meter großes Exemplar, ein anderes mal eine Mutter mit ihrem 90 Zentimeter großen Jungen, das sie sogar an die Hand nehmen durfte. Außerdem hatte sie an einer Glastür, die aus dem Rahmen gehoben worden war, den Abdruck einer riesigen Hand gefunden. Im März 1987 war sie erneut auf die Wesen getroffen. Vier der Kreaturen statteten ihr einen Besuch ab, während sie bei einem Picknick an einem entlegenen See auf mehrere Babys aufpasste. Auf telepathischem Weg stellten sie Fragen zu den Babys. Sie fragte zurück, »Die UFOs, die wir bei uns sehen, bedeuten die, dass ihr von einem anderen Planeten kommt? Von welchem Planeten seid ihr?« Sie bekam keine Antwort, spürte jedoch, wie die Geschöpfe ein Gefühl der Liebe aussendeten. Eines der Wesen zeichnete eine Hieroglyphe auf den Boden. Jack Lepserittis, der Forscher, der dieser Ereignis untersuchte, behauptete, noch weitere Schilderungen erhalten zu haben, in denen mit Bigfoot Menschen per Telepathie kommuniziert worden sein soll. Obwohl sie äußerst fantastisch und für nicht wenige Menschen sicherlich abstrus wirken, müssen solche Berichte auch einmal erwähnt werden, da auch sie Teil des Bigfoot-Phänomens sind. Im Sommer desselben Jahres wurden aus Kaliforniens In-New National Forest auch noch einige normale Begegnungen mit Bigfoots gemeldet. Fünf Arbeiter, die in den Bergen eine Brücke über den Fluss bauten und in der Nähe des Monarche Mountain lagerten, hörten laute Schreie, die ihnen mit der Zeit dermaßen auf die Nerven gingen, dass einer von ihnen einen Warnschuss abfeuerte. Ihren Worten nach hätten einem die Schreie die Haare zu Berge stehen lassen. Sie klangen wie die Schreie einer bis aufs Blut gequälten Frau, waren aber so laut, dass die Kreatur ein enormes Lungenvolumen gehabt haben muss. Uns fiel die Kinnlade herunter. Im Zwielicht sahen sie dann in etwa 50 bis 100 Metern Entfernung die Umrisse einer mindestens 2,40 Meter großen menschlichen Gestalt. Wir konnten die Silhouette einer gigantischen, menschenähnlichen, dunklen, bulligen und schwerfälligen Gestalt erkennen. Das Wesen besaß einen Körperbau wie ein Mensch, war aber irgendwie prähistorisch, dass diese langen, an beiden Seiten des Körpers herunterbaumelnden Arme hatte und von übergebeugt stand. Die Männer der Gruppe, die sich mit Bären und Berglöwen auskannten, versicherten, dass es sich bei der Kreatur mit Sicherheit nicht um einen Bären gehandelt habe und die Schreie auf keinen Fall von einem Puma stammten. Am Schluss waren die Männer nervlich so angeschlagen, dass sie das Gebiet für einige Tage verließen. Später in diesem Monat, im August 1986, sah ein Mann, der unter dem Gipfelkamm des Taylor's Witch in Georgia, Alabama nach Ginseng suchte, eine große Kreatur mit spitzen Kopf und Armen, die bis zu den Knien herunterhingen. Seinen linken Arm schien das Wesen nicht mehr gebrauchen zu können, denn die Fingernägel waren lang und gebogen. Der rechte Arm und die rechte Hand funktionierten offenbar normal, während das linke Bein ebenfalls verletzt zu sein schien. Das Geschöpf war mit dichten, langen, schwarzen Haaren bedeckt, die in Locken herunterfielen. Sein Gesicht erinnerte mit seinen wulstigen Lippen und der flachen Nase an das eines Affen. Es war zwar nur sechs bis acht Meter entfernt, machte aber keinerlei Anstalten, den verängstigten Menschen anzugreifen. Es grunzte nur und trottete schließlich davon. Wesentlich aggressiver verhielten sich zwei Kreaturen, die zwei Männern, Vater und Sohn, am 25. Oktober 1986 am Dylans Mountain in West Virginia über den Weg liefen, als diese gerade nach Truthin jagten. Sie hörten zuerst das Brechen von Ästen und sahen dann einen schwarzen, etwa 2,40 Meter großen Gorilla. Der Sohn beschrieb die Situation wie folgt. Das Wesen und ich starrten uns einige Sekunden lang an. Plötzlich fing es an zu brüllen, wie ein Gorilla, und stürzte sich auf mich. Ich drehte mich um und rannte zurück. Sein Vater dachte zuerst an einen Bären. Als es jedoch näher kam, erinnerte es ihn an einen riesigen Menschen in einem Gorilla-Kostüm. Ich war so überrascht, dass ich vollkommen vergaß zu schießen. Außerdem konnte ich einfach nicht sagen, ob es nur ein Mensch war oder nicht. Beide Männer gestikulierten wild und brüllten, um das Wesen zu verscheuchen, als der Vater plötzlich von einer zweiten Kreatur angegriffen wurde, einem Weibchen. Mit Ausnahme der Brüste war auch es vollständig schwarz behaart. Nachdem sich der Vater losgerissen hatte, wurden die beiden Männer von den beiden Geschöpfen umkreist, die dabei knurrten und andere schreckliche Laute ausschließen. Nach etwa zehn Minuten hob der Vater schließlich sein Gewehr auf und feuerte in die Luft, worauf die Kreaturen erschrocken davon liefen. Trotz der bedrohlichen Situation konnten sich die beiden Männer nicht dazu durchringen, auf die Wesen zu schießen, da sie zu menschlich aussahen. Sie hatten große gelbe Zähne, die an die von Menschen erinnerten, jedoch keine Fangzähne. Auch Hände und Füße ähnelten sehr denen eines Menschen, waren jedoch behaart. Ihre Nasen seien eine Kreuzung aus Menschen- und Gorillanasen gewesen. Die Männer brachten von ihrem Abenteuer acht Strähnen rauer, schwarzer Haare mit, die aussahen, als ob sie aus der Mähne oder dem Schwanz eines Pferdes stammten. Wie bei einer realen, aber noch nicht identifizierten Kreatur nicht anders zu erwarten, erfolgt eine große Anzahl der Sichtungen in sehr entlegenen Gebieten. Meistens durch Menschen, die in diesen Gegenden arbeiten oder sie durchwandern. Zahllose entsprechende Berichte aus der Vergangenheit haben wir in diesem Buch bereits aufgeführt und derartige Meldungen setzen sich auch heute noch fort. Die wirklich bezachen Geschichten scheinen jedoch in Schüben zu kommen. Zuerst aus einem Gebiet, dann aus dem nächsten, wobei es sich oftmals um Regionen handelt, in denen man nicht unbedingt erwartet, einen bisher nicht identifizierten, 2,40 m großen Hominiden zu finden. Vielleicht beruhen solche Fälle einfach auf einem Nachahmungseffekt. Irgendjemand sieht etwas, das er nicht identifizieren kann. Der Vorfall wird öffentlich und anschließend übernimmt, zusätzlich getragen durch Schwindeleien und Hysterie und manchmal auch durch einen lokalen Forscher, der nach weiteren Sichtungen fahndet, das kollektive Gedächtnis mit seinem Wissen über den Bigfoot die Regie. Nach einer Weile kocht das Ganze dann über und die Aufregung schwindet. Dieser Prozess ist für die ernsthaften Bemühungen, mit denen geklärt werden soll, ob in der Wildnis Nordamerikas tatsächlich eine bisher unbekannte, menschenähnliche Spezies lebt, nicht gerade hilfreich. Am 14. März 1987 sah ein Ölarbeiter bei Calgary in Alberta mitten in der Nacht ein Geschöpf, das viel größer war als ein Mensch, und sie beobachtete. Es lief mit extrem langen Schritten über die Straße und durch das Unterholz. Dabei bewegte er sich aufrecht wie ein Mensch. Miles Jack saß innerhalb von einer halben Stunde gleich viermal. Jedes Mal, wenn es bemerkte, dass es entdeckt worden war, rannte es schnell wie ein Hirsch davon. Am nächsten Tag fanden die Männer im Schnee riesige Fußabdrücke. Später reiste auch der erfahrene Forschungsveteran John Green zu dem Schauplatz. Die Spuren waren mittlerweile jedoch durch das Wetter und die vielen Schaulustigen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Seien Angaben zufolge zeigten die von den Trittsiegeln geschossenen Fotoaufnahmen, dass die Füße etwa 30 Zentimeter breit waren. Der Abstand zwischen den Knien habe 90 Zentimeter betragen. Ein Mensch könnte seine Knie jedoch niemals 90 Zentimeter auseinanderbringen, egal wie groß er sei. Weiter im Süden, in Kalifornien, sichteten drei arbeitslose Holzfäller am 24. April 1987 ein Bigfoot, als sie sich bei Sonnenaufgang auf einem verlassenen Picknickgelände am Highway 89 bei Troakie befanden. Zuerst hörten sie einen unheimlichen Schrei und als sie von ihrem morgendlichen Kaffee aufschauten, sahen sie eine behaarte, rabenschwarze und 2,70 Meter bis 3 Meter große und aufrecht stehende Kreatur. Als Wildhüter später nachsuchten und keine Spuren fanden, vermuteten sie, dass die Männer einen Bären gesehen hatten. Angesichts der Tatsache, dass alle drei früher als Holzfäller und damit im Wald gearbeitet hatten, sollte man jedoch erwarten, dass sie einen Bären sehr genau von anderen Wesen zu unterscheiden wussten. Im Laufe des Jahres 1987 kam es zu wiederholten Sichtungen in Ohio, die von Mark Francis von der Ohio Bigfoot Research Group gesammelt und untersucht wurden. Koscher Conn schien für die Bigfoots besonders attraktiv zu sein, denn hier wurden gleich mehrere eindeutige Sichtungen gemeldet. Charles Volkner saß an einem Juniabend in seinem Wohnwagen vor dem Fernseher, als er einen strengen Geruch bemerkte. Er ging in die Küche und sah von dort aus ein behaartes Tier, das ihn durch das Fenster beobachtete. Es hatte glühend rote, tief in den Höhlen liegende Augen und eine flache Nase. Insgesamt erinnerte das Gesicht an einen Gorilla. Im Licht der Außenbeleuchtung konnte Volkner die runzligen und vertrockneten Brüste des Wesens erkennen. Es gab einen gurgelnden Laut von sich und verschwand vom Fenster. Volkner griff sein Gewehr und lief nach draußen, konnte aber nur noch hören, wie die Besucherin durch den Bach wartete und dann ein Hügel hinauf lief. Am nächsten Tag fand er in beiden Bachufern mehr als 35 cm lange Trittsiegel. Zwei Wochen später sah er des Morgens auf dem Weg zur Arbeit einen weiteren Bigfoot, der vor ihm über die Straße sprang. Er war schwarz und mit 2,70 bis 3 Metern Höhe viel größer als der erste. Im November schließlich sah ein Verwandter Volkners, der ihn besuchen wollte, ein großes Geschöpf mit glühenden Augen über die Straße laufen. 1988 setzten sich die Sichtungen fort. 1988 hoffte Professor Grover Kranz darauf, während einer Sommerexpedition im Bundesstaat Washington endlich einen Bigfoot aufzuspüren. Er setzte dazu einen selbst konstruierten, ultraleichten Hubschrauber und einen Infrarotscanner ein. Er hatte nicht die Absicht, die von ihm eventuell gefundene Kreatur zu erlegen, war aber doch der Meinung, dass nur ein toter Bigfoot wirklich eingehend untersucht werden könne. Bisher jedoch sind sämtliche Bemühungen, wirklich brauchbare oder überhaupt irgendwelche Überriste eines Bigfoot zu finden, erfolglos geblieben. Die Berichte über Sichtungen reißen allerdings nicht ab, so auch 1988, als im Mai zahllose Meldungen aus Arkansas einliefen. Eine ganze Reihe von Menschen hatte das Geschöpf auf Straßen in der Umgebung von Jonesboro gesehen. Insassen eines Schulbusses, der auf dem Highway 349 unterwegs war, sahen eine schwarze, zottelige und 1,80 bis 2,10 Meter große Kreatur mit glühenden Augen und einer Schrittweite wie ein Mensch. Für einen Bären oder einen Hirsch sei sie zu groß gewesen und der Busfahrer, ein Jäger, schwor Stein und Bein, dass es kein Bär war. Andere Augenzeugen stimmten dem zwar zu, aber die Naturbehörde ließ verlauten, dass in der Region mehrere Bären gesehen wurden, wobei es sich wahrscheinlich um Tiere handele, die aus Minnesota nach Arkansas eingeführt worden seien. Sie räumte jedoch ein, dass es für Bären sehr ungewöhnlich sei, Straßen bei Fahrzeugverkehr zu überqueren. Noch ungewöhnlicher ist, wenn sie dabei auf den Hinterbeinen laufen. Joe Kegler war ein anderer Jäger, der den Bigfoot im Beisein von Freunden und Verwandten gesehen hat, als dieser am 5. Mai um 10 Uhr abends den Highway Arkansas 226 überquerte. Zuerst dachten sie, eine Kuh vor sich zu haben, bis er direkt vor ihr Auto sprang. Er hüpfte mit nur drei Sätzen über die Straße, setzte dann über den Graben, fiel auf alle Viere, rappelte sich auf und lief in die Wälder. Als sich das Geschöpf, während es fiel, nach ihnen umdrehte, bemerkten sie, dass ein Auge leuchtete. Ihren Angaben nach war es mit Sicherheit kein Bär oder ein Mensch. Es sei schwarz, glänzend und zwei Meter zehn groß gewesen und die Haare an den Beinen hätten väterartig geflattert. Im Oktober desselben Jahres hatte Paul Freeman in der Mill Creek Watershed in Washington eine weitere flüchtige Begegnung mit einem Bigfoot. Am 5. Oktober war er mit seinem Sohn Duan unterwegs, der den aus dem Wald tretenden Bigfoot zuerst erblickte. Freeman entschloss sich sofort, Fotoaufnahmen zu machen. Er legte einen Film in seine altmodische Kamera ein und begann zu knipsen. Der Bigfoot ist jedoch auf keinem der Bilder richtig zu erkennen. Das Wesen sei etwa 130 bis 140 Meter entfernt und etwa zwei Meter zehn groß gewesen. Es habe zwischen 200 bis 300 Kilogramm gewogen und lange Arme gehabt. Die Körperhaare seien dunkel, die Haare im Gesicht dagegen gräulich gewesen. Das beste Foto zeigt lediglich eine große, menschenähnliche Gestalt, die zwischen einigen Bäumen steht. Details sind nicht zu erkennen. 1989 behauptete Freeman in einem Presseinterview, den Bigfoot insgesamt viermal gesehen zu haben. Zu dieser Zeit war er dreimal pro Woche in den Wäldern und hatte sich die Suche bereits 50.000 Dollar kosten lassen. Ende der 80er Jahre schienen Berichte über Sichtungen wieder spärlicher zu fließen. In Gebieten jedoch, in denen es noch immer viele Bigfoot-Sichtungen gab und in denen ein fleißiger Forscher am Werk ist, tauchen immer wieder Berichte auf. Don Keating zum Beispiel erfasste 1989 im östlichen Ohio 30 Sichtungen. Mark Obsasnick in Maryland zumindest einige. Am 27. März 1989 sahen zwei Jungen aus einem Garten in Odenton, Maryland heraus eine knapp ein Meter große, aufrecht gehende Kreatur. Nach Angaben der Jungen waren ihre Beine gebogen oder gekrümmt und über den Rücken lief ein langer, weißer Streifen. Das Wesen sei vollständig mit schwarzen und braunen Haaren bedeckt gewesen. Es sei sehr steif, aber auch vollkommen geräuschlos gelaufen und habe im Unterholz eine Spur hinterlassen. Fußabdrücke wurden aufgrund der Beschaffenheit des dortigen Untergrundes nicht gefunden. Im folgenden Monat wurde ein 2,40 Meter großer Bigfoot bei Fort Bidwell in Kalifornien in einem Indianerreservat gesehen. Der Zeuge Kenneth Sam, der gerade auf Wache stand, bemerkte ihn vor einem Haus. Als er seine Taschenlampe auf das ungefähr 35 Meter entfernte Geschöpf richtete, rannte es erst auf ihn zu und drehte dann ab. Sam schilderte es später wie folgt. Es war groß, dunkel und behaart. Es hatte silbrige Augen und bewegte sich äußerst schnell. Es war wesentlich größer als ein Footballspieler und besaß eine ziemliche Schulterbreite. Manchmal schien es fast zu gleiten oder zu schweben. Ich dachte immer, eine Antilope sei schnell, aber dieser Bursche ist wirklich sehr schnell. Er scheint außerdem sehr neugierig zu sein. In den folgenden Nächten zündete Sam vor dem Haus einige Feuer an. Vor Feuer scheint es Angst zu haben. Es kommt nicht, wenn das Feuer brennt, meinte er. Später im Jahr 1989 bemerkten drei Menschen, die in Bella Coola in British Columbia um einen Küchentisch saßen, plötzlich einen grässlichen gestank. Als Glenn Kledermin draußen etwas bemerkte, rannten alle ans Fenster, da sie annahmen, es handelte sich um einen Bären, der es auf das in der Veranda hängende Fleisch abgesehen hatte. Im Licht der Veranda zeigte sich dann jedoch ein 2,10 bis 2,40 Meter großes, behaartes und aufrechtgehendes Wesen mit langen Armen und breiten Schultern. In der nächsten Nacht wurden die Männer durch das Gebell ihrer Hunde aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachschauten, sahen sie den Bigfoot erneut, diesmal im Garten nebenan. Sie verfolgten ihn bis zum Fluss. Als sie noch knapp zehn Meter von ihm entfernt waren, hielt er an und schaute sich nach ihnen um. Zuerst riefen sie das Wesen zwar an, ergriffen dann jedoch die Flucht, da es begann, sich ihnen zu nähern. Sie hörten noch einen hohen Schrei und als sie am nächsten Tag nachsuchten, fanden sie drei Paar unterschiedlich große Fußspuren. Auch andere Menschen hatten die Kreaturen gesehen, von denen eine groß, eine mittelgroß und eine klein gewesen sein soll. Dies lässt darauf schließen, dass es sich um eine Familie handelte, die in der Gegend nach Nahrung suchte. Anfang der 90er Jahre schienen für Bigfoot-Forscher erneut magere Zeiten anzubrechen. Es gab nur wenige, sehr kurze Sichtungen. In ihrem Haus in Maryland hatte Peggy Nichols des Nachts bereits seit einigen Wochen Schreie gehört. Dann, am 14. Mai 1990, um ein Uhr nachts, sahen Peggy und ihre Schwester endlich den Verursacher. Von der hinteren Verandatür aus konnten sie etwa zehn Meter entfernt in einer Ecke des Gartens eine große, behaarte Kreatur beobachten. Obwohl sie sich schnell wieder an den Wald zurückzog und nur kurz zu sehen war, meinten die beiden Frauen sagen zu können, dass sie etwa zwei Meter zehn groß war und aufrecht ging. Bis zu dieser Sichtung wurde allgemein angenommen, die Schreie kämen von den Wildkatzen, die dem Namen Wildcat Creek seinen Namen gegeben hatten. Nach seinen Sichtungen in den Jahren 1982 und 1988 behauptete Paul Freeman 1992, in den Blue Mountains im Bundesstaat Washington weitere Begegnungen mit Bigfoots gehabt zu haben. Am 20. April hatte er einen Bigfoot mit seinem Camcorder aufgenommen, den er immer statt eines Gewehrs bei sich trug. Das Material stellte sich jedoch als minderwertig heraus. Am 20. August befand er sich in einem großen Teich bei Deadact Spring, in dem sich häufig Wildtiere einfinden. Er hatte den Teich bereits vorher regelmäßig besucht und nahm dort oft stundenlang seinen Beobachtungsposten ein. Diesmal entdeckte er frische Bigfoot-Spuren und folgte ihnen. Schon bald hörte er ein Geräusch im Unterholz, das klang, als ob sich etwas seinen Weg bahnte. Gleich darauf hatte er auch schon einen Bigfoot vor der Linse. Dann sah er noch einen zweiten, der so nah herankam, dass sein deformiertes Gesicht zu erkennen war. Er knurrte ihn an, sodass sich Freeman beim Film zusammenreißen musste, um ruhig zu bleiben. Als das Wesen schließlich im Gebüsch verschwand, nahm Freeman die Verfolgung auf, spürte aber bald, dass die Wesen verärgert waren und bekam Angst. Er versteckte sich deshalb für eine Weile unter einem umgestürzten Baum, bevor er schließlich endgültig einen Rückzug antrat. Nachdem es ihm endlich gelungen war, einen Bigfoot seiner Meinung nach zufriedenstellend auf Film zu bannen, beschloss er, seine Jagd auf das Wesen aufzugeben. Wie spätere Berichte von ihm zeigen, hielt dieser Vorsatz jedoch nicht allzu lange vor. Ebenfalls im August 1992 sahen acht Personen in der Nähe des Nespers-Indianer-Reservats in Idaho ein großes, behaartes Wesen, das einen Hügel hinunterstieg. Becky Johnson, die es zuerst gesehen hatte, versuchte vergeblich, die 2,10 bis 2,40 Meter große Kreatur zu fotografieren. Sie machte andere auf das Wesen aufmerksam, darunter auch einen Parkranger, der bestätigte, dass er sich keineswegs um einen Bären handeln könne. Professor Grover Kranz besuchte die Sichtungsstelle einige Tage später und entdeckte in einem ungepflügten Feld Spuren mit einer ungewöhnlich großen Schrittweite. Am 12. September hatten zwei Jungen in der Nähe ihres Elternhauses in Klemeth, Kalifornien, gute Sicht auf einen Bigfoot. Am Morgen waren sie in das Buschland gegangen, um nach Schlangen zu suchen, als das Geräusch sich bewegender 2 gehörten und einen widerwärtigen Gestank bemerkten. Der sie an faulendes Hühnerfleisch erinnerte. Einer von ihnen erklärte, als wir aufschauten, sahen wir dort, ca. 90 Meter entfernt, den großen haarigen Menschen stehen. Er war am ganzen Körper mit dichten, dunkelbraunen Haaren bedeckt und schüttelte den Zweig, den er in der Hand hielt. Wir konnten sein Gesicht gut erkennen. Mein Freund und ich schauten ihr ein paar Sekunden lang an und liefen dann den ganzen Weg zurück ins Haus. Daryl Owen, Vater eines der Jungen, gab an, die beiden seien dermaßen erschrocken gewesen, dass er zu der Stelle gegangen sei, an der die zwei den großen haarigen Menschen gesehen hatten. Er erwartete eigentlich entweder Bärenspuren oder aber überhaupt nichts zu finden. Stieß aber stattdessen auf Trittsiegel, die über 40 Zentimeter lang und an den Zehen mehr als 20 Zentimeter breit waren. Insgesamt zählte er 56 Abdrücke mit einer Schrittweite von über 140 Zentimetern. Dann hörte er, wie sich etwas durch das dichte Gebüsch bewegte und zog sich darauf eilig zurück. In der nächsten Nacht begannen die Schreie, bellende an das Gekreisch von Affen erinnernde Laute, die danach jede Nacht über den Canyon schalten. Owen untersuchte das Gebiet zusammen mit dem Forscher Scott Harriot. Dabei sahen sie zweimal etwas mit glühend roten Augen. Einmal bemerkte Owen auch, wie ihn irgendetwas aus dem Gebüsch heraus beobachtete. Er gab an, es habe tief in den Höhlen liegende Augen, große Nasenlöcher, ein dunkles, orangefarben verbranntes Gesicht und lange Haare gehabt, die beim Drehen des Kopfes umhergeflogen seien. Im Oktober nahmen sie angeblich ein Bigfoot auf Video auf, auf dem jedoch so wenig Einzelheiten zu erkennen sind, dass ein Forscher sich sicher war, sie hätten einen Bären gefilmt. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 1992 wurden in diesem Gebiet im nördlichen Kalifornien gleich mehrere Sichtungen gemeldet. Eine davon an der Old Klemeth Bridge war eine vierköpfige Urlauberfamilie, eine hellbraune, 2,40 bis 2,70 große Kreatur sah, die eine über sieben Meter breite Straße in drei Sätzen überquerte. Nach Angaben der Zeugen wog sie um die 200 Kilogramm, besaß keinen Hals und erinnerte eher an einen Gorilla als einen Menschen. Am nächsten Tag entdeckte man 16 Fußabdrücke. Nur einige Tage später wurde ein ebenfalls hellbraunes, aber nur 1,50 bis 1,80 großes Wesen dabei beobachtet, wie es Steine auf ein Fahrzeug des Nationalparks warf. Bigfoot-Sichtungen werden häufig auch von Wohnwagenplätzen gemeldet. Hierfür scheint es vor allem zwei Gründe zu geben. Zum einen ist der Bigfoot wahrscheinlich neugierig genug, um wissen zu wollen, wer da auf seinem Territorium kampiert. Diese Plätze bieten ihm zudem reichlich Nahrung. Andererseits handelt es sich bei den dortigen Menschen häufig um Stadtbewohner, die an die Wildnis nicht gewöhnt sind und deshalb normale Tiere, besonders wenn sie das nachts aufschrecken und in die Flucht treiben, als viel größer und furchteinflößender wahrnehmen, als sie eigentlich sind. In den Jahren 1993-94 wurden gleich mehrere interessante Sichtungen auf Zelt- bzw. Wohnwagenplätzen gemeldet. Am 30. Mai 1993 sah eine Frau auf einem Campingplatz 32 Kilometer südlich von Molalla in Oregon einen Bigfoot, der ihren Angaben zufolge ungefähr 2,70 groß gewesen seien und um die 250 Kilogramm gewogen haben soll. Aufgefallen waren ihr außerdem der braune Pelz mit zimtfarbenen Spitzen, die 15 cm langen Kopf und die mehr als 7 cm langen Körperhaare, der wie ein Gewehrkugel geformte Kopf, der große Augenbrauenwulst sowie die plattgedrückte Nase. Die Sichtung hatte bei Tageslicht aus knapp 20 Meter Entfernung stattgefunden. Im Schlamm entdeckte Fußabdrücke maßen 43 x 20 Zentimeter. Auch Freunde der Frau hatten den Bigfoot gesehen und ein kleines, drei Jahre altes Mädchen gab an, ein wirklich großer Affe habe zu ihm ins Auto geblickt. Als sich die Gruppe drei Wochen später wieder auf dem Platz befand, stattete ihnen der Bigfoot erneut einen Besuch ab. Das kleine Mädchen sah, wie der große Affe am Lagerfeuer einen Apfel verspeiste. Man bemerkte außerdem reflektierende Augenpaare und einen beißenden Geruch. Weitere Sichtungen wurden am 4. Juli gemeldet. Als man in Bigfoot bei Tageslicht durch ein Fernglas beobachtete, erkannte man dünne Lippen, eine fliehende Stirn und Ohren, die denen eines Menschen glichen. Die Zeugen waren der Meinung, dass sich eine ganze Bigfoot-Familie in dem Gebiet aufhalte. Im Oktober 1993 gab es Sichtungen am Krug Campground beim Woods Canyon Lake in Arizona. Charlene Iyerherf, die Leiterin des Platzes, musste beim Schießen einem dringenden Bedürfnis nachgeben und spürte plötzlich, dass sie beobachtet wurde. Als sie aufschaute, sah sie das Geschöpf von der Hüfte abwärts. Es glich einem Menschen, hatte aber langes, orangenes Haar, das bis über die Hüften herunterfiel. Die Männer fanden später Fußabdrücke von insgesamt drei Geschöpfen und entdeckten außerdem zerkaute Baumrinder. Auf Grundlage der Höhe der Baumschäden schätzten sie die Kreatur auf 2,10 bis 2,70 m. Aus den Fußspuren schien hervorzugehen, dass die Zehen mit Häuten verbunden waren. Ein Fuß schien außerdem aufgrund einer Verletzung deformiert zu sein. Im Januar 1994 wurde offenbar ein weiterer Campingplatz von einem Bigfoot besucht, diesmal am Molala River in Oregon. Die Familie, deren Mitglieder als Zeugen auftraten, hatte den Platz bereits 1993 besucht. Nun hatte Jaron Jones' Tochter in Gebüsch zwei rote Schüsseln wiedergefunden, die beim Besuch zuvor verschwunden waren. Daneben lagen ihr ebenfalls vermisste Silbergeschirr, ein paar Stiefel, eine Glasschüssel und das Lenkrad eines Autos. Hat der Bigfoot etwa eine Schwäche für interessante Objekte? In den folgenden Tagen gab es Anzeichen, dass ein Bigfoot in der Nähe war. Der Wohnwagen wurde geschüttelt, auf einen Weg fanden sie Spuren, die aussahen, als ob dort etwas gesessen hätte und Jaron Jones sah hinter einem Baum eine dunkelbraune Gestalt, von der sie beobachtet wurde. Als sie sich später erneut im Gebüsch knien sah, schoss sie zwei Fotos. Ihr Mann Leeroy sah die Kreatur dann in der darauffolgenden Nacht. Am folgenden Wochenende, als Ed Whittle in der Dunkelheit im Gebüsch nach Holz für sein Lagerfeuer suchte, spürte er plötzlich, wie ihm zwei Hände an die Hüfte griffen. Dass er daraufhin wild schreiend auf den Platz zurückrannte, kann nicht überraschen. Wenn gleiches Anfang der 90er Jahre, wie bereits angedeutet, nur wenige Sichtungen zu geben schien, berichtet Wade Crowe, dass er eine ganze Reihe von Beobachtungen, hauptsächlich aus Oregon und Kalifornien, an die Western Bigfoot Society geschickt habe. Eine weitere Sichtung auf einem Campingplatz, der Dirt vom 19. September 1994. Der Zeuge Tex O'Kenna befand sich damals auf dem Hillsonsenew Camp am Baldwin Mountain in Kalifornien. Er sah die 2,10 Meter große Kreatur in der Platzbeleuchtung stehen, bevor sie mit einem Satz das Weite suchte. Sie drehte sich aber noch einmal und schnitt eine Grimasse in seine Richtung, wobei Fangzähne sichtbar wurden. O'Kennas Angaben zufolge besaß das Wesen außerdem auffallend lange Arme sowie braune, zottige Haare und stank ganz fürchterlich. 1995 gelang es, detaillierte Fotos von einem riesigen Bigfoot zu machen. Schauplatz war Wild Creek in den Gebirgsausläufern des Knockaville National Forest im Bundesstaat Washington. Dort wanderte am 11. Juli ein Forstbeamter, der es vorzieht, anonym zu bleiben, über einen Bergkamm. Als er platschende Geräusche hörte, schaute er von einem Hochufer nach unten in einen sumpfigen Teich, in dem sich der Bigfoot befand. Insgesamt schoss er 14 Fotos, von denen einige aufgrund der Lichtverhältnisse unscharf sind, während wir das Beste hier abgedruckt haben. Angesichts der Tatsache, dass sich das Geschöpf bisher noch jedem Versuch, es auf Film zu bannen, es zu fangen und so weiter erfolgreich entzogen hatte, sind derart klare und deutliche Aufnahmen natürlich zunächst einmal mit Vorsicht zu genießen. In diesem Fall fällt auf, dass sich der Bigfoot von Aufnahme zu Aufnahme überhaupt nicht bewegt zu haben scheint, was sehr unwahrscheinlich ist. Zudem ist der Fotograf offenbar ein sehr tapferer Mann, denn um gleich 14 Fotos zu schießen, musste er ziemlich lange an seiner Position ausharren. Kurz danach, am 5. August, war der uns wohl bekannte Paul Freeman zusammen mit Bill Lockery und Wes Summerlin, zwei anderen Veteranen der Bigfoot-Forschung, an der Biscuit Ridge in den Blue Mountains im Bundesstaat Washington unterwegs und überprüfte Fußabdrücke, die von drei Bigfoots zu stammen schienen. Lockery sah als erster die Gestalt, die in etwa 10 Meter Entfernung neben einem Baum stand und alarmierte die anderen. Als sie die Stelle jedoch erreichten, gab es dort nichts mehr zu sehen. Die Gestalt war mit dem Unterholz regelrecht verschmolzen und verschwunden. Als sie ihren Spuren folgten, sahen sie für einen kurzen Augenblick erneut und spürten die Anwesenheit mehrerer Kreaturen, die anscheinend nach Engerlingen, Ameisen und ähnlichem Getier gegraben hatten. Neben hunderten von Trittsiegeln entdeckten die Forscher auch zur Seite gebogene junge Tannen und lange Haare verschiedener Farbe. Ebenfalls im August 1995 gelangen einigen Männern im Yadida da Smith State Park aus einem Wohnmobil heraus Videoaufnahmen einer Kreatur, die sie auf einer Straße sahen und für einen Bigfoot hielten. Das Wesen schien etwa 2,10 bis 2,30 Meter groß zu sein, besaß eine fliehende Stirn und ging mit leicht gebeugten Knien. Da das Filmmaterial jedoch in der Nacht aufgenommen und der Bigfoot von Fahrzeugscheinwerfern angestrahlt wurde, sind kaum Einzelheiten zu erkennen. Im Laufe der Jahre sind eine ganze Reihe von Filmaufnahmen aufgetaucht, auf denen angeblich ein Bigfoot zu sehen sein soll. Die meisten sind jedoch entweder verschwommen oder zweifelhaft. Die deutlichsten Aufnahmen bleiben weiterhin jene von Watcher Patterson aus dem Jahr 1967. Selbst dieser Streifen gerät jedoch zunehmend unter Beschuss. 1997 wurde behauptet, der angebliche Bigfoot sei ein Mann in einem Kostüm von John Chambers gewesen. Chambers hatte bereits für viele große Filmproduktionen überzeugende Affenkostüme angefertigt. Diese Darstellung wurde jedoch von vielen erfahrenen Bigfoot-Forschern zurückgewiesen und der mittlerweile schwer erkrankte Chambers stellte in einem Interview endgültig klar, dass er in keiner Weise an den Aufnahmen beteiligt gewesen war. Trotz allem ranken sich und Pattersons Filme weiterhin Verdächtigungen und Gerüchte. Im September 1996 wurde eine weitere Sichtung aus den Blue Mountains in Washington gemeldet. Ein Paar hatte an einem Aussichtspunkt in etwa 1800 Metern Höhe eine Pause eingelegt und mit dem Fernglas über die Mill Creek Watershed geschaut, als im Glas plötzlich vier aufrechtgehende Wesen erschienen, zwei große und zwei kleinere. Das Paar war überzeugt, Bigfoots gesehen zu haben. Wenn gleich in den mittleren und späten 90er Jahren viele der Berichte aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten kommen, gab es auch anderswo Aktivitäten, speziell im Sommer 1997. Am 24. Juli fuhren Amy Zambald und ihre Familie gerade aus dem Yellowstone National Park, als sie eine haarige Kreatur bemerkten, die über ein Schneefeld an einen Berggipfel ging. Sie schien 2,40 bis 2,70 groß zu sein. Etwa um dieselbe Zeit wurden auch aus Ocepi im Big Cypress Schutzgebiet in Florida zahllose Sichtungen gemeldet. Vor allem Reiseleiter und ihre Gruppen beobachteten dort eine 2,10 Meter große Kreatur. Die Berichte wurden von vielen in Zweifel gezogen. Man witterte einen Schwindel oder einen Publicity-Gag. Allerdings riskierte jeder, der in Nordamerika an einem solchen Betrug teilnimmt, sein Leben. Denn es gibt eine ganze Reihe schießwütiger Zeitgenossen, die alles darum geben würden, als erster einen Bigfoot zu erlegen. Jemand, der sich als Bigfoot verkleidet, kann also nur als lebensmüde bezeichnet werden. Es muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass in diesem Buch nur ein Teil der gemeldeten Sichtungen aufgeführt ist. Insgesamt haben wir bisher weit über 1000 Sichtungsberichte gesammelt, wobei die noch viel zahlreicheren Fälle, in denen nur Fußabdrücke gefunden wurden, gar nicht berücksichtigt sind. Außerdem ist davon auszugehen, dass uns viele Sichtungsberichte ganz einfach entgangen sind und dass es zudem noch eine große Dunkelziffer von Sichtungen geben dürfte, die überhaupt niemals bekannt geworden sind. Wir haben versucht, eine repräsentative Auswahl anzubieten, um dem Leser eine Vorstellung von diesem Phänomen zu geben. Was wir jedoch nicht liefern können, sind Antworten. Diese sind heute ebenso schwer zu geben wie eh und je. An der Schwelle eines neuen Jahrtausends stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite jene, die fest davon überzeugt sind, eindeutige Beweise für die Existenz des Bigfoots in Form tausender von Sichtungen und Fußabdrücken, einiger Filmaufnahmen und sonstige Anzeichen zu haben, wie zum Beispiel beschädigte Bäume, zertrampeltes Gebüsch, Exkremente und Haare. Auf der anderen Seite stehen jene, die all diese Beweise anders interpretieren, nämlich als Fehldeutungen, blinden Glauben an die Existenz dieses Wesens und sogar als ausgemachten Schwindel. Für diese Ungläubigen ist der Bigfoot nicht mehr sein Beispiel dafür, wie Folklore entsteht. In gewisser Weise zeigen sich Parallelen zum seit kurzem aufkeimten Interesse an UFO-Entführungen, für die es ebenso wenig Beweise gibt wie für den Bigfoot. Das schlagende Argument für eine skeptische Betrachtungsweise besteht sicherlich darin, dass auch nach mehr als einem Jahrhundert der Suche noch nicht einmal der kleinste Teil eines Kadavers beziehungsweise einer Leiche gefunden wurde. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem doch sterbliche Überreste entdeckt und von der Wissenschaft als eindeutig unbekannte Spezies identifiziert werden, bleibt der Bigfoot ein Außenseiter, ein Wesen in jenem Schatten, in dem es sich am wohlsten zu fühlen scheint. Zmanuel feelings ab leiche